80 Wörter in der Minute mit seinem Daumen tippen kann er, aber beim Pinkeln trifft er nicht die Schüsse. Wer schlecht tippen kann, hat's schwer im Berufsleben. Wer schlecht pinkeln, kann nicht. Oh, alter WTF. Ach, herrje. Was ist? Die Frau da drüben. Wir hatten ein Verhältnis. Und es ist nicht gut ausgegangen? Für mich schon, wie immer. Obwohl ich rückblickend unsere Beziehung mit mehr Takt hätte beenden sollen und mehr Respekt und weniger, naja, im Bett mit ihrer Freundin. Oh Gott. Hey, ihre Freundin war eine nymphomanische Schlangentänzerin mit Vaterkomplexen. Was hätte ich denn machen sollen? Genau. Dir waren die Hände gebunden. Ja, die auch. Und? Wie lange ist das her mit ihr? Mit ihr oder der Freundin? Die haben sich kurz überlappt. Bleiben wir bei ihr. Keine Ahnung. Acht, neun Jahre. Hm, dann hat sie's vielleicht überwunden. Aber vielleicht auch nicht. Ich hab ein Plan. Ich geh mal für Herren. Du zählst bis 10, dann brüllst du los wie am Spieß und machst bei Jake den heimlichgriff. Jetzt mach dich nicht lächerlich. Charlie? Hi. Okay, aber wenn sie in die Tasche greift, nehme ich unseren Klotzkopf als Schutzschild. Hey, Chrissy, das ist ja ewig hier. Ja, ich weiß. Ewig, eine halbe Ewigkeit. Ja. Die Zeit heilt die größten Wunden, stimmt's? Kommt drauf an. Hey, Glückwunsch zu deiner neuen Karriere. Danke. Kaum zu glauben, dass Charlie Harper jetzt ein Kinderleader-Star ist. Naja, du weißt doch selbst, wie gern ich Kinder. Ewig, das ist ja ewig her. Ihr Kleiner scheint ja echt gern Musik zu hören. Oh ja, er hört sie nicht nur gern, er spielt auch wunderbar Klavier. Klavier? Hast du das gehört, Charlie? Der junge Mann spielt Klavier, genau wie du. Viele Kinder spielen Klavier. Und du wohnst noch in Westwood? Ja, wir sind hierher gefahren und wollten einen Tag am Strand verbringen. Oh klar, am Strand. Und nett zum Baden gehen, aber wer will da schon wohnen? Seit ich dort wohne, geht's einigermaßen. Freut mich. Wir müssen jetzt los. War schön, dich zu sehen. Ja, ich fand's auch schön. Komm, Chuck. Chuck. Ja, Chuck. Viele Jungs heißen Chuck. Ist ein Spitzname für Charles, oder? Genau wie Chess, Chess, Chick und Charlie, also was? Nichts, du hast die Frau nur etwa neun Jahre nicht mehr gesehen und der kleine Chuck ist, äh... Was schätzt du, wie alt wird der kleine Chuck wohl sein? Was spielt das denn für eine Rolle? Also ich würde sagen, der kleine Chuck ist sieben oder acht Jahre alt. zuzüglich neun Monate. Was willst du damit andeuten? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach nein. Ich ziehe es vor, es nicht zu wissen. Oh Dad, wir müssen schnell nach Hause fahren. Warum denn? Meine Batterie ist leer. Oh nein, ich hab aus Versehen den Ausknopf gedrückt. Mit einem Smartphone wäre das nicht passiert. Alan, muss ich es sagen? Ist das Einbildung oder sah der Junge aus wie Onkel Charlie? Hey. Hey. Vater werden, das ist nicht schwer. Der Vater sein für manchen sehr. Klappe, Alan. Das ist nicht witzig. Ja, nicht im Sinne von Ha-Ha, aber im Sinne von Hi-Hi-Hi-Hi-Hi. Er hat mir doch gar nicht ähnlich gesehen, Mensch. Ja, er hat weder Nasenhaare noch Whisky fahren, aber das wird schon noch... Was ist denn los? Na klar, in allem Anschein nach ist unser Sperminator... ...er Vater eines Kindes. Kann gar nicht sein. Warum bist du so sicher? Weil ich nie ohne Mäntelchen und Gummistiefel im Regen spiele. Gummistiefel? Das finde ich jetzt verwirrend. Das ist doch bloß eine Redewendung. Alles, was geschützt werden muss, ist eben geschützt, weil ab und zu ein Schutz notwendig ist. Ich wollte nicht Ihre Lebensgeschichte hören. Ich war wegen der Gummistiefel verwirrt. Weißt du, Charlie, Kondome schützen nur zu 98 Prozent. Das ist nicht wahr. Und ob das wahr ist? Steht doch auf der Packung. Aber wer liest denn die? Das ist wie bei einer Milchtüte. Man liest sie nicht beim Trinken. Wie geht? Aber Charlie, rechne mal. Du hast die Frau neun Jahre nicht gesehen und sie hat einen Achtjährigen. Na und? Du bist hier mit einem Zehnjährigen angetanzt und wir hatten uns elf Jahre nicht gesehen. Ist der Kürbiskopf deshalb unser Wunschkind? Verdrängst du nur von mir aus? Wie komme ich nur darauf, dass Chuck dein Sohn ist? Chuck? Hey, es gibt viele Kinder, die Chuck heißen, Klavier spielen und mir verblüffend ähnlich sehen. Er hat recht. Ich frage mich schon lange, warum wir nicht bis zu den Hüften in Kindern warten. Hey, Russell. Hab zu tun. Ich habe eine Frage wegen der Kondome. Charlie, ich kann dir keinen größeren Mengenrabatt geben, das weißt du doch. Ja, weiß ich, aber ich wollte was anderes. Ich kann mit den großen Apothekenketten einfach nicht mithalten. Kann ich verstehen, nur... Das mache ich mit persönlicher Kundenbetreuung, Wett. Da bin ich mir sicher. Trotzdem werde ich dir die Dinger nicht abrollen und überstreifen, aber dafür hast du bestimmt Verständnis. Ich bin völlig deiner Meinung, aber ich wollte was anderes wissen. Die Zeiten sind hart geworden. Man kauft heute nicht mehr beim freundlichen Apotheker von nebenan, sondern man kauft im Internet. Ich weiß. Vertrauen Sie Ihrem Briefträger, dem Lieferanten für Herztabletten und Abführmittel. Russell, hast du wieder von den Warenproben getrunken? Bist du jetzt ein Kopf? Nein, ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um dich. Dann unterstütze mich doch ein bisschen, wenn du dir Sorgen machst. Kauf dir ab und zu eine Brille hier oder ein Halswirbelkissen oder sowas. Ja, mache ich, aber... Von mir aus auch eine Schachtel Akritze. Bei Kondomen kann ich nur heulen, wenn ich meine Gewinnspanne sehe. Ja, weißt du, da wir gerade von Kondomen sprechen, ich wollte wissen, ob eine Frau schwanger werden kann, auch wenn der Mann ein Kondom benutzt. Hat die Frau vom Zeitungsstand was ausgeplaudert? Ich habe sie nur ein einziges Mal nach rausgefahren. Mehr war nicht. Nein, nein, ich frage nur ganz allgemein, kann ein Kondom versagen? Tja, da spielen eine Menge Faktoren eine Rolle. Husten Sie rup? Nein, ich habe kein Husten. Ich auch nicht. Zu den Kondomen. Wie bei jedem industriell hergestellten Produkt gibt es auch da eine gewisse Schwankungsbreite. Aber werden die nicht getestet, bevor die rausgehen oder rein? Ja schon, aber da wird nicht jedes Einzelne überprüft. Ach, nein? Da freut man sich, dass man noch masturbieren kann, hm? Okay, okay, unterm Strich soll das also heißen, selbst wenn ich ein Kondom benutze, kann ich trotzdem eine Frau schwängern? Hast du im Sexualkundeunterricht gefehlt, Charlie? Komm schon, wer hat da nicht gefehlt? Zum Beispiel ein gewisser Apotheker mit einer Vorliebe für Hustensirup, der zwar für drei Ex-Frauen blechen muss, aber nicht ein Penny für Kindesunterhalt. Na schön, na schön, nur für die Zukunft. Wie wäre es mit Lammhaut? Schützt die besser? Tja, nicht so gut wie die Latex-Produkte. Ich konnte sie nicht mehr länger tragen, weil irgendwas hat den Geruch bei meiner Katze zur Trubsucht führt. Das ist eine witzige Geschichte, sie war... Na ja, das möchte ich lieber nicht hören. Kein Katzendiebhaber, hm? Das bin ich jetzt auch nicht mehr. Gut, vielen Dank, Russell. Man versteht sich... Was denn, was denn, das war's? Willst du denn gar nichts kaufen? Wir haben hier Whiffleball-Schläger. Vielleicht will dein kleiner Bastard gern Whiffleball-Schläger. Scheiß Kindersicherung, verdammt. Nee. Hey. Hey. Alles in Ordnung? Nein, überhaupt nicht. Was hast du denn? Alan, ich hab in meinem Sexualleben immer drei einfache Prinzipien befolgt. Erstens, wann immer möglich, Ladies first. Zweitens, bitte lieber um Verzeihung als um Erlaubnis. Und drittens, was am wichtigsten ist, die zehn Sekunden, die man zum Anliegen eines Kondoms braucht, sind nichts gegen zehn Jahre Lügen, dass man Fußball toll findet. Nur wenn sie funktionieren. Das verdammte Kleingedruckte auf der Schachtel. Wer liest denn das? Wäre doch besser, sie schreiben's in großen Buchstaben auf den Zipfel. Bist du jetzt glücklich, du Penner? Ja, das wär' ne Hilfe. Und was machst du jetzt? Naja, ich würde sagen, wenn Chrissy einen Sohn von mir hat und es mir nichts sagen will, dann schreib ich in die Karte. War nett von dir. Vielen Dank, oder sowas. Für Alimente-Preller gibt's, glaub ich, keine Glückwunschkarten. Spiel keine Rolle. Trotzdem will ich die Wahrheit erfahren. Wenn ich einen Sohn habe, will ich es auch wissen. Klar willst du das. Vater sein ist die allergrößte Freude. Dad, wo ist denn der Pümpel? In der Waschküche. Hab zu viel Papier gebraucht. Es gibt kein zu viel, mein Sohn. Wo war ich? Bei den Freuden der Vaterschaft. Genau. Was ist? Er hat früher gar kein Papier genommen. Hey, ich brauche auch einen Putzlappen. Entschuldige mich. Vater, Sohn-Thema. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell, schnell! Hey Jake! Es ist alles aufgewischt. Deshalb bin ich nicht gekommen. Man riecht's fast gar nicht mehr. Hör auf mit den Witzen. Ich schulde dir vielleicht eine Kloschüssel. Ich werde dir eine Rechnung schreiben. Also, ich wollte dich was fragen. Apfelkuchen, Frappuccino und Fischpudding. Danach wollte ich nicht fragen. Genau, und die Orange, die hat mir den Rest gegeben. Ach, bist du fertig? Das will ich hoffen, das Klos verstopft. Was ich dich fragen wollte ist, war ich dir ein gutes Vorbild? Machst du Witze, du zockst, du säufst. Du bringst jeden Abend eine andere Frau mit. Ein besseres Vorbild gibt's doch gar nicht. Kennst du? Die sollten deinen Kopf auf Münzen prägen. Danke, Koppel. Freut mich. Oh, hey, noch eine Frage. Würdest du dich über einen Cousin freuen? Hab schon einen. Ich mein, noch einen. Wozu denn? Was soll ich mit dem? Vergiss es. Was ich brauch, ist ein Smartphone und ein neues Klo. Cousin. Charlie. Hi. Was willst du hier? Ich war zufällig in der Gegend und wollte mal guten Tag sagen und dir den mitbringen. Ein Whiffleballschläger. Der ist für Chuck. Und du kriegst ein Brillenreparaturset und Magentabletten. Danke. Ich weiß, es ist nichts Besonderes, aber der Kerl, der sonst auf der Freeway auf hat, Rosen verkauft, hat jetzt auf Orangen umgestellt. Und da ich nicht weiß, ob du darauf stehst, ist Chuck mein Kind. Was würde das ausmachen? Das würde eine Menge ausmachen. Was denn bitte? Na, fürs Erste würde ich einen geharnischten Brief an einen gewissen Hersteller von Latexprodukten schreiben. Aber was mir viel wichtiger ist, wenn ich sein Vater bin, sollte er das wissen. Er hat schon einen Vater. Ach, wirklich? Ja. Wir leben vielleicht nicht mehr zusammen und er verdient vielleicht nicht so viel wie du, aber er ist ein guter Vater und er liebt Chuck über alles. Dann erziehst du den Jungen also allein? Charlie, mach dir mal bitte keine Sorgen um ihn. Er ist ohne deine Hilfe acht Jahre lang gut zurechtgekommen. Und ich auch. Halt, warte Chrissy. Ich hab's doch nicht gewusst. Mann, da geht man einmal nicht in den Sexualkundeunterricht. Und, Jake, wie gefällt's dir denn auf der Highschool? Ich bin erst in der achten. Verstehe. Und wann gehst du auf die Highschool? Schwer zu sagen, die achte Klasse ist voll scheiße. Jake, Sprache. Ja, Sprachen, Mathe, Physik, Geschichte, Sport. Ja, ich verstehe schon, Schatz. Ich find nicht mal meinen Spinn. So, ich hab mit ihr geredet. Du schuldest mir fünf Mäuse. Er kann gut aufwischen und ich liebe ihn. Hey, Alan, ich war gerade bei Götiger, Gott. Auch schön, dich zu sehen, Schatz. Ist was, Mann? Nein, gar nichts. Ich wollte nur mal reinschauen und meinen beiden Söhnen und meinem einzigen Enkel guten Tag sagen. Vielleicht ist das geil. Und, Mann, siehst gut aus. Hast du was schnippeln, absaugen oder was flicken lassen? Nur Augen und Hintern, aber nett, dass du's bemerkt hast. Hey, Charlie, haben Sie rausgekriegt, ob das Kind von Ihnen ist? Vielen Dank, Bertha. Oh, hätte ich das lieber nicht sagen sollen. Ein Kind? Ja, weißt du, es hat sich rausgestellt, dass es bei jedem Fabrikationsprozess Fehler gibt. Und das gilt auch für Latex, Produkte des täglichen Gebrauchs. Ich verstehe. Und wie weit ist die junge Lady jetzt? Etwa im achten Jahr. Im achten Jahr? Und erst jetzt verklagt sie dich auf Unterhalt? Nein, sie verklagt mich nicht. Sie will nicht mal was mit mir zu tun haben. Hast du ein Glück? Mir hätte dein halbes Haus schon gehört, bevor der Pinke-Test trocken war. Ja, hab ich ein Glück. Ich hab einen achtjährigen Sohn und hab keinen Tag mit ihm verbracht. Oh, du armer Schatz. Die Zeit, die man mit Kindern verbringt, wird völlig überbewertet. Ich weiß, wovon ich rede. Also, komm schon, seien wir mal ehrlich. Es gibt Menschen, die sind geborene Eltern und manche eben nicht. Und ein perfektes Beispiel dafür sitzt neben dir. Siehst du, er sieht es selbst ein. Ja, vielleicht, aber ich wär bestimmt ein guter Vater. Du hast leicht reden, jetzt, wo der Kelch an dir vorübergegangen ist. Du hast recht. Ich hab leicht reden. Wir müssen ihn unbedingt davon überzeugen, das Haus auf meinen Namen zu überschreiben, damit er vor miesen Geld deinen Schlampen sicher ist, die wir vormunden und manipulieren. Die nicht mit ihm verwandt sind, Erlen. Nein. Was willst du schon wieder, Charlie? Hör zu. Ich kann mir vorstellen, warum du mich nicht als Vater sehen kannst. Und es ist eine super Leistung, dass du Chuck allein großgezogen hast. Ich würde euch nur gern, wenn du mich lässt, ein wenig unterstützen. Wow. Das ist ja mehr als nur ein wenig. Hey, acht Jahre sind ja auch furchtbar lang. Was verlangst du dafür? Ich möchte nur, dass für ihn gesorgt ist. Und ihr bekommt auch jeden Monat einen Check von mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will mich nicht einmischen, hab nur keine Sorge. Ich hab nur ein paar Tipps für dich, wenn er älter wird. Und die wären? Weißt du, man sollte die Hausbar abschließen. Aber vergiss nicht, dass man sich auch mit Mundwasser super volldröhnen kann. Wenn der Atem nach Minze riecht, ist das immer verdächtig. Oh, und wenn die Krankenschwester in der Schule nur ein wenig attraktiv ist, kriegen Jungs oft eine Leistungserrung. Vielen Dank, dass du mich vorwarnst. Hab ich gern gemacht. Na dann, viel Glück. Du wirst es brauchen. Oh, hey. Jeremy, deine Mom ist da. Hey, Mom. Hallo, Schatz. Hey, wo hast du denn das Hemd her? Oh, ich hoffe, es gefällt dir. Ich hab's ihm gekauft. Ja, ich find's toll. Du siehst ja aus wie ein richtiger Frauenheld. Kannst du nächste Woche wieder auf ihn aufpassen? Eigentlich nicht, weil ich meinen Job als Babysitter jetzt nicht mehr nötig habe. Ciao. Ich bin echt froh, dass du Verantwortung übernimmst, Charlie. Danke. Du wirst schon sehen, wie wundervoll es ist, für seinen eigenen Sohn zu sorgen. Oh. Oh, hey, Mr. Harper. Hey, Clive, wie geht's? Gut. Also, Mrs. Melnick, das reicht für eine Weile. Hallo. Hallo. Danke, Clive, du bist der Beste. Komm rein, Schatz. Danke, Alan. Partner. Wer war das? Ach, Clive, der Kammerjäger. Der kommt schon ewig zu uns. Äh, hey, Alan. Ist dir schon mal aufgefallen, dass... Hey, Mr. Harper. Hey, Craig. Was soll mir aufgefallen sein, hm? Ach, nichts. Hey, Mr. H. Lang nicht mehr gesehen. Hey, ich bin. Sein erster Job. Danke, dass du ihn eingestellt hast, Mom. Er ist wie geschaffen dafür. Sein erster Job? Das sieht mir aus wie die Geburt einer Karriere. Ich wollte ihn Flyer heften lassen, aber mit dem Hefter wäre er überfordert. Wie viel bezahlst du ihm, hä? Wenn man sich das betrachtet, eindeutig zu viel. Nur damit du es weißt, ich habe in 20 Dollar und ein Playboy-Heft versprochen. Ein Playboy-Heft? Mach dir mal keine Sorgen, ich übermale die Tittis und Tutus. Oh, das verstört mich auf so vielen Ebenen. Ich hätte einen Affen nehmen sollen. Du meinst einen anderen Affen, oder? Na, hat der kleine Hohlkopf sein erstes Gehalt gekriegt? Na ja, Gehalt wäre zu viel gesagt und verdient hat er es auch nicht und wir nennen ihn nicht... Äh, Hohlkopf ist gut. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Job. Schlachthof. Ich musste Schafsdame ausstreichen für eine Kondomfabrik. Nicht so sexy, wie es sich anhört. Ich war Bläser in einem Hundesalon. Ja, mit dem Föhn. Ah, das hätte ich beinahe missverstanden. Was liest du da? Dank Oma ein super Interview mit einem Golftempion. Hey, Alan, hast du Bargeld? Ja, warum? Kannst du mir was borgen? Wofür? Bist du meine Mutter? Gib mir ein paar Mäuse, dann muss ich nicht zum Automaten. Wann gibst du es mir wieder? Äh, keine Ahnung, morgen. Okay, wie viel brauchst du? Nur ein paar Hundert. Ein paar Hundert? Wer hat denn so viel Geld bei sich? Tja, mal sehen. Stripperin, Nutten, Buchmacher und nicht ganz zufällig, ich. Tja, weißt du, ich hab hier nur 32, 33. 38 Dollar. Das ist alles? So viel brauch ich für die Parkuhr. Es ist der perfekte Betrag für einen Straßenraub. Nicht so wenig, dass der Räuber sauer wird und mir die Pistole über den Kopf haut. Und nicht so viel, dass ich ihm vor Wut die Knarre aus der Hand reißen will und dabei abgeknallt werde. Du hast also 38 Dollar. Ja. Äh, nur mal so aus Neugierde. Für wie viel würdest du mit einem Räuber um die Knarre kämpfen? Wenn wir von einem kleinen Räuber ausgehen, würde ich sagen 40. Also gut, dann her mit den 38. Du willst alles? Wieso nicht? Dann hab ich ja nichts mehr. Und du glaubst, 38 Dollar ändern daran was? Und wenn ich ausgehen und Spaß haben will? Für 38 Dollar Spaß? Ich würde ja nicht alles verschleudern. Okay, du wirst nicht ausgehen und Spaß haben, das machst du nämlich nie. Und weißt du auch wieso, weil du gar nicht weißt, was das ist? Oh, oh, ich weiß sehr wohl, was das ist. Nur haben wir verschiedene Auffassungen von Spaß. Für mich sind das weder Harnröhreninfekte noch Alkoholvergiftungen. Jetzt her mit dem Geld, du abfüllst. 38 Dollar. Um 40 hättest du mit mir kämpfen müssen, mein Freund. Hey, Charlie. Hast du mein Geld? Charlie. Ich versuch zu schlafen. Ich muss zur Arbeit, du wolltest mir doch mein Geld geben. Das darf doch nicht wahr sein. Du musst gar nicht aufstehen, sag mir, wo es ist. Ich hab das letzte davon gesehen, als es zwischen den beiden hübschesten, von Menschenhand geformten Brüsten steckte, die mir je um die Ohren gehauen wurden. Oh, Charlie, was du wieder für nette Sachen sagst. Oh, Ginger, mein Bruder Erlen. Erlen, Ginger. Hi. Hi. Du willst damit sagen, dass du mein Geld nicht hast? Nein. Du hast versprochen, es mir heute zurückzuzahlen. Heute hat noch nicht mal angefangen. Doch, für mich schon. Aber nur, weil's dir alleine im Bett zu langweilig wird. Können wir bitte darüber reden, wenn einer von uns keinen runden, warmen Hintern in die Leiste gedrückt kriegt? Was? Du kriegst es also heute Abend? Ich hoffe, ich krieg's, sobald die Tür zu ist. Du meinst, du hast kein Geld hier? Keine Sorge. Für Nutten immer. Nein. Hast du Hunger in der Schule? Dann merk dir gut. Lass die Popel in der Nase und is Butterbrot. Hey. Na, wie war dein Tag, Schatz? Schön. Außer, dass ich mein Lunch mit meinem Glücksdollar bezahlen musste, wo die Indianerin drauf ist. Was kriegt man denn so für einen Dollar? Zwei Tankstellen-Hotdogs, die ein Jahr alt waren und keinen Tag jünger. Vielen Dank dafür. Ist die Indianerin auf dem Dollar so scharf wie die auf der Land-O-Lakes-Butter? Keine Ahnung. Ich will's hoffen. Ich würd's gern glauben. Okay, Charlie. Ich mach mich vom Acker. Warten Sie. Sie kriegen noch Geld. 40, 40, 40. Vielen Dank. Aber ich hab doch auch Geld für Ihre Pizza ausgelegt. Oh, richtig. Wie viel war das? Sie haben auch extra Knoblauch bestellt, also sagen wir 75 Dollar. Kannst du auf den 100er rausgeben? Nein. Okay. Geben Sie es mir irgendwann. Na klar. Warte, warte, warte. Wenn hier schon Zahltag ist, hast du meine 40 Dollar? Na klar. Kannst du auf den 100er rausgeben? Nein. Na dann irgendwann. Warte mal. Warum darf Börter es dir irgendwann zurückzahlen und ich nicht? Ach, mach dir nichts vor. Die wird's mir doch nicht zurückzahlen. Okay, und was ist mit mir? Was soll mit dir sein? Ich will meine 40 Dollar. Du hast mir nur 38 geliehen. Ja, aber runde Summen merke ich mir einfach viel besser. Du magst also runde Summen. Ja, ich mag runde Summen. Okay. Ich hab ne runde Summe für dich. Die heißt Null. Ein süßes, kleines, rundes Etwas. Sie lässt nichts rein und nichts raus. Kommt dir das bekannt vor, Anna? Nennst du mich Anna? Genau. A-L-A-N. Anna. Okay, okay, okay. Es läuft also darauf hinaus, dass du mir mein Geld nicht zurückzahlst. Richtig? Weißt du, um die Wahrheit zu sagen, ich wollte es dir zurückzahlen, aber dein Verhalten nervt mich. Ich nerve dich. Ja, genau. Du nervst wie ein Wadenkrampf. Du bist ein Krampf und nervst. Hey, hey, ich hab dir 38 Dollar geliehen und du schuldest mir 38 Dollar. Ja, und du wohnst seit sechs Jahren bei mir am Strandhaus und daher schuldest du mir ne Million Dollar. Ne Million Dollar? Das ist ne Eins gefolgt von sechs engen kleinen Arschlöchern. Wow. Was hast du denn? Gestern war mein Tank noch viertelvoll und heute fahr ich einen Kilometer in den Topanga Canyon und peng, nichts mehr drin. Ha. Ja, und da oben kriegt man kein Netz. Das heißt, ich musste bis hier runter wandern, um den Pannendienst anzurufen. Oh, wie furchtbar. Furchtbar? Wie kann über Nacht ein Vierteltank voll Benzin verschwinden? Ist mir ein Rätsel. Moment mal, ihr riecht's doch nach Benzin. Ach ja? Ich riech' keinen Benzin. Dein Atem riecht doch nach Benzin. Du hast meinen Tank leer gesaugt. Oh, also ich bitte dich. Denkst du wirklich, ich stecke einen Gummischlauch in deinen Tank, sauge ihn an, sodass das Benzin aus deinem Tank in meinen läuft, um die 38 Dollar, die du mir schuldest, wegzumachen? Das ist völlig verrückt. Ja, ja, du hast recht. Wie konnte ich nur? Was soll das? Tu mir einen Gefallen. Sag doch nochmal völlig verrückt. Hey, bist du wahnsinnig? Komm mir nicht zu, Herr? Ach, komm schon. Komm schon. Nur zum Spaß sag, Hilfe, mir fliegt der Kopf weg. Na schön, na schön, na schön. Ich hab deinen Tank leer gesaugt, aber jetzt mach das wieder aus. Also schön, schön, schön. Wir sind quitt. Du hast deine Kohle wieder. Ähm, genau genommen, hattest du bei 1,25,9 pro Liter nur genau 13 Dollar und 32 Cent im Tank, also schuldest du mir noch 24,68. Raus. Was? Raus aus meinem Haus. Weißt du was? Vielleicht mach ich das. Nein, vielleicht bedeutet, du hast noch eine Wahl. Oh, du willst mich also wegen 24 Dollar und 68 Cent aus dem Haus werfen? Nein, ich werf dich raus, weil du geizig bist und ein Krampf, der nach Benzin stinkt. Ich bin kein Krampf. Bin schon weg. Au, 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 au. Da ist keiner schuld dran, Jack. Sowas kommt vor. Sowas kommt bei dir ganz schön oft vor. Oh, hey Jungs, was macht ihr denn hier? Dad hat mal wieder Onkel Charlie genervt. Ähm, tut mir leid, dass ich so reinschneue. Oh, kein Problem. Schön, dich zu sehen. Er hat sich schon wieder rausschmeißen lassen? Was hast du denn wieder angestellt, Alan? Ich hab gar nichts angestellt, aber ich kann nicht mehr bei Charlie wohnen und deshalb dachte ich, ich bring Jake Sachen vorbei und such mir erst mal eine Wohnung. Gut, viel Glück. Aber da hat niemand dran schuld. Ich hab nur gedacht, es wird Zeit, dass ich selbstständig werde. Okay, gute Nacht. Aber nur, dass ich's wisst, Charlie ist ein verlogener Gauner und ich fürchte auch ein Pyromaner. Wirklich? Er kam mir immer ziemlich ehrlich vor. Etwas locker mit dem Alkohol und den Frauen, aber sonst scheint er mir ein guter Kumpel zu sein. Seit wann ist Charlie Harper ein guter Kumpel? Was erzählst du da? Ähm, ich kenne ihn bestimmt nicht so gut wie du, deshalb halte ich lieber meine Raffel. Äh, jedenfalls ist hier der Rest von Jakes Sachen. Also, ihr bekommt meine neue Adresse, wenn ich eine habe. In Ordnung. Und wo wohnst du so lange? Raffel. Hörb. Äh, ich weiß nicht, es ist finanziell etwas eng, deshalb ist ein Hotel nicht unbedingt ideal. Vielleicht gehe ich für ein paar Tage in die Jugendherberge, ihr wisst schon. Ähm, mal sehen. Ich könnte in meiner Praxis schlafen oder auf dem Auto sitzen. Oh, das geht doch nun wirklich nicht. Raffel, raffel, raffel. Aber Judith, du kannst doch nicht erwarten, dass der Mann im Auto schläft. Lieb von euch, ich hole nur ein paar Sachen. Das wird schon. Er ist nicht von der Sorte, die länger bleibt, als sie willkommen ist. Er ist seinem Bruder sechs Jahre auf die Nerven gegangen. Ach, Hörb, könntest du mir kurz das Fitnesslaufband tragen helfen? Oh, gerne. Liebe dich. Hey, Charlie. Hey, Hörb, was gibt's? Ich wollte ein paar Sachen für Alan abholen. Für Alan? Ja, er wohnt bei Judith, bis er wieder auf eigenen Füßen steht. Tja, Hörb, ich will dir ja nicht die Laune verderben, aber ich warte seit sechs Jahren darauf, dass dieses fiese Frettchen wieder auf eigenen Füßen steht. Das hat Judith erwähnt. Interessanterweise fast mit denselben Worten. Er wollte jedenfalls Streit mit dir vermeiden und hat mich gebeten, was für ihn abzuholen. Und du machst das? Ich musste da raus, Charlie. Okay, sag mir, was du brauchst. Oh, nur ein paar Sachen. Ich hab eine Liste von ihm gekriegt. Wenn er lange genug bei dir wohnt, kriegst du auch noch ein Magengeschwür von ihm. Hat Judith auch gesagt. Jedenfalls will er Melatonin? Eine Weißschiene? Er knirrscht wohl nachts mit den Zähnen. Ich hab jedenfalls das Restless Legs-Syndrom. Aber nur links. Das Rechte schläft wie ein Baby. Was noch, Herb? Ich hab auch noch Apnoe und ich sabbere. Auf der Liste, Herb. Oh, stimmt, stimmt. Also eine Duschhaube, ein Lufferhandschuh und sowas wie einen kleinen Hocker, auf den er die Füße stellt, wenn er auf der Toilette sitzt. Was? Ja, wenn sein Morgenkaffee nicht wirkt, kann er offenbar mit erhobenen Füßen mehr Druck für eine erfolgversprechende Darmentleerung aufbauen. Das soll ein Witz sein. Nein, hier. Keine erfolgversprechende.de. Das bedeutet Darmentleerung. Okay. Schön, das Gästezimmer ist da hinten. Oh. Oh, ich hab grad Margaretes gemixt. Magst du? Oh, ich fürchte, da muss ich ablehnen. Judith wartet auf mich und sie kann ganz schön wütend werden. Salz oder kein Salz? Salz. Gut. Ist das abartig. Ist nur für ein paar Tage, Jake. Mach keine Affäre draus. Das wirkt sich bestimmt auf meine Noten aus. Wie denn? Noch schlechter können die ja gar nicht werden. Toll, wie du sein Selbstvertrauen wieder untergräbst. Jetzt siehst du, wie meine Wochenenden aussehen. Mit dir redet hier keiner. Wo schläft er denn? Ich bin kein Er, ich bin dein Vater. Wenn du kein Er bist, wie bist du dann mein Vater geworden? Du schläfst auf der Couch. Und das Gästezimmer? Das ist inzwischen Herbs Eisenbahnzimmer. Sein was? Er ist Modellbahntüftler. Er darf hier tüfteln? Er arbeitet schwer, da darf er doch ein Hobby haben. Ich darf manchmal die Mütze aufsetzen. Ich hab dich jahrelang angebettelt, weil ich ein Spielzimmer wollte. Pool-Billiard, Ping-Pong, irgendwas. Das ist was anderes. Wieso? Pop spielt allein mit seinen Zügen. Wahrscheinlich spielt er noch mit was anderem allein. Wie bitte? Nichts. Verstehe. Ist das hier wundervoll? Ja. Darf ich dir was gestehen? Was denn? Ich denke oft über den Weg nach, den ich nicht eingeschlagen habe. Welchen Weg meinst du? Deinen Weg, Charlie. Oh. Ist ein guter Weg. Also kommt mir das Gras auf der anderen Seite nicht nur grüner vor? Nein. Hammermäßig grün ist das Gras hier drüben. Verdammt. Hoppla. Für mich. Wollen wir's hoffen. Der eingeschlagene Weg. Willst du nicht rangehen? Nein. Judith killt nur meine Stimmung. Ja? Sie ist ein Stimmungskiller. Aber ich liebe sie. Nett von dir. Ja, und im Boudoir sind wir uns sehr sympathico. Das freut mich. Und das Beste ist, sie lässt mich in ihrem Hinterzimmer mit meiner Eisenbahn spielen. Uhu. Uhu. Nein. Verdammter Apfelsaft. Am besten, ich trage eine Windel. Ja. 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 Wird aber auch Zeit, dass du nach Hause kommst. Spüre ich dir etwa eine Entschuldigung? Hoppla. Wo ist mein Mann? Schläft auf der Terrasse. Was? Wieso? Er ist blau. Herb ist doch kein Trinker. Da magst du recht haben. Also, die Sache läuft so. Ich nehme Herb wieder mit nach Hause und du nimmst deinen Bruder wieder zurück. Wie wär's damit? Du ziehst wieder mit Alan zusammen und ich behalte den Großen da draußen. Ich gewöhne mich langsam an die lange Latte. Charlie, ich bin nicht in Stimmung. Ich hab was anderes gehört. Was? Huhu. Dafür hab ich keinen Nerv. Alan, hierher! Nein. Zwing mich bloß nicht, dich zu holen! Und jetzt bist du schön brav und entschuldigst dich bei deinem Bruder. Na los! Tut mir leid, dass ich so einen Börbel gemacht hab. Und? Und du, du kannst die 24,68 Dollar behalten. Ihr spielt wegen 24 Dollar verrückt! Er hat mich anzünden wollen! Weil er mir den Sprit abgesaugt hat! Hey, Baby, seit wann bist du denn hier? Setz dich ins Auto! Sieh dir das an, ein Pupsocker! Den brauch ich. Wenn man zu stark presst, können Adern platzen. Ein weißes Wort. Herb, Auto! Mach's gut, Charlie. Du auch. Mach's gut, Erlo. Bis dann. War nett, wir sollten das wiederholen. Wie schon! Fast wie früher, hä? Judith schmeißt mich raus und du nimmst mich auf. Du willst mich doch aufnehmen. Nenn mir einen guten Grund dafür. Weil, weil, weil wir verwandt sind. Brüder, wir haben die gleiche Vergangenheit und die gleichen Eltern. Wir haben ein Band, das uns für immer vereinigt. Nein, richtigen Grund. Okay, du machst doch meinen French Toast so gern. Du weißt schon, so dick und fluffig mit Zimt und Puderzucker. Na schön, du darfst reinkommen. Wirklich? Nein. Haha, sehr witzig. Charlie? Du hast die Schlösser ausgewechselt? Ich war doch nur sechs Stunden weg. Charlie? Ach, das noch. Hier, schwarz, zwei Tieten Zucker, doppelt glasiert. Danke. Nein, ich danke. Unfassbar, Oma, hat mich gefeuert. Tja, Partner, der Arbeitsmarkt ist heutzutage nicht einfach. Es gibt immer jemand mit mehr Köpfchen, der weniger verlangt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh uh 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 gauge Was machst du da? Und wonach sieht's denn wohl aus? Mir fehlen die Worte. Ich versuch, die Zimtbrötchen aufzukriegen. Wozu? Ähm, hab gedacht, ich back mal ein bisschen. Aha. Bist du blau? Ein bisschen. Warum machen die denn da bloß eine Kindersicherung dran? Schnüffeln denn Kinder sowas? Hast du schon die Gebrauchsanweisung gelesen? Oh, unser Musterschüler hat gesprochen. Zum Öffnen bitte hart auf die Tischkante schlagen. Wirklich? Wirklich. Schön, ich spiel mit. Allzeitgüte fordern immer eine Handbreit Wasser und im Kiel, ich taufe dich auf den Namen Küchentisch. Ich fürchte, wir haben eine faule Brötchenrolle. Gib her. Und jetzt Stapellauf. Ich verbeuge mich vor eurem Fachwissen. Warum bist du so aufgebrezelt? Ich hab ein Date. Oh, schon den zweiten Abend. Wer ist denn die Masochistin? Ich will ja nicht selbst die Trommel für mich rühren, aber ich treffe mich mit zwei Frauen. Wow, zwei Frauen. Ja. Und trotzdem rührst du noch selbst die Trommel. Weißt du, was nett ist? Wenn sie sich gegenseitig die Trommel rühren. Ich treffe mich nicht mit beiden zusammen. Dann wird's schwierig. Aber nicht unmöglich. Man macht die Glasur, doch sicher erst drauf, wenn sie aus dem Ofen kommen. Ja genau, treufeln, nicht quetschen. Ein Trommler, ein Wort. Und warum hast du die serielle Monogamie aufgegeben? Ich wollte mal endlich nicht nur ein Eisen im Feuer haben. Du meinst mit dem Feuer Frauen? Ja. Und mit dem Eisen deine Zimtbrötchenrolle? Nein. Weißt du, wenn ich nur bei einer ein Eisen im Feuer habe, falls die mich dann verlässt? Sobald sie dich verlässt. Jedenfalls muss ich mir dann eine neue suchen. Wenn ich's aber mit zwei Frauen habe und falls eine mich verlässt... Sobald eine davon dich verlässt. Wie dem auch sei, ich bin nicht allein. Warte mal, warte. Willst du etwa sagen, dass es Vorteile hat, wenn man mit mehr als einer Frau zusammen ist? Ha, Gott, du bist ja ein Genie. Ja, ha, ha. Wir müssen das allen Männern sagen. Schön, vielleicht war ich nicht von Anfang an auf der Party. Nicht von Anfang an? Die Frau ist schon aus der Torte gehüpft und alle haben ihr Stück abgekriegt. Gut, es ist aber nicht zu spät. Und was Mütter um die 40 im San Fernando Valley betrifft, bin ich definitiv der Fang des Jahrhunderts. Überrascht mich nicht. Nein. Eine Reiswaffe wird in jeder Abnehmgruppe zur Sahnetorte. Ich bin nicht arbeitslos, bin Single, gesund, bin belesen und mach was her und bin absolut perfekt im Heucheln, dass ich fremde Kinder mag. Wie beeindruckend. Wissen die Bräute, dass du deinen Nacho in die Salsa und die Guacamole tungst? Was? Du weißt schon. Zwei Pinatas mit einem Stock schlagen. Beide Tanks mit demselben Schlauch füllen. Mit einer Kugel auf zwei Bahnkegel. Klingelt's jetzt? Doch, es klingelt und 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 danke, aber die Bräute wissen es nicht. Sie sind geschieden, haben einen Spießer verloren und wollen einen neuen Spießer. Und du willst ihnen vormachen, das wirst du. Ich lüge nicht mal, ich bin zum Spießer geboren. Ach, die gehen ja hoch, ein Wunder. Ja, das Wunder der Hefe. Ich fahr jetzt. Ja, fahr hin, mein Sohn. Tröpfle deine Glasur auf die geschiedenen Zimtschnecken des Valley. Man, 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 man. Du bist ein toller Koch, Onkel Charlie. Kleinigkeit. Die Fernsehköche tun, als könnten sie Lepra heilen. Kannst du Hackbraten machen? Gibt's den in Rollen? Nein, den gibt's auf dem Teller. Krieg ich einen Schluck? Bier? Nein. Wieso? Weil man seinen Onkel mit 14 nicht nach Bier fragt. Wen soll ich sonst fragen? Keine Ahnung, frag vor einem Getränkemarkt einen Typen, der in Hausschuhen rumläuft und selbst Gespräche führt. Und wie heißt er? Ich geb dir kein Bier, Jake. Ich dachte, du wärst cool. Bin ich. Und weißt du warum? Weil mich deine Meinung interessiert wie ein Betonpfeiler. Wie alt warst du bei deinem ersten Bier? 13, 2, 32. Ja, aber klar. Hör mal, wir reden nicht von mir, wir reden von dir. Was ist mit mir? Also, es ist so. Alkohol ist was für Menschen, die ein paar Hirnzellen verschmerzen können. Ja, und? Beweisführung abgeschlossen. Was für eine Führung. Morgen Kuppel, wie willst du deine Eier? In einem Osternest. Wie du möchtest, rühre Eier. Morgen. Morgen. Was wird das? Unser Frühstück. Wie wollen Sie Ihre Eier? Dort da oben. Wie Sie wünschen, rühre Eier. Kochen für Dummies. Tut mir leid, Jake, aber ich koche für alle. Wie kommen Sie denn darauf? Weiß nicht, ich wollte mein Horizont etwas erweitern. Aha. Was denn? Ich frag mich nur, wie Sie mit Rühre eine Frau ins Bett kriegen wollen, Charlie. Frag ich mich auch. Ich geh ran. Hallo? Oh, oh, hi, Stephanie. Ja, ja, ich fand's auch wundervoll. Ja, es war was Besonderes. Ich mach das sonst auch nicht beim ersten Date. Danke, dass ich's machen durfte. Heute Abend, sagst du? Oh Gott. Hey, Alan, wie willst du deine Eier? Sekunde. Stephanie will mit mir ausgehen, aber ich hab schon ein Date mit Katie. Was mach ich jetzt bloß? Also rühre Eier. Die Sache ist die, ich hab schon was vor mit meinem Sohn, der mein Ein und Alles ist. Was machen wir heute? Nichts, verschwinde. Oh, oh, was wir machen wollen? Äh, was Väter und Söhne ebenso machen. Wir gehen zum Beispiel einmal die Woche... Gurkart fahren. Gurkart fahren. Und, äh, und... Essen Pizza. Essen Pizza. Und, äh... Und trinken Bier. Und trinken... Verschwinde! Und, 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 und trinken sehr viel Wasser, was, was ja sehr wichtig für die Gesundheit ist. Wir wollten uns doch am Samstag treffen, ja? Äh, okay, äh, äh, toll, toll, gut. Ja, wir sehen uns dann. Ja, bis dann. Wir gehen gar nicht Gurkart fahren. Nein. Du missbrauchst mich für deine Zwecke, ja? 20 Dollar. Hey, Alan, wie findest du das? Warum riecht das nach Bourbon? Im Kaufbuch steht Rühei a la Scotch. Hat was verschüttet, war ein Witz. Nein, nein, danke. Wie du willst. Hm, etwas zu viel Ei. Nee. Jake, ich hab deiner Mutter gesagt, ich liefere dich bis 7 Uhr ab. Wir müssen fahren. Hey, Alan, Alan. Willst du meine Hollandaise versuchen? Du hast eine Hollandaise gekocht? Sag du's mir. Du hast keine Hollandaise gekocht? Nichts war's mit Eier, Benedikt. Charlie, warum machst du das denn? Was? Seit ich hier wohne, hast du den Herd höchstens mal angemacht, um dir eine Zigarre anzuzünden. Na ja, man wächst, man verändert sich. Man betrinkt sich, wenn man eine Kochsendung sieht. Jake, wir müssen fahren. Ich komme heute später zurück, weil ich gleich meine Rose Herzblatt Nummer 2 überreiche. Wow. Nur du wirkst schwul, während du's mit zwei Frauen treibst. Sagt der Mann in der Schürze mit der geronnenen Hollandaise. Du gibst also zu, dass es Hollandaise ist. Mom sagt, du sollst mich bei Gabe absetzen, wir lernen dort. Du willst wirklich lernen? Klar, siehst du? So einen Respekt hat er, dass er mich belügen muss. Hey, Alan, da wir gerade von Lügen reden, irgendwann werden dich die Bräute etwas fragen, worauf du nicht gleich eine Antwort weißt. Und was? Vielleicht so was Einfaches wie, wo warst du letzte Nacht? Oder so was Hinterlistiges wie, wie kommt dieser Ohrring in deine Unterhose? Ich will damit sagen, sei auf der Hut. Ich soll von dir lernen, wie man Frauen belügt. Naja, weißt du genug, um zu sagen, Überraschung, der Ring ist für dich. Jetzt weiß ich's. Und was du dir unbedingt merken solltest, du musst immer eine Frage mit einer anderen Frage beantworten. Wie meinst du das? Richtig. Was? Gut, du kannst es. Schon wieder blau? Ja. Ich bedanke mich für deinen Ratschlag. Du kannst noch mehr haben. Charlie, bitte versteh das nicht falsch, aber wenn eine halbbewusstlose Schnapsdrossel wie du viele Frauen zugleich beschlafen kann, werde ich's schon mit zwei schaffen. Warum sollte ich das falsch verstehen? Ja, schmeckt ja wie ein alter Hintern. Liegt's nur an mir oder hast du auch das Gefühl, dass wir sehr vertraut miteinander sind? Irgendwie. Ich meine noch nicht so, dass wir uns auch für untenrum Kosen haben geben, aber bald ist das auch so weit. Oh, hey, nächste Woche fährt mein Verflossener mit unserer Tochter ein paar Tage weg, dann können wir das ganze Wochenende schön im Bett verbringen. Oh, hört sich ja toll an. Ich rühre mich bis dahin nicht an. Oh, warte, nächstes Wochenende? Weißt du, ich muss nachsehen, aber der Samstag ist ein Samstag, an dem ich arbeiten muss. Oh nein, wirklich? Leider, der Samstag ist auch nicht mehr das, was er früher mal war. Wegen der Wirtschaftskrise kennen die Leute keinen Sabbat mehr, vielleicht bis auf ein paar orthodoxe Juden, du weißt schon, die mit den Bärten und den Hüten. Hast du Jentl gesehen? Ein wundervoller Film, den würde ich mir sogar kaufen. Alan, triffst du dich noch mit einer anderen? Charlie, triffst du dich noch mit einer anderen? Wie kommst du denn auf sowas? Weil ich einfach wissen muss, ob ich dir vertrauen kann. Tja, Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Ich weiß. Wirklich? Denn ohne Vertrauen haben wir nur noch den Sex. Mir kannst du vertrauen, Charlie. Das hoffe ich sehr. Man hat mir schon oft wehgetan. Oh, aber ich tue dir nicht weh. Versprochen. Dann ist ja alles gut. Oh, eine andere Frau? Ja. Du, 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 du glaubst, ich hätte was mit einer anderen Frau? Ja. Du denkst wirklich, ich würde mich mit einer anderen treffen, während ich mich mit dir treffe? Ja. Woher weißt du das denn? Willst du nicht rangehen? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Hi, hier ist Charlie. Mach dein Ding nach dem Pieps. Hey, Onkel Charlie. Ich bin's. Jakey. Ich bin blau. Wie geht's? Hast du eine Torte bei dir? Hat sie dicke Titten? Jake, wo bist du denn? In welcher Mall? Die haben alle Brezelstände, du Vollidiot. Okay, rühr dich nicht vom Fleck. Ich komm dich abholen. Das besprechen wir nachher. Wie Melonen. Ich hab dich auch sehr gern. Ja, wir haben von Mann zu Mann gesprochen. Okay, also ich muss auflegen. Musst du fahren? Nein, wir haben Zeit. Wo warst du denn zum Teufel? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, Jake. Was isst du denn da? Pizza-Bretzel. Mal versuchen? Nein, vielen Dank. Die ist mit Chilis drauf. Das wirst du bereuen. Warum? Du wirst sehen. Wo hast du den Fusel her? Ich hab deinen Rat befolgt. Gabe und ich haben den abgerissenen Typen Bier holen lassen. Oh, Jake. Der Typ heißt Satellite Jack. Die Regierung hat ihm die Nieren geklaut. Sind 20 Dollar zu viel für ein Sixpack? Nicht, wenn's ein Typ ohne Nieren-Namen Satellite Jack für einen kauft. Und woher waren die 20 Dollar? Schmiergeld von meinem Vater. Das kann nicht sein. Ja, für einen Geizkragen wie ihn kann er ziemlich großzügig sein. Das ist wahr. Tief in meinem Inneren liebe ich ihn. Und dich, Onkelchen, liebe ich auch. Na toll. Wir haben uns alle furchtbar lieb. Und wo ist dein Freund? Gabe ist abger und als ich kotzen musste, die Schweinebacke. Los, steig aus. Was? Ich kenn jetzt die Einzelheiten. Raus, raus, raus. Aber ich verspreche dir, ich muss nicht mehr kotzen. Ah, jetzt weiß ich, was du mit den Chilis gemeint hast. Hör zu, meine Mom denkt immer noch, ich würde bei Gabe lernen. In diesem Zustand sollte ich vielleicht nicht heimgehen. Und was willst du stattdessen unternehmen? Keine Ahnung, wie wär's mit nem Film für Erwachsene? Mit Busen, gewaltfrei. Oh, oh. Geh aber vom Auto weg. Nein, falscher Alarm. Warte drauf. Worauf soll ich warten? Oh. Oh, sieh mal einen Hahn. Hast du was auf den Schuhen? Ein bisschen. Im Kofferraum ist ne Plastiktüte. Du wirst die Tüte öffnen und beide Schuhe reinlegen. Dann verschließt du sie und legst die Tüte wieder in den Kofferraum. Okay. Und leg dich selbst daneben. Okay. Nein. Nein. Alan. Überraschung. Ich dachte, du fährst mit deinem Sohn Go-Kart. Ja, weißt du, das war gelogen. Aber ich kann jetzt nicht mehr lügen. Ich war mit ne anderen zusammen, aber ich konnte nur noch an dich denken. Ich bin nur für eine Frau geschaffen und Baby, die Frau bist du. Wer ist denn da, Schatz? Ist nur ein Vertreter. Verschwinde. Du triffst dich mit einem anderen? Verpiss dich. Was? Aber ich dachte, das wäre was Besonderes mit uns. Wer ist denn da drin? Bist du verheiratet? Weil ich dachte nämlich... Dein Körper hat dir gerade was mitgeteilt. Ja, ja, er hat gesagt, ich soll mein Essen besser kauen. Sieh dir den Schrimp an, den könnte man abwaschen und für neu verkaufen. Dein Körper hat dir auch gesagt, dass Alkohol Gift ist. Warum trinkst du ihn dann, wenn es Gift ist? Weil ich Dinge in mir abtöten muss, die da nicht hingehören. Du kannst Gefühle nicht mit Alkohol abtöten, Onkel Charlie. Genau. Und du kannst deine Gefühle nicht mit Cremetörtchen unterdrücken. Hab's versucht. Das glaub ich dir sehr gern. Wenn du dich mal darüber aussprechen willst, ich bin für dich da. Gut zu wissen. Wow, das hat mir bis in die Nüsse gezogen. Hallo? Irgendwann zu Hause? Du verrätst mich doch nicht. Jake, Kumpel, wie kannst du das von mir denken? Hey, was ist denn hier los? Jake hat sich mit deinen 20 Dollar vorlaufen lassen. Oh, du besser, besser Junge. Also, wie wär's mit nem Bier? Ja. Nee, nee, nie wieder. Wohl wahr. Euer Problem mit den Frauen und dem Alkohol ist, dass ihr mich seht und denkt, es wär leicht. Aber ihr seht nicht, wie viel harte Arbeit und Hingabe dafür nötig waren, um aus mir den leichtlebigen, betrunkenen Weiberhelden zu machen, der ich jetzt bin. Charlie. Oh, Verzeihung, Baby. Ich hatte ein kleines Familiendrama. Du hast mir doch versprochen, dass du mir gibst, was ich will, wenn ich dir gebe, was du willst. Genau. Frühstück im Bett. Wie willst du deine Eier? Rührei, bitte. Ja. Junger Mann. Wenn ich vorhin nicht mit einem Elektroschocker niedergestreckt worden wäre, würden wir beide uns jetzt sehr ernsthaft unterhalten. Ja, warte kurz. Oh, oh! 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 Amen. Wirklich lieb von dir, dass du so früh aufstehst und mich zur Arbeit fährst. Ich schulde dir was. Du schuldest mir was, seit ich dich nicht in der Wiege erwirkt hab. Dann würde ich was sagen, ich schulde dir noch was. Bald kommt mein Auto ja wieder aus der Werkstatt. Der Motor hat geklopft, das war grauenhaft. Es war wie ein... Ich hab immer hereingerufen, aber es kam keiner. Oh, da drüben ist eine Lücke, da könntest du... Klappe. Es ist sieben Uhr, wo wollen die vielen Leute überhaupt hin? Ja, genau, wirklich, da leide ich jeden Morgen drunter, es ist schrecklich frustrierend. Manchmal würde ich mir am liebsten eine Hütte im Wald kaufen und weit weg von allen... Ich sagte Klappe. Ja, richtig. Warum tauschen die Leute, die uns entgegenkommen, nicht ihren Job mit denen, die in die Richtung fahren? Dann braucht keiner mehr ins Auto zu steigen. Das ist ja eine super Idee. Hervorragend. Vorsicht, mein Freund. Ja. Warte mal, wie willst du denn wieder zurückkommen nach Malibu? Äh, ich hab... Ich hab gehofft... Nein, Charlie... Nimm den Bus. Es wird kein Bus von Tirzainer nach Malibu. Dann steig eben um, was soll's. Du musst ja nicht unbedingt in Malibu ankommen. Ach, Charlie. Komm schon, es ist doch nur für ein paar Tage. Das waren auch Moms Worte, nachdem sie dich geboren hatte. Der war gut. Ich finde dich furchtbar witzig, Olli. Wirklich witzig. Du weißt doch, Laurel und Hardy... Mann, die sind schon ganz schön tollpatschig gewesen, was? Wie wär's mit, äh, Abbott und Costello? Hey, Abbott! Oder, oder, äh, Martin und Louis? Hey, Lady, Sie haben ja Haarnetz vergessen. Wollen Sie es wieder aufsetzen? Die drei Stooges? Nack, 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 nack. Warum hältst du jetzt an? Au, au! Bist du verrückt geworden? Aua! Nee. Okay, ich hab nichts gegen einen brüderlichen Klaps, aber dass du mir die Brustwarzen umdrehst, geht zu weit. Immerhin hab ich sie dir nicht abgerissen, sei Frau. Weißt du, wenn du wirklich aufs Klo musst, da vorne den Gang runter ist eins. Was ist denn mit dem in der Praxis? Ähm, das ist nicht für Gäste. Und mein Haus auch nicht. Ich hab keine Papierhandtücher mehr. Dann werde ich meine Hände an dir abtrocknen. Geh zur Seite. Morgen, Dr. Harper. Morgen, Melissa. Hallo, Melissa. Du alter Bastard. Die Toilette ist da vorne rechts. Gut zu wissen. Hi. Ich bin Charlie, Allens Bruder. Freut mich sehr. Freut mich auch sehr. Musst du nicht pinkeln? Verschwinde. Und? Wie lange arbeiten Sie schon für meinen kleinen Bruder? Etwa ein halbes Jahr. Wow. Seit einem halben Jahr hält er sie von mir versteckt. Charlie, würdest du mal kommen? Alan, ich hab dich zwar hergefahren, aber du musst mir nicht schon wieder dafür danken. Mi Mercedes ist su Mercedes. Das macht dein Bruder doch gern, wenn er so viel wohlhabender ist als der andere. Charlie, ich muss mit dir reden. Entschuldigen Sie uns. Charlie, sie ist die beste Empfangsdame, die ich je hatte. Ich hoffe sehr, ich kann dasselbe sagen. Gott, jetzt bau keinen Scheiß, wo ich arbeite. Hey, du baust Scheiß, wo ich wohne. Erzähl mir von ihr. Was soll ich da erzählen? Sie ist wunderbar als Angestellte. Sie führt meinen Terminplan, meine Bücher. Meine Patienten lieben sie. Ihretwegen läuft der Laden wie ein Uhrwerk. Und das für ein Gehalt, das mehr als mickrig ist und ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und du knallst sie nicht? Nein, warum sollte ich? Und selbst wenn ich sie knallen würde, würde ich den Ausdruck Knallen nicht verwenden. So bezeichnet man keinen sinnlichen Akt. Ja, ja, also hab ich freie Bahn? Nein, ganz und gar nicht. Die Bahn ist voller Straßensperren und spitzer Krämenfüße. Will einer von Ihnen vielleicht einen Kaffee? Nein. Wir wollen beide keinen. Bitte geh jetzt. Also schön. Wiedersehen, Melissa. Wiedersehen, Charlie. Vielleicht sieht man sich ja mal. Oh, spätestens heute Abend, wenn ich ihren Boss abhole. Oh, oh, Charlie, nein, du musst nicht so weit fahren. Ich nehm den Bus. Ich dachte, es gibt keinen. Ich chartere einen, wenn's sein muss. Wie wär's, wenn ich sie nach Hause fahre? Oh, das find ich ja echt reizend von ihm. Du hast ja ne echte Perle hier, Alan. Wissen Sie was? Wenn Sie ihn bei mir abliefern, steht eine kalte Margarita für Sie bereit auf meiner Terrasse. Die hat einen schönen Meeresblick. Am Strand. Und in Malibu. Das hört sich wundervoll an. Nein, es ist kalt, neblig und voller Möwenscheiße. Deshalb gewinnt er nie den Malibu-Slogan-Wettbewerb. Wir sehen uns heute Abend, Melissa. Bis dann, Charlie. Schönen Tag noch, Bruder. Ich hasse dich. Ich hasse dich auch. Ihr Bruder ist wirklich süß. Ja, wie ein Haifisch. Toilette? Oh, ich geb Ihnen den Schlüssel. Danke. Hab ich gern gemacht. Sie sind ja ein echtes Püppchen, was? Und Sie sind süß. Sie ist ja wirklich ne Puppe. Ich frage mich, ob sie anatomisch korrekt ist. Wer ist denn der Schlumpf? Der Schlumpf ist meine Empfangsdame. Sie erlauben, Charlie, dass er sie knallt? Okay, ich finde, erstens ist das ein hässliches Wort. Und zweitens, ich hab sie nicht. Was soll ich machen, wenn ich ihn nicht betäuben und irgendwo im Wald aussetzen will? Ja, er ist wie ein Bluthund, sobald er eine Fährte aufgenommen hat. Jetzt kann ich nur abwarten, bis der Bluthund hochspringt und mir ins Gesicht beißt. Und wenn er mir mein Gesicht zerfetzt hat, rennt er um mich rum und beißt mir in den Hintern. So bin ich. Ich hab weder einen Hintern noch ein Gesicht. Das kommt davon, wenn man Arbeit und Privatleben vermischt. Und deshalb haben Charlie und ich von Anfang an nur auf beruflicher Ebene verkehrt. Ja, ja, ich hab mich schon oft darüber gewundert. Seitdem Charlie mich übernommen hat, gilt ein ehrenes Gesetz. Cookie, nicht Grabschi. Gott's wirk. Gut, ich mix dir noch eine, aber versprich mir, sie nicht wieder auf Ex zu trinken. Versprochen! Ach, der Zwerg ist wirklich ein Knaller. Charlie, weißt du, wie schwer es ist, eine gute Empfangslamme zu finden? Ja, war eine super Leistung. Hut ab! Danke, und ich will sie keinesfalls verlieren. Warum solltest du auch? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht, weil mein Bruder sie erst schänden und dann wegwerfen will, wie eine warme Melone. Eine warme Melone? Nichts. Jedenfalls will ich darauf raus, dass sie, wenn du mit ihr Schluss gemacht hast, so furchtbar verletzt sein wird, dass sie alles, was mit dir zu tun hat, aus ihrem Leben verbannen will und vor allem mich. Und darüber machst du dir Sorgen, du Schwafler? Genau darüber mache ich mir Sorgen. Worüber sollte ich mir sonst Sorgen machen? Kannst du mir das vielleicht mal erklären? Na, wenn du schon fragst. Über deinen schwindenden Haaransatz, über deinen analfabetischen Sohn, dein Brustwachstum. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Charlie, bitte, ich flehe dich an. Hör zu, ich kann deine Sorgen ja verstehen, aber es ist anders. Melissa ist wundervoll. Tja, du findest sie immer wundervoll. Sie sind vorher wundervoll, sie sind während wundervoll, nur hinterher nicht, wenn sie heulen und Zähne fletschen. Warum geht's hier immer nur um dich? Darf ich nicht auch einmal meinen Spaß haben? Du hast doch andauernd deinen Spaß. Mann, du hast deinen Spaß und meinen und allen Spaß der Welt. Du saugst dir den Spaß wie Mark aus den Knochen der... Lass die Pfoten weg von hier. Alan, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du denkst nur an den alten Charlie. Den alten, erst muss er sie knallen, dann lässt er sie fallen, Charlie. Oh, oh, genau. Den alten Charlie von damals, heute Morgen. Ich mein's ehrlich, ich will eine langfristige Beziehung mit dir haben, weißt du? Ach echt? Ja. Ich will sie erst mal kennenlernen und sie soll mich kennenlernen, bevor wir zusammen ins Bett hüpfen. Wow, ich bin beeindruckt. Dass ich reifer werde? Nein, dass du lügst, ohne rot zu werden. Du wirst schon sehen. Mit Melissa wird es anders sein. Ich werde mir Zeit nehmen, sie als Freundin gewinnen, mich gefühlsmäßig binden und dann, erst dann können wir uns näher kommen. Oh, Charlie. Du Schwein. Morgen, Dr. Harper. Morgen. Was haben Sie für einen schönen Schlafanzug an? Danke. Und was haben Sie für einen schönen... Danke. Sie sind bestimmt überrascht, dass ich hier bin, hm? Ja, es ist ein Schock. Normalerweise mache ich sowas ja nicht, das wissen Sie doch hoffentlich. Einfach zapp, zapp mit einem Mann ins Bett hüpfen. Es geht mich ja nichts an. Eigentlich nie. Aber Charlie ist so nett und was ganz Besonderes. Ja, er ist ein Schätzchen. Ja, und das trifft sich auch gut für Sie? Wirklich? Wieso denn? Solange Ihr Auto noch in Reparatur ist, können wir zusammen zur Arbeit und wieder zurückfahren. Ich verstehe. Dann kommen Sie also wieder? Oh ja. Ich soll übers Wochenende bleiben, hat Charlie gesagt. Ach ja? Ja, supi, hm? Uns verbinden so furchtbar viele Dinge. Und nicht nur körperlich. Obwohl das Körperliche echt überwältigend ist. Das alles geht mich ja nichts an. Es ist, als würde ich ihn schon mein Leben lang kennen. Ich kenne das Gefühl. Sie werden es überwinden. Hey, Baby. Hey, Großer. Hab ich da eben Toast gerochen? Ja, hast du. Willst du eine Schnitte? Ich kann Butter und Gelee draufschmieren. Ach, Déjà-vu. Ah, hör auf, du Monster. Entschuldigung, Dr. Harper. Schon okay. Ich hab gar nicht zugehört. Ich muss jetzt unter die Dusche. Fahren wir in 20 Minuten? Du wolltest dich doch krank melden. Ich doch. Das war ein Witz. Es ist... Schon okay. 20 Minuten. Toll. Alan, du weißt, dass ich sonst ein Zyniker bin. Aber diese zauberhafte kleine Elfe hat mein einsames und kaltes Herze nur eine Nacht zum Schmelzen gebracht. Was du nicht sagst. Vielleicht glaubst du mir nicht. Aber hier passiert wirklich was Großes. Vielen Dank, dass du mit dieser Frau mein Leben reich gemacht hast. Vielleicht glaub ich dir nicht. Also gut, schön. Glaub, was du willst. Also, bitte entschuldige mich. Ich spiele jetzt Gulliver geht bei den Lilliputanern und in die Dusche. Die Verspätung tut mir leid. Schon okay. Ich war etwas länger unter der Dusche als geplant. Ja, sowas kommt vor. Also ehrlich, ich bin total verrückt nach Ihrem Bruder. Schön. Ich hoffe, es lohnt sich. Wie kann einer wie er denn noch Single sein? Tja, er hatte schon immer was von einem Schmetterling. Er flattert durchs Leben und ist schwer festzunageln. Und ein gefallener Säufer wie er wirkt auf die Frauen wie eine Fahrbahnschwelle. Sind Sie witzig, Dr. Harper. Ja, und erst wenn ich mir eine Pistole in den Mund stecke. Ach, hören Sie, wenn wir heute Abend zurückfahren, muss ich mir bei mir zu Hause ein paar Kleider fürs Wochenende einpacken. Mhm. Und die Mittagspause könnte heute etwas länger dauern. Ich will mir Sexy Dessous kaufen. Sie wissen schon wofür. Ja, das weiß ich. Kann ich Ihnen was mitbringen? Ja, ja, ein paar Ohrstöpsel vielleicht. Und dann noch die Pistole. Nichts Besonderes. Ich brauch sie ja nur einmal. Hey, Jake! Hey, muss aufs Klo. Sie sind bestimmt Judith. Tut mir leid, kennen wir uns? Ich bin Melissa, Dr. Harpers Empfangsdame. Wie oft haben wir schon telefoniert? Oh ja, Melissa, wie schön, Sie endlich kennenzulernen. Alan! Oh, oh, hey, hey. Hi, äh, hi Judith. Das ist Melissa. Melissa, Judith. Der Eindruck trügt, sie ist Charles' Geliebte, nicht meine. Und, äh, wo ist Charlie denn überhaupt? Er schläft. Ich sauge ihn aus, hat er gemeint. Ist er nicht zum Schießen? Zum Erschießen. Zum Totlachen, wie dem auch sei. Äh, danke, ich mach das schon. Dein Bruder und deine Empfangsdame? Was soll ich denn machen? Er hat mir in die Brustwarzen gekniffen und in mein Büro gepinkelt. Was? Ich find's auch nicht witzig, aber was soll ich denn tun? Mal drüber nachdenken, wie sich diese Faxen auf deinen Sohn auswirken. Also, weißt du was, Judith? Ich hab genug Probleme. Nimm Jake wieder mit, wenn du ihn nicht übers Wochenende hier lassen willst. So siehst du aus, Alan. Nein. Onkel Charlie und Melissa kommen wohl nicht zum Mittagessen runter? Sieht so aus. Darf ich ihr Hähnchen essen? Friss, bis du platzt. Du hast doch gesagt, ich kann nicht alles fragen. Ja. Stört's dich, wenn die beiden zusammen sind? Nein. Dann hast du mehr Mumm als ich. Warum? Onkel Charlie hat doch mal meine Lehrerin in der fünften geknallt. Okay. Können wir bitte was anderes sagen als geknallt? Ja, ich schon, aber es wird dir nicht gefallen. Gut, gut. Ich weiß noch, wie er deine Lehrerin in der fünften geknallt hat. Also weiter. Das hat mich geschafft. Tut mir leid. Ich meine, es gibt doch Grenzen. Selbstverständlich. Du meintest doch, es stört dich nicht, wenn er deine Empfangsdame knallt. Weißt du, Partner, die Sache ist die, Daddy hat gelogen. Es stört dich also in Wirklichkeit? Ja, ja, es stört mich in Wirklichkeit. Bist du eifersüchtig? Nein, nein. Weil ich ein bisschen eifersüchtig wegen Miss Pesternack war. Sie hatte ein Hammer Hintern. Ist dein Hähnchen. Melissa? Melissa, wir müssen fahren. Der Berufsverkehr und der Regen und so. Noch eine Minute, Alan. Oh Gott. Wozu brauchen die eine Minute? Sie hatten das ganze Wochenende. Du bist ein egoistisches Schwein. Geh doch zum Teufel! Entschuldigung, Dr. Harper. Ich warte im Auto. Tja, das hätte besser laufen können. Ich hab's gewusst. Ich hab gehofft, mehr als 48 Stunden, aber ich hab's gewusst! Hey, hey, hey. Ein wenig Mitgefühl wäre nett. Ich bin tief verletzt. Verletzt? Du hast vielleicht ein paar Schiffwunden. Langsam, langsam, wo kommt denn das auf einmal her? Du fragst dich, wo das herkommt? Das kommt daher, weil du mein Leben schon immer als Urinprobenbecher missbraucht hast. Entschuldige mal, aber du redest hier immer noch von dem alten Charlie. Der neue Charlie wollte eine Beziehung mit Tiefgang und Substanz. Indem du eine Fremde in deinem Schlafzimmer einsperrst und sie 48 Stunden lang knallst? Okay, mehr Kulpa. Man ändert sich nicht so schnell. Und jetzt, wo ich's höre, finde ich, du hast recht. Knallen hört sich wirklich furchtbar an. Versuch nicht abzulenken. Was war los? Gar nichts. Ich hab nur gesagt, wir sollten vielleicht mal langsam machen. Uns mit anderen Menschen treffen. Was? Und sowas sagst du nach zwei Tagen? Wie hätt ich's denn vorher wissen sollen? Ich dachte, du wärst jetzt zufrieden. Du hast doch sowieso nicht gewollt, dass ich mit dir was anfange. Ja, aber inzwischen wollte ich was anderes. Dass du nicht aufhörst. Was soll ich sagen, Alan? Ich hab mich blind in ein Liebesabenteuer gestürzt. Nein, nein. Dein Fehler war, dass du dich mit meiner Empfangsdame ins Bett gestürzt hast. Der Frau, mit der meine Praxis steht und fällt. Oh, sie hat ein gutes Herz. Sie kommt drüber weg. Hörst du das? Hört sich das an wie eine Frau, die drüber wegkommt? Tja, Alan, die Wunden sind noch frisch. Du wirst Geduld haben müssen. Wieso werd ich Geduld haben müssen? Weil du mit ihr arbeiten musst. Und es hört sich an, als würde sie nicht warten. Willst du nicht mitkommen in meine Praxis und meinen Fax bespringen? Wow. Du hast immer noch ein Faxgerät? Du bist ekelhaft. Alan, warte. Was ist? Lass es mich wieder gut machen. Wie willst du sowas wieder gut machen? Weißt du, sie wird dich heute Abend nicht unbedingt wieder hierher fahren wollen. Und ich dachte deshalb, du nimmst dir ein Taxi und ich bezahle dir die Fahrt. Danke. Dann sind wir ja quitt. Ich hab ein Taxi gemeint. Kein Mietwagen. Oh, Mann. Verdammt hart, diese Trennungen. Au! Und sowas nennt der Schirrfwunden. Dieser verdammte Kunstbeutel. Auf der nassen Straße wäre vielleicht etwas Sicherheitsabstand nötig. Ich bin so dumm gewesen. Nein, 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 Sie sind nicht dumm. Sie sind eine kluge, nette, bewundernswerte... Lass da, lass da, lass da, lass da. Vorsicht, lass mal! Ich will eine Gehaltserhöhung. Gerne, gerne. Und Weihnachtsgeld. Klar doch, das hätten wir schon längst machen sollen. Und bezahlten Urlaub. Nein, warten Sie, Sie können doch... Ah, zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen! Nein, 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 nein... Du wirst mir nicht mehr ohne Tiefschutz am Sportunterricht teilnehmen. Die sind ekelhaft, als hätte man Zahnseide in der Po-Ritze. Wenn ich mir deine Zahnarzt-Rechnungen ansehe, weißt du nichts über Zahnseide. Denk einfach, es wäre ein BH für deine Nüsse. Oh, jetzt will ich unbedingt einen. Was hast du denn für eine Größe? Woher soll ich das wissen? Die kann man doch hier ausmessen, oder? Du weißt schon, wie im Schuhgeschäft, Länge, Breite... Will er mich verarschen? Ja, will er. Mach das nicht. Hier, Fettins. Glaubst du, du kriegst deinen Schniedel da rein? Ich werde es schon schaffen, gehen wir jetzt. Nein, nein, zieh ihn über deine Hosen, ich will es sehen. Zieh ihn doch selber an. Charlie, du beschämst ihn. Was sonst? Deshalb bin ich doch mitgekommen. Oh, oh, bezeihung. Charlie Harper. Oh, der schuldet mir Geld. Miss Pasternak? Jake, wow. Sieh einer an, wie groß du geworden bist. Ich bin in der Pubertät. Oh, oh, richtig. Miss Pasternak. Fünfte Klasse. Woodward Avenue Grundschule. Oh ja, Miss Pasternak. Oh ja, Miss Pasternak. Und? Sind Sie noch Lehrerin? Nein, bin ich nicht mehr. Wie geht's dir, Charlie? Gut, gut. Ewig nicht gesehen. Rat mal, wer einen Tiefschutz trägt. Nett. Tja, war mir ein Vergnügen. Wiedersehen. Wiedersehen, Miss Pasternak. Nochmal davongekommen. Sieht so aus. War ein Schock für sie, als ich mit ihr Schluss gemacht hab. Schock? Sie ist ausgeflippt und hat den Sportlehrer hingeschmissen. Wo? Na, auf den Boden. Du miese Schweinebacke. Ich hab dir mein Herz geschenkt. Ich hab dir meine Seele geschenkt. Und meinen Körper. Und du hast mich weggeworfen, als wäre ich ein dreckiger Putzlumpen. Ja, ich war böse. Und, was gibt's Neues? Ach, das willst du wissen? Dann werd ich's dir sagen. Mal sehen. Nachdem du mir den Laufpass gegeben hattest, hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Du scheinst dich aber gut erholt zu haben. Und nach meinem Nervenzusammenbruch wurde ich gefeuert und durfte mein Lehramt nicht mehr ausüben. Oh, verdammt. Und was machst du jetzt so? Wenn du es unbedingt wissen willst, gut. Ich hab mein Haus verloren, wohne in einem billigen Motel und verdiene mein Geld, indem ich für Fremde ein Labdance mache und an einer Stange zwischen den Beinen auf- und abrutsche. Wie wär's, wenn Sie's mit einem Tiefschutz versuchen? Okay, also danke fürs Update. War nett, dich zu sehen. Raus, raus, raus. Du hast mein Leben zerstört, Charlie Harper. Ja, genau. Mach's gut. Wir haben das Ding nicht bezahlt. Ich geh weiter. Wie kannst du doch in den Spiegel sehen, du verfluchte Pestbeule? Er trinkt. Wenn du Harrison codingst. Okay, nee, nee, nee. Moment, hör mich mein Na, was läuft? Eine Kochsendung, die zeigen, wie man einen Zimt-Apfel-Auflauf macht. Willst du nicht mehr aufs Mitleid der Dealer angewiesen sein? Was? Nichts, nichts. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Wofür? Naja, heute Morgen im Drugstore. Ach, die Witze über den Tiefschutz. Ja, dafür musst du dich entschuldigen. Nicht wegen der Witze über den Tiefschutz. Die waren komisch, dafür halte ich meinen Kopf hin. Ich meine wegen deiner alten Lehrerin. Das hättest du vielleicht nicht sehen sollen. Gab schon Schlimmeres. Zum Beispiel die Frau, die dir eine brennende Warnfackel ins Fenster geworfen hat. Ja. Das war echt super. So kann man es auch nennen. Oh, und damals die Zahnarzthelferin, die dir den Hintern betäubt hat. Oh ja. Du bist immer vom Klo gefallen. Mann, war das irre. Ja, das war komisch. Warum sind die Frauen immer so von dir angepisst? Schwer, das genau zu sagen. Wenn ein Mann eine intime Beziehung zu... Und die Frau vom Bräunungsstudio, die dich mit Pfeil und Bogen abschießen wollte. Ja, Jake. Ich hab dir sagen wollen, dass es falsch war, wie ich die Frauen behandelt habe und dass du eine Lehre aus meinen Fehlern ziehen solltest. Du meinst sowas wie einen Feuerlöscher neben mein Bett stellen? Das wär auch eine Lehre, aber... Und wenn eine Zahnarzthelferin was fallen lässt, soll ich mich nicht bücken? Ja, das auch. Und dass ich nie mit einer Frau im Robin Hood Kostüm zu einer Party gehe? Die Sache ist die, Jake. Du brauchst nie eine dieser Lektionen zu lernen, wenn du die Frauen von vornherein besser behandelst. Das kapier ich nicht. Wenn ich sie nicht lernen muss, warum schwalzt du mich dann voll? Weiß nicht. Ich wollte nicht eine kostbare Zeit stehlen, Verzeihung. Was war das denn für ein Schwachsinn? Hey, weißt du was? Der Tiefschutz ist meinem Sohn zu klein. Gute Neuigkeiten, hm? Ja, ich bin begeistert. Alan, darf ich dich was fragen? Hältst du mich für einen widerwärtigen Menschen? Ja. Das bist du doch. Vielen Dank. Du bist ja nicht absichtlich widerwärtig. Ich meine, ist ein Tornado widerwärtig, wenn er ein Mobile Home hochhebt und auf ein Waisenhaus schmeißt? Ist ein Hai widerwärtig, wenn er einen armen Surfer frisst? Ist ein fleischfressendes Virus widerwärtig? Schon gut, schon gut, schon gut. Ich bin eine böswillige Naturgewalt. Stimmt auffallend. Geht's um die ehemalige Lehrerin von Jake? Sie sagt, dass ich ihr Leben zerstört habe. Naja, sie hat immerhin mit dir schlafen wollen. Was kann das denn schon für ein Leben gewesen sein? Versuch bitte nicht, mich aufzurichten. Meinetwegen ist diese Frau aus dem Schuldienst geflogen, tanzt jetzt in dieser ekelerregenden Spelunke in Venice und wohnt in einem schmierigen Motel. Woher weißt du, in welchem Club sie tanzt? Die Clubs haben Websites, die Websites haben Fotos. Das ist ja wohl keine Wissenschaft. Ihr Künstlername ist Desiree Busch. Immerhin etwas freundlicher als Dolores Pasternak. Obwohl ich Busch nicht toll finde. Also ich sag dir, ich fühl mich ein bisschen schuldig. Und das überrascht dich? Nein, mich überrascht, dass der Fusel nicht mehr hilft. Der tanzt wie ein Kügelchen auf der Schulterung und rollt wieder runter. Ach, komm schon. Das ist doch nicht die erste Frau, die deinetwegen nach einem Zusammenbruch ihren Job verliert und sich vor Fremden auszieht, um dann an der Stange herumzutun. Aber nein, natürlich nicht. Aber es hat mich bis jetzt noch nicht gestört. Naja, vielleicht entwickelst du ja endlich sowas wie ein Bewusstsein dafür, dass deine Handlungsweise auf lange Sicht gesehen wirklich Konsequenzen für andere Menschen hat. Du nervst, Gemini-Grille. Entschuldigung. Stimmt aber, ich sollte die Suppe auslöffeln, die ich anderen eingebrockt habe. Wo willst du hin? Na, in den Strip-Club. Warte, ich fahr dich. Grundgültiger, die sind ja echt sportlich. Finde ich auch. Ich frage mich, warum das keine olympische Sportart ist, obwohl Synchronschwimmen meine ist. Hey, Kleines, wann kommt Miss Busch denn raus? Sobald Mr. Busch sie von alleine lässt. Ich meine Desiree Busch. Sie ist hier irgendwo. Danke. Warum zieht sie denn nicht ihre Kleider aus? Wir sind hier in einem Bikini-Club. Was ist denn ein Bikini-Club? Harte Drinks und keine Nippel. Och Mann. Keine Nippel hätte ich auch im Fernsehen haben können. Hey, das ist sie doch. Miss Pesternack? Miss Pesternack? Was kannst du denn für mich tun, Charlie? Na ja, vielleicht kann ich dir helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Oh, noch nicht, noch nicht. Kaufst du mir mein Haus wieder zurück? Wirst du das tun? Oh, gültiger hin, äh, 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 nein? Meine Eltern haben mich verstoßen. Kannst du die Beziehung wieder in Ordnung bringen? Äh, 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 ich hab mit Eltern immer Schwierigkeiten. Äh, Entschuldigung, ich muss, ich muss mich mal eben neu ordnen. Ich, äh, spiel gerade Ringewerfen mit meinen Autoschlüsseln. Was sonst? Verschaffst du mir meine Lehrberechtigung wieder? Ich wünschte, ich könnte es. Okay, fertig. Wir können weitermachen. Alan, das betrifft dich nicht. Doch, in diesem Moment schon. Komm schon, spring auf Papi. Danke. Wie wär's, wenn du ohne Lehrerberechtigung wieder als Lehrerin arbeiten könntest? Wie soll ich das verstehen? Privatnachhilfe für ein minderbegabtes Kind. Oh, Charlie, zieh ihn da bitte nicht mit rein. Wieso denn nicht? Sie ist eine gute Lehrerin und wenn seine Noten noch schlechter werden, müssen wir ihn als Fahrbahnschwelle verleihen. Nachhilfe? Na, ich weiß nicht. Ich bezahl dir, was du hier verdienst. Ist das okay für dich, Alan? Oh, ja, ja, ja. Okay, einverstanden. Oh, danke, danke. Komm, ich lade dich ein. Wir stoßen auf deine neue Karriere an. Nein, super. Oh, 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 okay, ich komme dann später nach. Wo ist denn mein Gürtel geblieben? Hab ich das richtig verstanden? Sie war mal so eine Lehrerin in der fünften und ist Stripperin geworden, weil Sie sie abserviert haben. Und weil Sie sich schuldig fühlen, gibt sie ihm jetzt Nachhilfe. Kommt hin. Und Sie waren einverstanden? Ich hatte einen schwachen Moment. Naja, wer im Glashaus sitzt, ich hätte eins meiner Kinder fast mal für einen Aufsitzmäher eingetauscht. Tut mir leid, ich kapiere es immer noch nicht. Oh, Mann. Okay, ähm, betrachten wir es mal so. Nehmen wir an, man verdient 40 Dollar pro Tanz. Wenn man wissen will, wie viel man in der Stunde verdient, rechnet man einfach XT mal 40. X steht für die Anzahl von Tänzen, die man pro Stunde schafft. Und Trinkgeld, was ist damit? Das ist eine Variable. Oh, jetzt verstehe ich. Was du dem Haus zurückzahlst, ist dann die Konstante. Gut gemacht. Das war ein schöner Anfang. Ja, finde ich auch. Mit Ihnen lerne ich gern. Wo gehst du denn hin? Duschen. Wir sind fertig, Jungs. Hey, und wie lief's? Oh, etwas langsam. Er ist nicht gerade ein Superblitzmerker. Und deshalb braucht er dich. Er ist ein kleiner Idiot. Ja, ähm, ich wollte ja nichts sagen, aber... Dann kommst du morgen wieder? Gerne. Hey, äh, Charlie, recht vielen Dank. Wofür? Dafür, dass du mir was zurückgegeben hast, was ich vor langer Zeit verloren hab. Äh, zurückgegeben? Wie ist das denn möglich? Ich mein meine Selbstachtung. Ach, die, das ist möglich. Klar doch. Und du hast nicht mal versucht, mich anzumachen? Nein, hab ich auch nicht vor. Ich will nur, dass du wieder auf eigenen Füßen stehst. Mann, ich hab dich so viele Jahre lang gehasst, allmählich. Denke ich, dass ich vielleicht falsch lag. Nein, nein, du hattest recht. Das ist neu für mich. Du hast ein großes Herz, Charlie. Das gefällt mir. Danke. Ähm, warte, Desiree. Wie wär's, wenn du hier bleibst und nicht mehr in dein Motel gehst? Keine Verpflichtung. Nur bis du wieder eine eigene Wohnung hast. Wo würde ich denn dann schlafen? Im Gästezimmer. Und wo soll Ellen dann schlafen? Wenn's noch Gerechtigkeit gibt, auf dem Grund einer Schlucht. Unfassbar, dass du ihr mein Zimmer gegeben hast. Unfassbar, dass du's noch dein Zimmer nennst. Und wie lang soll das so gehen? Bis sie wieder auf eigenen Füßen steht. Was soll der Quatsch? Ich hab dir das Gleiche schon vor sechs Jahren gesagt. Du wohnst schon sechs Jahre hier? Ich leg mich auf die Couch. Die Geschichte meines Lebens. Kein Ständer, der nicht sofort bestraft wird. Man. Charlie? Ja? Ich lag gerade im Bett und der Geist ist über mich gekommen. Okay. Und da wurde mir mit einem Mal klar, warum du in mein Leben zurückgekehrt bist. Warum? Weil der Herr dich geschickt hat. Der Herr? Ja, er hat dich geschickt, damit du mich vor meinen Sünden bewahrst. Hat er das? Ja. Ich glaube nicht, dass er mich geschickt hat. Ich bin nämlich mehr ein Bote der anderen Seite. Es ist nicht an uns, sein Willen zu hinterfragen. Komm, lass uns beten, Charlie. Jetzt? Ja, jetzt, während der Geist noch in uns ist. Darf ich vorher noch mal Pipi machen? Pipi machen kannst du im Himmel noch ewig. Man kann doch aufs Klo gehen. Verrückt. Hab nie gedacht, dass wir zwei noch mal zusammen knien. Wollt's ja nur sagen. Morgen. 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 Na, wie habt ihr geschlafen? Gut. Gut. Schlecht. Also hört mal, wir haben vielleicht ein kleines Problem mit Miss Pestanek. Oh, Charlie, du hast doch nicht... Nein, hab ich nicht. Warum denkst du immer das Schlechteste von mir? Weil du ein widerwärtiger Mensch bist. Das hatten wir doch geklärt. Wisst ihr, was passiert ist? Letzte Nacht hab ich in meinem Schlafzimmer geschlafen und hab an nichts Böses gedacht, als... Guten Morgen, ihr Sünder. Oh, welch herrlicher Tag, um uns in der Vergebung unseres Herrn zu sonnen. Au, au. Jake, ich hab wunderbare Neuigkeiten. Ab sofort werden wir während der Nachhilfe die Dämonen aus dir austreiben, hörst du? Es ist nämlich der Teufel, der ihn dumm macht. Siehst du, ich kann nichts dafür. Miss Pestanek, ich find's ja wunderbar, dass Sie Jake Nachhilfe geben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ein Exorzismus nötig ist. Wollen Sie, dass Ihr Sohn in der Hölle landet? Kommt drauf an. Wird man da aufs College vorbereitet? Die ewige Verdammnis ist leider nicht witzig. Ich weiß. Ich war zweimal verheiratet. Muss man in der Hölle einen Tiefschutz tragen? Ja, aber nichts an eigenen. Ich bin jedenfalls hergekommen, um euch zu sagen, dass wir uns Kirchen fein machen sollten. Äh, äh, vielen Dank für die Einladung, aber, aber der Sonntag ist ein Familientag für uns. Der Sonntag ist kein Familientag, er ist der Tag des Herrn. Und der Herr wird alle Ungläubigen und Blasphemisten mit dem blutigen Bannstrahl seiner ewigen Rache vernichten. Also, hopp, hopp, waschi, waschi. Ich hab's schon immer gesagt und sag es noch. Ich hab' ein Händchen für Frauen. Bringt die Ernte ein, bringt die Ernte ein, komm mit uns vor Locket, bringt die Ernte ein, bringt die Ernte ein. Was ist das? Ich verspreche dir, ich arbeite hart für die Schule, wenn du sie nur irgendwie loswirst. Ein bisschen Religion schadet dir nicht. Ach, wirklich? Und was ist mit dem blutigen Bannstrahl der ewigen Rache? Komm mit uns vor Locket, bringt die Ernte ein, bringt die Ernte ein, bringt die Ernte ein, komm mit uns vor Locket. Warum sehen Sie mich so an? Ich will nichts verpassen, wenn Sie der Bannstrahl der ewigen Rache trifft. Ist das nicht eine wundervolle kleine Kirche, Charlie? Oh ja, die ist toll. Sag mal, wie wär's, wenn wir nach dem Gottesdienst ein bisschen rumfahren würden und ein nettes Apartment für dich suchen? Oh, der Herr will doch nicht, dass wir uns trennen, Charlie. Wir sollen für immer zusammenbleiben, deshalb hat er dich wieder in mein Leben geführt. Sind das seine Worte oder deine? Er spricht durch mich. Oh, okay. Und mit wem spreche ich jetzt? Oh, oh, jetzt kommt der besondere Segen. Kommt, stellen wir uns an. Ich folge dir. Kommt, 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 wir werden gesegnet. Kommt, wir werden gesegnet. Ist das eine Kirche, wo man solche kleinen Cracker kriegt? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Keine Sorge, wir sind's nur. Oh. Was hast du denn für nasse Haare? Die haben mich ertränken wollen. Nein, er ist nass, weil er es geschafft hat, sich taufen zu lassen. Wie ist denn das passiert? Ich dachte, es gibt was zu essen und deshalb stehen die Leute an. Obwohl sie dich ausgezogen und dir ein weißes Hemd gegeben haben? Ich dachte, das wäre eine Schürze für Hummer. Und wo ist Berta? Die hat sich in den Organisten verknallt und der hat sie mit zur Armenspeisung genommen. Also doch was zu essen. Ich bin doch nicht blöd. Machst du dir gar keine Sorgen, was aus Miss Pesternet geworden ist? Klar mache ich mir Sorgen. Ich habe mich doch versteckt, oder nicht? Nachdem ihr klar wurde, dass du sie wieder mal verlassen hast, hat sie eine kleine Kernschmelze durchgemacht. Da gab es noch mehr zu schmelzen? Schon als wir ihr weggingen, hat sie eine weiche Waffel gehabt. Sie hat dem Pfarrer angefallen, nachdem sie den Kollektenkorb ausgeräumt hatte. Dann war sie ja in ihrem Element. Wie kommst du denn daraus? So haben wir sie doch angetroffen. Hat sich für Geld verrenkt. Und was ist mit deinen Schuldgefühlen, weil du ihr das Leben versaut hast? Oh, die habe ich noch. Aber ich lebe jetzt damit. Du bist unmöglich. Ach komm schon. Ich habe mein Bestes versucht und hatte die besten Absichten. Das ist das Verrückte bei dir. Was du für Absichten hast, ist völlig egal. Ob gut oder schlecht, jeder, der es mit dir zu tun hat, fällt auf die Fresse. Dann bin ich nicht schuld, oder? Nein. Na ja, komm, ich gebe einen Drink aus. Ich bin echt nicht in Stimmung. Ach, entspann dich. Es ist vorbei. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich bin echt nicht in Stimmung. Ich bin echt in Stimmung. Oh, du hast ja einen neuen Briefkasten angebracht. Oh ja, der Alte war nur noch Schrott. Irgendjemand hat den Posten schlecht verankert. Das war wohl ich. Oh, Entschuldigung. Der Briefträger war sauer, weil er wackelt. Weil der Mann immer bekifft ist. Ja, er hat meine Tomatenpflanzen gefressen. Jedenfalls habe ich einen neuen angebracht. Habe ich gesehen. Ja, jetzt steht drauf, die Melnix. Ja, ich habe das Ding bezahlt. Und hole meine Post raus. Mein Name ist Melnix. Ja, verstehe schon. Was steht denn auf deinem Briefkasten? Charlie Harper. Jake! Du brauchst nicht zu schreien. Er sitzt auf dem Klo. Wen wundert. Er kennt nur reinschaufeln oder rausballern. Dafür braucht er kein Plädo-Knetwerk. Sorg lieber dafür, dass er nicht wieder dabei einschläft. Ja, Schatz. Und? Wie geht's denn so? Gut, hör zu, Alan. Ich glaube, jetzt, wo Jake allmählich ein Teenager wird, würde ihm ein wenig mehr Zeit mit seinem Vater guttun. Oh, oh, das käme mir sehr gelegen. Nichts würde mich glücklicher machen, als mehr Zeit mit meinem Sohn. Hey, Dad. Oh, hey, Partner. Bist du fertig im Badezimmer? Fürs Erste. Die Letzte war cool. Sie hat ausgesehen wie ein Fragezeichen. Wahnsinn. Sie ist aus meinem Darm gekommen. Verstanden? Ist ja irre. Kommas sind einfach... Ins Auto. Also, worüber reden wir hier? Ein, zwei Extra-Tage alle zwei Wochen? Eigentlich dachte ich mir an drei Monate. Am Stück? Alan, wie viele Söhne hast du denn? Genauso viele wie du. Also, willst du dein Kind oder nicht? Natürlich, aber ich muss das erst mit Charlie besprechen und... Und da sind auch noch die Finanzen. Was denn für Finanzen? Na, wenn er bei mir lebt, habe ich wohl das Anrecht auf einen angemessenen Teil der Alimente. Du hast das Recht auf eine eigene Meinung. Danke. Moment. Drei volle Monate am Stück? Komm schon, es wird bestimmt nett. Für wen? Schlafen, fressen und das Klo verstopfen. Das ist alles, was er kann. Psst, wir können nachher drüber reden. Ich bitte dich, der Schwachkopf hört uns doch nicht. Richtig, du Kleinhirn? Siehst du. Gib's schon zu, Mann. Du hast ihn doch auch gerne um dich. Ich hab ihn gern um mich, weil ich weiß, dass er bald wieder weg ist. Nimm dir nicht die Freude, dass er bald wieder weg ist, Erlan. Ich würde sagen, wir warten ab, was passiert. Sagten die Germanen beim Einmarsch der Römer. Du siehst zu viel fern. Da ging's um römische Sklavinnen. Bei dir geht's immer um Sklavinnen. Hör zu, ich würde dich und Jake gern heute Abend zum Essen einladen. Essen wir Chili-Burger? Das war's. Die drei Harper-Jungs verzehren am Lagerfeuer ihr Wildbrett. Leck mich mal. So, du tauben Nuss. Weißt du, wieso deine Mom dich zu uns abgeschoben hat? Charlie? Ach, als wärst du nicht neugierig. Nein, nein, ich bin nicht neugierig. Sie dachte, es wäre schön, wenn er mehr Zeit mit seinem Vater verbringt. Und ich nehme Mädchen vom Straßenrand mit, damit sie nicht Bus fahren müssen. Also, Einstein, was meinst du? Dass du nur so besorgt tust, weil du mit ihnen schlafen willst. Nein, nein, es geht mir um deine Mutter und Herb. Oh, die haben viel Zoff. Die haben Zoff? Ja, 31. 31? Die Summe aus 24 und 7, verstanden? Sie zoffen sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche. 31? Ich überlebe das keine drei Monate, Alan. Du überlebst es. Die streiten sich offen vor dir? Nein, sie denken, sie machen es heimlich, aber ich stelle oft meine Musik auf den Kopfhörern aus. Und da bist du selbst drauf gekommen? Hey, du hältst mich zwar für blöd, aber du überschätzt mich. Mein Fehler. Und wieso zoffen sie sich? Ähm, sie ist ihm zu verschwenderisch, sie mag seine Eltern nicht und irgendwas wegen Sex. Was ist mit dem Sex? Da stelle ich die Musik wieder laut, du kranker Freak. Verzeihung. Ich meine, sie ist meine Mutter. Ich hab mich entschuldigt. Mann, das überlebe ich keine drei Monate. Na, ganz toll. Jetzt hat er die moralische Überlegenheit. Das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass Judith und Herb Eheprobleme haben. Und warum macht dich das so fröhlich? Nein, es macht mich nicht fröhlich. Es ist nur, während all der Jahre hat sie mir die Schuld dafür gegeben, dass unsere Ehe kaputt gegangen ist. Und jetzt... Ja, es macht mich fröhlich, stimmt. Hey, was muss ich da hören? Der kleine Lodge Schleifspur soll jetzt ständig hier wohnen? Oh, es ist nur für ein paar Wochen. Wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, bemerken wir ihn gar nicht. Sie können mich sonst wo ziehen. Charlie, wir haben dringend was zu besprechen. War nett, mit Ihnen zu reden. Hey, Alan. Oh, hey, Herb. Ich soll ein paar Sachen von Jake bei dir abgeben. Oh, komm, ich helfe dir. Danke. Und? Was habt ihr zwei Toteltauben euch denn vorgenommen für die nächsten Monate? Die zweiten Flitterwochen? Nein, nicht direkt. Kaum zu fassen, ihr feiert ja bald euren zweiten Hochzeitstag. Ja, kaum zu glauben. Zwei Jahre. Die Zeit rennt, wenn man glücklich ist, hm? Kann ich nicht beurteilen. Hey, Herb. Hey, Charlie. Hast du ihn gefragt, warum seine Ehe in die Binsen geht? Ich hab mich reingetastet. Hab ich doch auch. Und wo liegt das Problem? Liegt's im Schlafzimmer? Es liegt meistens im Schlafzimmer. Sie ist immer noch meine Mutter, du kranker Freak. Wir warten immer, bis er seine Kopfhörer auf hat, bevor wir über so etwas reden. Weißt du, Herb, mit den Kopfhörern ist das folgendermaßen... Verdirbt doch nicht alles. Und? Liegt es am Sex? Ah, Unsinn. Ja, schon, aber es ist nicht weiter schlimm. Jede Beziehung kennt schließlich Ebbe und Flut. Natürlich. Klar, klar. Bei Judith und mir ist zurzeit Ebbe. Ständig. 31. 31. Genau. 31. Ja. Ich meine, ich weiß einfach nicht, was da läuft. Sie gibt mir ständig die Schuld für alles. Wir können kaum mehr miteinander sprechen. Das soll ich nur machen. Das werde ich dir sagen. Was mein Bruder damals hätte tun sollen, wenn er Eier gehabt hätte. Zeig ihr, wo der Hammer hängt, wenn sie wieder rumzickt. Zeig ihr, wer der Chef ist. Und lass auf keinen Fall zu, dass sie den Sex als Waffe benutzt. Wenn sie dich nicht befriedigen will, zeig ihr, dass es genügend Frauen gibt, die das wollen. Wirklich? Warum sollte ich dich anlügen? Frauen wie Judith fahren auf Stärke und Selbstvertrauen ab und nicht auf, naja, sowas. Das ist ziemlich überzeugend, was du da sagst. Verlass dich drauf und jetzt nimm dir, was dir gehört. Das mache ich sofort. Danke, Charlie. Ich bin immer für dich da. Warum machst du denn sowas? Weil mir langweilig ist. Hey. Hey. Warum bist du nicht in der Schule? Bin krank. Krank? Nein, ich schwänze nur eine Mathearbeit. Ah, okay, gut. Da hast du mich aber erschreckt. Was hast du mit dem Tacker vor? Ach, ich mache meine Schuhsohle fest. Aha. Ich würde den Schuh vorher ausziehen. Gute Idee. Morgen. Es geht mich ja nichts an, aber gerade dieser Junge sollte keinen einzigen Tag in der Schule versäumen. Ja, als ob die Schule daran was ändern würde. Au, verdammt! Ich habe mir die Finger zusammengetackert. Sie haben wohl recht. Nein. Komm, Schatz, feste Schnäuzen. Was hat er denn? Wahrscheinlich eine Erkältung. Warum lassen Sie ihn da nicht zu Hause? Der wird uns doch alle anstecken. Und deshalb solltest du deine Schuhe immer zu dem Schuhmacher in der Mall bringen. Ja, der ist gut. Der ist neben dem Pizzastand. Na, wie schlimm ist es, Doc? Kann er je wieder Geige spielen? Er wird wieder. Aber versteck lieber den Tacker vor ihm. Gut. Und Nagelpistolen, Klebepistolen, am besten alle Pistolen. Klar doch. Gut. Danke, Herb. Hey, Charlie, kann ich dich noch kurz sprechen? Warte unten im Auto. Gib mir die Schlüssel. Ich gebe dir doch nicht die Schlüssel. Wie soll ich denn im Auto warten? Dann warte eben am Auto. Aber ich habe keinen Sonnenblocker drauf. Meine Haut ist sehr zart. Dann warte unter dem Auto. Schieß los. Also, du hast mir doch einen Rat gegeben, wie ich Judith behandeln soll. Ach, weißt du, Herb, es war weniger ein Rat als sowas wie eine Gesellschaftssatire. Es hat aber gut funktioniert. Ach, sie hat dir die Nummer abgekauft, dass du der Herr im Haus bist? Nein, sie hat mich vor die Tür gesetzt. Aber nach der Unterhaltung mit dir ist mir klar geworden, dass ich besser ein Single bin wie du. Sieh einer an. Oh ja, warum soll man nur einen Hähnchenflügel essen, wenn man einen ganzen Eimer haben kann? Nur damit wir uns verstehen, du meinst mit Hähnchenflügeln... Frau und Charlie. Das war nur bildlich gemeint. Und Flügel sind dir lieber als Brüste und Schenkel. Das ist ja noch besser. Jedenfalls dachte ich, wir zwei Unternehmen vielleicht mal was zusammen und leisten uns eine Partypackung. Sex mit fremden Frauen. Ich wollte das Bild etwas ausschmücken. Oh, aber na klar, das machen wir mal zusammen. Danke nochmal, dass du den Kleinen zusammengeflickt hast. Und was willst du für eine Farbe? Wie bitte? Oh, ich dachte eben an den Chinesen, aber gib mir den Grünen. Hey Dad. Oh hey, na wie geht's? Gut. Du hast keine Erkältung mehr? Doch, doch, ist noch nicht weg. Was ist denn mit deinen Fingern? Oh, nun zusammengetackert. Ah. Hey. Hey. Wir lassen hier keine Schuhe auf dem... Was ist denn... Wir müssen den Tacker wegwerfen. Alan, Schuhe tackern sich nicht selbst auf Couchtische. Nur Idioten machen sowas. Warum misst du denn Fieber? Äh, ich glaube irgendeine Rotznase hat mir die Pocken angehängt. Ach, Mann. Lass mich in Frieden. War das Mom? Vielleicht hab ich ja mit dir reden wollen. Hast du? Natürlich nicht, nur aus Prinzip. Das war nicht Mom, es war Herb. Was will der denn? Seit Judith ihn rausgeworfen hat, will er, dass ich mit ihm Frauen aufreiße. Was? Warte, 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 warte. Was? Judith hat Herb rausgeworfen? Wann denn? Keine Ahnung, muss vor einer Woche gewesen sein. Oh mein Gott. Das ist ja furchtbar. Judith muss ja total fertig sein. Alan? Ja? Du hast da was Böses im Gesicht. Andere Seite. Oh Judith, das ist ja furchtbar. Du musst ja völlig fertig sein. Du musst ja völlig fertig sein. Oh. Was willst du denn hier? Ach, ich will nicht weiter stören, aber Jake hat anscheinend sein Sozialkundebuch hier vergessen und da bin ich. Es liegt sicher im Klo. Wieso? Hatte er kein Klopapier mehr? Wäre es nicht toll, wenn er auf diese Weise lernen würde? Durch Klosmose? Was? Nichts. Ist Herb da? Äh, nein. Oh, oh, wie schade. Wieso? Ach, nur so. Ich sehe ihn einfach nur gern, den großen Tollpatsch. Tja, der Tollpatsch ist nicht da. Oh, na dann. Sag ihm einen Gruß. Mach ich. Hab es ausgezogen. Wir haben uns getrennt. Judith, das ist ja furchtbar. Du musst ja völlig fertig sein. Was stellst du dir denn genau vor? Gib mir deine Hand. Okay. Glaubst du, ich habe Fieber? Wusste ich's doch. Oh, verdammt. Na, bist du hier am Angeln oder darf ich meinen Blinker auswerfen? Mach's gut. Wie hast du mich gefunden? Dein Telefon scheint kaputt zu sein. Ich bin zu dir gefahren und Jake hat mir gesagt, du seist ausgegangen. Dann musste ich in mein Navi nur noch Alkohol und Frauen eingeben und schon drei Kneipen später. Voilà. Und, äh, beißen Sie heute? Okay, okay. Können wir vielleicht mit der Anglersprache aufhören? Glaub mir, das führt nirgendwo hin, wo es schön ist. Zurück zu den Hühnern. Wenn's sein muss, ja. Ich nehm, was er hat. Ich hab einen großen Nervtöter. Hört sich gut an. Ist da Rom drin? Es ist schlimm. Ich hab schon wieder ne Ehe kaputt gemacht. Du darfst dir dafür nicht die Schuld geben. Obwohl du der gemeinsame Nenner bist. Ellen, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Wie soll ich je wieder von vorn anfahren? Ich weiß, ich weiß. Und bald bist du 41. Hast du ne Ahnung, wie schwer es ist, ein Date zu kriegen, wenn alle Männer deines Alters auf 25-jähriges straffes Fleisch aus sind? Wer kann's uns verdenken? Na, na, natürlich bist du in deinem Alter nicht mehr die Jüngste, aber du bist immer noch eine hochattraktive Frau für mich. Findest du? Aber natürlich. Na, du bist für dein Alter so attraktiv, dass du... Charlie, ich hätte da mal ne Frage. Ja? Es gibt in meinem Hotelzimmer einen Erotik-Kanal im Fernsehen. Aha. Was ist mit dem Schamhaar passiert? Es ist den Weg alles Irdischen gegangen, mein Freund. Ich mein, bei den Frauen kann ich's ja verstehen, aber was soll man von den Männern halten? Ein hässliches Haus wird mit ner hübschen Fußmatte doch auch einladender. Da fehlen mir die Worte, Herb. Was ist mit dir? Trimmst du auch die alten Hecken? Ja, in Form von Disney-Figuren. Noch zwei Wodka-Tonic. Da wird ja das Huhn in der Pfanne verrückt. Hallo. Hallo. Darf ich mich vorstellen? Dr. Herbert Melnick. Oh, ein Doktor. Dr. Charlie Harper. Wow, gleich zwei davon. Vielleicht sollten wir uns mal untersuchen lassen. Im Interesse völliger Offenheit möchte ich Ihnen sagen, dass ich neu in der Welt des Datings bin und noch all meine Schamhaare besitze. Oh, Alan, warum hab ich dich je gehen lassen? Wenn ich mich recht erinnere, war es... Was mit, ich sauge dir das Leben aus den Knochen? Oh, das war falsch. Wie hab ich mich doch geirrt. Du Supermann, ich werde dich nie wieder gehen lassen. Nie wieder? Nie wieder. Wirklich nie wieder? Nein. 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 Was hat Herb denn hier gewollt? Ach, er, ähm... Er hat sich das Schamhaar rasiert und in deinem Bett geschlafen. Ähm, vielleicht solltest du deine Klinge auswechseln. Danke. Wo warst du die ganze Nacht? Ich war in Nimmer-Nimmerland. Ähm, muss ich das wissen? Ich hab zwar den Tacker versteckt, aber er hat den Sekundenkleber gefunden. Ähm, man... Ähm, man... Neulich bei Touren nach Hoffman. Was, Judith hat Herb rausgeworfen? Wann denn? Muss vor einer Woche gewesen sein. Na, natürlich bist du in deinem Alter nicht mehr die Jüngste, aber du bist immer noch eine hochattraktive Frau für mich. Findest du? Oh, Alan, du Supermann. Ich werde dich nie wieder gehen lassen. Nie wieder? Ich dachte, du wärst froh darüber. Ja, dachte ich auch. Aber hör mal, die Frau, die dich aus dem Haus geworfen und dir dein Geld genommen hat, war auf allen Vieren vor dir auf dem Sofa. Ja, es war nicht auf dem Sofa, sondern es war in ihrem Schlafzimmer und ich war auf allen Vieren. Warum warst du... Na, ich will's gar nicht wissen. Wichtig ist doch nur, dass du gewonnen hast. Immerhin hattest du den perfekten Rache-Sex, Alan. Das ist der viertbeste Sex, den es gibt. Viertbeste? Und die anderen? Ich will's gar nicht wissen. Charlie, das Problem ist doch, dass Judith denkt, jetzt wo sie von Herb getrennt ist, könnten wir... ...wieder von vorn anfangen und zwar mit der Wahl der... ...Klassenelternvertreter. Was? Mit der Wahl der Klassenelternvertreter, die jetzt bald wieder ansteht und... Jake soll nicht wissen, dass Judith und... ...ein schöner Song... Hey Jude, ist ein schöner Song, den ich sehr gern gesungen habe. Ein Song von den Beatles, der mir immer sehr gut gefällt. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich hab deinem Onkel gerade von... von diesem... äh... großartigen Cartoon erzählt. Duffy Duck und der Song... Hey Jude. Hört sich echt lahm an. Ein klassischer Warner Brothers Trickfilm. Mann, verschluck dich nicht dran. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurück will zu Judith. Dann... sehen wir uns das Pro und Contra an. Dafür spricht, wenn du ausziehst, hab ich wieder einen Gäste zu... ...und ist von Bugs Bunny die schönste von allen Nummern. Besonders die Beatles-Nummern. Was? Oder als Frank Sinatra. Ähm... Dobidoo. Wenn Berta mitkriegt, dass du ausziehst, will sie dein Zimmer und ich will nicht, dass sie bei mir wohnt. Lass nur, ich zieh nicht aus. Oh gut, ich hab schon Angst gehabt. Ich... ich war schon mal mit Judith verheiratet und wir... 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 Charlie, jetzt hast du's ihm verraten. Ich muss auf ne Militärschule? Wenn du dir keine Mühe gibst, schon. Und auf keine Schule von unserem Militär. Ich will auf gar keine Militärschule gehen. Dann setz dich mal lieber an deine Hausaufgaben. Okay, okay. Erpressung... So einfach geht das? Das ist ja ein Ding. Wenn der Kleine auf die Militärschule geht, kriege ich sein Zimmer. Nein, nein, Berta, das haben Sie missverstanden. Er geht nicht auf die Militärschule? Ich geh nicht auf die Militärschule. Doch, du gehst auf die Militärschule. Nein, er geht nicht auf die Militärschule. Okay, dann nehm ich das Zimmer von Sippy, wenn er wieder zu seiner Ex zieht. Hat die Frau denn alles um Gottes Willen? Manches rein ich mir auch zusammen. Män, 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 män. Hol mir mal noch ein Bier. Hol dir doch selber eins. Ist das wundervoll. Hey, Judith, was zittert? Mom, ich will brav sein. Schick mich nicht auf die Militärschule. Wo ist das Bier, du Made? Gar nichts, gar nichts. Nur ein kleines Spielchen zwischen uns beiden. Und, was gibt's Neues in deiner kleinen Welt, Judith? Ja, ich seh mal nach, ob er da ist. Oh, nein, nein, ich bin weg, ich bin weg, weg. Tut mir leid, er ist weg. Oh, halt, eben kommt er rein. Wieso? Wieso nicht? Oh, hey, hey, Judith, ich wollte dich gerade anrufen. Ja, ja, einen Augenblick, ich will mich kurz zurückziehen. Worüber reden die denn? Na, nicht so wichtig. Du wirst mir fehlen, Partner. Wo ist denn, Jack? Er wäscht meinen Wagen. Und dann kehrt er die Garage. Das hätte uns vor Jahren schon einfallen sollen. Ich weiß, ich mach mir auch schon Vorwürfe. Okay, ich bin bald wieder da. Ein heißes Date mit der Ex? Nein, da ist gar nichts heiß. Wir essen nur zu Abend und dann sage ich ihr, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben und dass das neulich nur eine Ausnahme war. Haben wir noch eine gemeinsame Zukunft? Die Garage ist fertig. Ganz sicher? Ja. Ich sehe noch mal nach. Noch ein Schluck Wein? Ich muss noch fahren, lieber nicht. Noch ein Schlückchen. Nur ein Spritzer. Oh, mein Gott. Ich hoffe, das ist ein guter Autowein. Oh, das fühlt sich aber gut an. Wie schön. Hast du etwa trainiert? Nur mit dem Heimtrainer. Ich konnte das Fitnessstudio nicht mehr bezahlen, weil ich Zahnfüllungen brauchte. Jedenfalls scheint es zu funktionieren. Du hast ja richtige Muskelpakete. Oh, das kommt davon. Oh ja, hart wie Stahl. Ja, ja. Und willst du einen Nachtisch? Oh, mach dir keine Umstände. Das macht mir keine Umstände, Schatz. Ich sorge gern für dich. Und das lasse ich mir auch gern gefallen. Ah, wach auf, wach auf! Ähm, hör zu, Judith. Ich hab mal über uns beide nachgedacht. Ich auch. Oh, 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 gut. Weißt du, obwohl das neulich Nacht wundervoll war, da dachte ich, es wäre vielleicht besser, wenn wir, wenn wir ein wenig langsam machen. Finde ich auch. Ach, wirklich? Na klar. Ich hab meine Ehe mit Herb doch kaum hinter mir. Wie wahr, wie wahr. Hier, Vorsicht, heißer Pudding. Lass dich am besten erst mal scheiden und dann können wir weitersehen. Hört sich gut an. Gut, dann bin ich ja froh, dass wir uns einig sind. Oh, 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 oh. Ich hab doch gesagt, das ist heiß. Hier, kühl es mit Wein. Schon besser, schon besser. Ich such deinen Löffel. Oh, oh Gott. Oh, Pudding. Wenn der richtige Augenblick gekommen ist und sie bereit ist, werden auch sie bereit sein. Als Nebenwirkung können Übelkeit, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Nierenversorgung... Ich meine, sie muss bereit sein für einen Notarzt. Hey, hey. Schläft, Jake? Ich glaube nicht. Ich hab ihn Fullmetal Jacket und die durch die Hölle gehen gucken lassen. Oh, Charlie. Und wie war dein Abend? Ich hab mich gut amüsiert. Ich hatte ganz vergessen, wie nett sie sein kann. Judith? Von wem hätte ich sonst sprechen sollen? Von jemandem, der wirklich nett ist vielleicht. Wie hieß nochmal die Frau von Jimmy Carter? Rosalyn? Die war nett. Von ihr kamen immer gute Schwingungen rüber. Hast du getrunken? Definier mir getrunken. Soll ich lieber morgen früh mit dir reden? Nein, nein. Mit Fusel bist du interessanter. Judith hat sich geändert, Charlie. Sie ist eine andere Frau geworden. Du meinst eine andere als die, die dich mit deinen Nüssen in einem Gefrierbeutel aus dem Haus gejagt hat? Das ist etwas plakativ, oder? Ich bin Künstler, Alan. Ich male mit Worten. Du bist Trinker, Charlie. Du malst mit Erbrochenem. Ich will darauf raus, dass Judith eine warmherzige, mütterliche Frau geworden ist. Du hast sie wieder genagelt. Nein, nein, das war nur das eine Mal. Heute Abend hatten wir überhaupt keinen Sex. Rechtlich gesehen. Wirklich, Judith? Ja, ich musste immer wieder heimlich nachsehen, ob sie es auch war. Na, herzlichen Glückwunsch. Wann ziehst du wieder bei ihr ein? Ach, so weit sind wir noch nicht. Na, komm schon, warum warten? Wir können das Auto vorladen und heute noch hinfahren. Ihr habt versprochen, wenn ich mich anstrenge, muss ich nicht gehen. Hast du kein schlechtes Gewissen, weil du ihn so veralberst? Ein wenig schon. Weißt du was? Wenn er morgen die Terrasse fertig geschrubbt hat, schicken wir ihn wirklich auf die Militärschule. Na, wie läuft's? Fast fertig. Und das Geländer? Es ist viel zu dunkel, bis ich so weit bin. Kein Problem. Ich helf dir. Toll, vielen Dank. War das eine freche Antwort, Soldat? Nein. Nein, was? Nein, vielen Dank. Nein, Sir! Stimmt, nein, Sir! Schon besser. Disziplin und Kampf und Mut. Den kleinen Verarschen tut mir gut. Okay. Warte nicht auf mich. Hey, Alan. Im Kamin steckt ein Haufen Laub und sowas. Wie wär's, wenn ich dem Kleinen einen Strick um die Beine binde und ihn kopfüber runterlasse, damit er ihn wieder sauber... Charlie, das ist fast Kindesmissbrauch. Dann ist das okay. Aber nicht um den Hals. Gute Nacht, Jake. Nacht, Dad. Ich hab dich lieb. Oh, Herb. Hi. Hey, Alan. Charlie. Hey, Herb. Was läuft? Ich bin gerade auf dem Weg in den Sand Dollar und wollte wissen, ob ihr beide mitkommt zur Ladies' Night. Was meinst du, Alan? Alan, du kannst zum Halbpreis reinkommen. Plus all you can eat Popcorn-Shrieps. Wow, das wird ja immer besser, hm? Nein, ich hab schon was anderes vor. Oh, hast du ein Date? Ja, Alan. Hast du ein Date? Unsinn, ein Date. Nicht annähernd. Nein, ich hab ein Meeting wegen dem Ding, über das... Ich hab's dir doch gesagt, du weißt schon. Nein, hilf mir nochmal. Sternhagelvoll. Also, wenn du's unbedingt wissen willst. Ich bin Mitglied in einem Buchclub. in den ich jetzt gehen werde. Oh, stimmt ja. Und welches Buch liest du gerade? Es ist eine Mordgeschichte. Sie heißt, warum tust du mir nur sowas an? Oh ja. Die ist doch von dem Autor von... Weil's mir einen Riesenspaß macht. Mann, ich hätte niemals gedacht, dass ihr zwei so viel liest. Tja, jetzt weißt du's. Gute Nacht. Hey, Alan. Ja? Hast du ab und zu mit Judith Kontakt? Nein, mach's gut. Aber falls du mal mit ihr sprechen solltest, sag ihr einen Gruß. Okay. Und dass die Zeit, die wir zusammen waren, mir sehr viel bedeutet hat und... Und dass sie mich anrufen soll, wenn sie was braucht. Ich bin... Für sie da. Ich kenn noch ein gutes Buch. Erlebnisse unterm Esstisch von Richard Grabschach. Aber... Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu... Warten aufs Leberversagen von Kai Perinia. Na? Was sagst du, Charlie? Wir beide? Kippen im Sand Dollar ein paar Drinks und wer weiß, vielleicht treffen wir ja ein paar nette Frauen. Klar. Warum nicht? Und falls die Auswahl zu klein ist, kannst du ja ein paar von deinen Prostituierten anrufen. Oh Mann, Prostituierte und Popcorn-Shrimps. Oh, you can eat. Okay, ich muss dir mal was erklären, was Noten betrifft. Oh Mann, wer füttert denn die Möwen mit Blaubeeren? Und der Nachtisch? Oh, Crème Brûlée. Schmatz. Hoppla, mein Löffel ist runtergefallen. Ich hab heute Herb getroffen. Au! Was? Er ist bei mir vorbeigekommen. Aber was hat er denn bei dir gewollt? Ich glaube, er ist einsam. Du fehlst ihm. Tja, Pech gehabt. Und dir... fehlt er nicht? Au, au, au! Reden wir den ganzen Abend über Herb oder soll ich meinen Löffel suchen? Naja, du brauchst keinen Löffel mehr zu suchen, wenn du mich ankeifst. Aber ich hab dich doch nicht angekeift. Du hast recht. Tut mir leid. Ich hab recht und es tut dir leid? Ja. Verschwenden wir doch nicht unsere Zeit, wenn du alles machen kannst, was du willst. Äh, alles? Ja, alles. Wow. Dann sag nochmal, ich hätte recht. Oh Gott, Herb, hier wohnst du also? Ist ja echt deprimierend. Sieh's dir nie bei Tag an, sonst hängst du dich auf. Also, Ladies, willkommen in der Casa de Herb. Das ist Spanisch für Haus von Herb. Ja, mach lieber auf. Ja, Moment. Krieg ich den grünen Clown, dann kriegst du den Zieraffen. Ich hoffe, ihr steht auf Eisenbahn. Immer langsam. Hier gibt's nur Nahverkehr. Die Fahrkarten, bitte? Ich wette, ihr habt gedacht, das hier wird pervers. Nicht schlecht, hm? Die besten Weichen, die es gibt. Ach, Unsinn, Herb. Die Mädels wollen keine Weichen. Und, lassen wir jetzt die Party steigen? Okidoki. Wollt ihr einen Snack oder was zur Erfrischung? Ähm, Herb, dieses Geschäft ist zwar gesellschaftlich nicht hoch angesehen, aber der Vorteil ist, dass es den Mädels nicht um Etikette geht. Sie wollen gleich zur Sache kommen und dann abhauen, so schnell sie können. Ja, herr? Nicht mal einen Apfelsaft? Sie haben keinen Durst, Herb. Sie haben einen Zeittarif. Okay. Na schön. Okay. Dann gehen wir jetzt wohl ins, ähm, ähm, Schlafzimmer und, ähm, zwingen mich nicht dazu, Charlie. Was soll denn das jetzt wieder? Es war doch dein Einfall. Ist mir egal. Ich bin nicht wie du. Ich kann nicht mit Noten schlafen. Nichts für ungutig. Wo willst du denn hin? Ich liebe meine Frau. Ich will sie wiederhaben. Alles einsteigen. Schatz, äh, du summst schon wieder. Entschuldigung, mir fehlen die Worte. Okay, könntest du deinen Mund bitte nicht so weit aufmachen? So besser? Äh, ja, Schatz, gut so. Könntest du bitte trotzdem nicht in meinen Mund reden? Das sind ja mehr Vorschriften als in einem Schwimmbad. Das sind keine Vorschriften. Ich weiß nur, was ich will und du hältst dich nicht dran. Na schön, was, was willst du denn, Judith? Das muss ich dir erst sagen? Nein, nein, ich will raten und angeschrien werden. Wer schreit dich denn hier an? Ich bin doch nicht deine Mutter! Da hast du recht. Meine Mutter kann mich entmannen, ohne mich anzuschreien. Oh Gott, ich kann es nicht. Was? Ich kann nicht mehr zu dir zurück. Ich hab Angst gehabt, mit 40 Jahren keinen mehr zu finden, aber lieber sterbe ich allein, als an dich gefesselt zu sein. Okay, jetzt hörst du dich an wie meine Mutter. Judith, ich liebe dich. Bitte nimm mich zurück. Oh Mann, das wird peinlich. Ich komme, Schatz! Verschwinde hier. Oh, äh, nur damit das klar ist, können wir auch Außenbeziehungen haben? Los, verschwinde! Nee, danke für die Fahrt, Mädels. Und fürs Nachhausebringen auch. Puff, 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 die Eisenbahn, wer fährt mit, wer hängt sich an? Dann nehme ich mir eine Nutte, Mädel. Hey, Alan! Hey, darf ich mich zu dir setzen? Das ist dein Haus. Oh ja? Entschuldigung. Vorsicht bitte, heiße Suppe. Was ist denn das? Das ist jetzt etwas peinlich. Was ist das denn? Was wohl ein Andreas Kreuz? Verstehe kein Wort. Ich habe auf einer Spielzeugeisenbahn Sex gehabt. Warum sonst hat man wohl ein Andreas Kreuz in der Arschfalte? Warum sonst? Hätte es schlimmer kommen können. Mit einer Dampflok in meinem Lockschuppen. Oh, na komm schon, das ist doch witzig. Und wie war es, als Herb zu Judas nach Hause kam? Woher weißt du das denn? Glückstreffer. Sie hat mich wieder rausgeworfen, Charlie. Während sie sich vorn in Herbs Arme geworfen hat, musste ich zur Hintertür raus. Was gibt's da zu lachen? Du hast eben Hintertür gesagt. Das erinnert mich an meinen Lockschuppenwitz. Gute Nacht. Ich warte hier auf Sie. Geben Sie den Girls ein Trinkgeld. Geben Sie den Girls ein Trinkgeld. Hey Mom, hier ist Charlie. Ja, ich weiß, wie viel über es ist. Hör zu, findest du das auch so witzig? Hm, muss doch eine Störung sein. Hey Jack, stehst du schon? Aufmachen. Aufmachen. Komm schon. Oh, oh, hi. Danke, dass ihr ihn rüberbringt. Kein Problem. Hey, weißt du was? Oh Herb, Jake sollte es ihm sagen. Ähm, was sagen? Jake? Meine Noten sind zu schlecht für die Militärschule, also ha ha. Nein, mein Schatz, das andere. Oh, ich werd bald Bruder. Du bist schwanger? Ja, Alan. Ja, Alan. Herb und ich kriegen demnächst ein Baby. Herzlichen Glückwunsch. Halten Sie das Kind diesmal von der Bleifarbe fern. Hast du das gehört? Die beiden sind erst sechs Wochen wieder zusammen und erwarten ein Baby. laut und deutlich. Kommt rein, wir köpfen eine Flasche Champagner. Champagner. Äh, nein. Wir sollten jetzt lieber fahren. Komm, Herb, macht's gut. Oh, Scheiße. Was für ein bemerkenswerter Zufall das doch ist. Ja, so ein Zufall. Alles in Ordnung? Nein. Komm her, setzen wir dich erst mal. Ja, setzen wir mich erst mal. Hier, schön aufs Sofa. Ja, aufs Sofa. Was ist denn mit ihm? Er übt gerade Kopfrechnen. Oh ja, üble Sache. Oh ja, üble Sache. Morgen. Morgen. Charlie, bitte fang nicht irgendwas an. Zu spät. Bin davon aufgesagt. Charlie, ich muss zur Arbeit. Okay, ich hab einen Job für dich. Wir bringen das heute Nacht zu Ende. Oh, ich glaub, ich muss es selbst zu Ende bringen. Ich würde keinen Zwang an. Wenn man's erlaubt kriegt, macht's keinen Spaß. Charlie, ich hab mir gedacht, wir könnten heute Nacht bei mir schlafen. Oh nein, 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 nein. Charlie? Verzeihung, hast du was gesagt? Ich hab gesagt, vielleicht könnten wir heute Nacht bei mir schlafen. Du willst mit einem Tier schlafen? Ich hätte gern, dass wir bei mir schlafen Au Warum denn das? Ich schlafe jetzt seit drei Wochen bei dir und muss eine Stunde zur Arbeit fahren Ich würde mit Vergnügen ein Taxi springen lassen Es geht nicht nur um die Fahrt Du hast doch von der Fahrt gesprochen Ich will damit sagen, wenn wir zwei uns regelmäßig treffen, sollten wir mehr ans Geben und Nehmen denken Also wenn ich an Letzte Nacht denke, sind wir ziemlich quitt, was das Geben und Nehmen angeht Und wenn ich mich recht erinnere? Bist du mit Geben dran? Hey, im Gegensatz zu dir, hab ich den Tennisarm Wie wär's mit heute Nacht? Ich würd ja gern, aber das wird vielleicht etwas schwierig Warum? Ich hab gewusst, dass sie das fragt Ich hab langsam das Gefühl, dass du mich nur hier sehen willst und nur, wann's dir passt Nein, das stimmt doch gar nicht Das ist schön, dann wirst du heute bei mir schlafen Hört sich gut an Freu mich schon drauf Na, was hast du dieses Wochenende vor? Ganz egal, Hauptsache wir beide sind zusammen Was hast du angestellt? Ich hab nichts angestellt, wie kommst du überhaupt auf so eine Frage? Entweder er hat einen Schnapsladen überfallen oder einen Obdachlosen erschossen Muss ich erst deine Mutter anrufen? Wenn du willst, aber du weißt, wie sie sich aufregt Das Risiko geh ich ein Gut, mir egal Na gut, ich bin aus dem Schulbus geworfen worden Du hast so viel Rückgrat wie ein Gummibärchen Warum wurdest du rausgeworfen? Ach, weißt du, das ist eine witzige Geschichte Bring mich zum Lachen Weißt du zufällig, was Mooning ist? Ja, da zeigt man seinen Nacken hinter Der Bus fuhr an der Leichtathletikmannschaft der Mädchen vorbei und wir haben ihnen gezeigt, wo der Mond hängt Siehst du, wie hat's gerafft? Börter Das hat mich nur an meinen Abschlussball erinnert Also, wie war das? Also, ich hab an dem Abend in der Nähe der Highschool gearbeitet und ich dachte, ich fahr meinen Löffelmacher direkt in Nicht, 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 nicht bei Ihnen Bei ihm Wie Sie wollen, ich will mich ja nicht aufdrängen Was ist passiert? War wohl ein super Abschlussball von Börter Das Eis wird dünner, Jake Mann, wir waren ja ewig nicht Eis essen, wollen die? Jake Mom hat mir zwei Wochen Hausarrest gegeben Warum hat sie mir nichts davon gesagt? Ich hab versprochen, ich sag's dir Naja, und sie hat mir geglaubt Sehen wir uns in Filmern? Männerrunde? Vater und Sohn? Nein, nein, keine Filme Skaten? Kein Skaten Von mir aus Und auch kein Fernsehen, keine Computerspiele, nichts mit Handys und Kopfhörern, nichts, was dich unterhält oder dir Freude macht Kannst du mich nicht einfach mit dem Gürtel verprügeln? Verschwinde hier Mir ist langweilig Oh Mann Was gibt's? Hast du gewusst, dass Calver City fast unten am Flughafen liegt? Ja Das ist ja 45 Minuten von hier Nur wenn kein Verkehr ist Verkehr? Ist das irgendwie ein populäres Viertel? Nicht mehr als andere, aber auf der Welt soll's noch Menschen geben, die Auto fahren und woanders wohnen als du Oh, genau Ich hasse diese Menschen Was gibt's in Calver City? Sie fragte er und ahnte die Antwort bereits Sie will, dass ich den weiten Weg zu ihr rüber gucke, nur damit wir die Nacht zusammen verbringen können Du Ernst, da musst du eine Dreiviertelstunde lang fahren, um zu vögeln Und eine Dreiviertelstunde wieder zurück? Das sind 90 Minuten hinterm Steuer für 20, 30 Minuten hinterm... Dafür muss ich dir kein Aquarell malen Du brichst mir das Herz Das ist noch nicht das Einzige Sie sagt, da kann man nur auf der Straße parken Unter Bäumen, verstehst du? Und aus denen tropft dieser giftige Saft und verteilt sich über deinem ganzen Auto Harz Nein, Horst, weil ich dort hinfahre Aber du hast doch immer gesagt, es wäre besser zur Frau zu fahren, weil man von da einen schnellen Abflug machen kann Ja, für One Night Stands ist das in Ordnung Aber dieses Mädchen liegt mir am Herzen Wir sehen uns jetzt schon fast einen Monat Und doch hast du gerade erst rausgefunden, wo sie wohnt Ich bin ihr Liebhaber und nicht ihr Stalker, Alan Hey Dad, ich brauch mein Notebook Wofür? Hausaufgaben Und welche? Ähm, verdammt bist du gut Toll, dass du so weit gefahren bist, Charlie, vielen Dank Machst du Witze? Ich wäre zu Fuß zu dir gekommen Wäre vielleicht schneller gewesen bei dem Verkehr Gute Nacht Gute Nacht Was machst du denn da? Hab ne Autotür gehört Deinem Mercedes passiert schon nichts Wollen wir hoffen Ich prüfe nur nochmal nach Morgen ist die ganze Abdeckplane voll Harz Sind Planen nicht dafür da? Schon gut, das kapierst du nicht Kein Fernseher im Schlafzimmer? Der ist im Wohnzimmer Hast du nur einen? Wie viele brauche ich denn? Naja, du hast drei Zimmer und ein Bad, also vier Wenn du lieber Fernsehen willst, als zu kuscheln, dann von mir aus Nein, nein, ich würd lieber kuscheln Bei mir zu Hause könnten wir beides machen Weißt du? Kuscheln und Sport gucken Gute Nacht, Charlie Träumen was Schönes Was ist denn jetzt wieder? Nichts, ich bin's nur gewöhnt, auf deiner Seite zu schlafen Ja, na und? Und ich lieg normalerweise auf meiner linken Seite Deshalb lieg ich immer mit dem Gesicht zur Bettkante Aber hier hab ich deinen Hinterkopf vor der Nase Der sehr hübsch ist Es gab gewisse Gelegenheiten, da hab ich seinen Anblick sogar sehr gemocht Aber, weißt du, wenn ich schlafen will, find ich ihn etwas befremdlich Tut mir leid, aber das ist meine Seite Bei mir zu Hause schläfst du doch auch auf der anderen Seite Bei dir zu Hause, hier sind wir bei mir zu Hause Aber ich bin zu Gast hier Und ich bin bei dir zu Gast Das ist was anderes Und wieso? Lass mich nachdenken Gute Nacht, Charlie Mann, du bist ganz schön unflexibel Oh, du hältst mich für unflexibel? Ja, körperlich natürlich nicht Du bist aber ein bisschen dickköpfig, das wirst du doch zugeben Gute Nacht, Charlie Okay, gute Nacht Jetzt hab ich's Wenn ich dort liege und ein bewaffneter Einbrecher kommt rein, kann ich aufspringen und dich beschützen Aber wenn du da liegst, erwischt dich mit Sicherheit die erste Kugel Und wenn er durchs Fenster kommt, was dann? Na toll Jetzt finde ich überhaupt keinen Schlaf mehr Jake? Wehe, du siehst gerade fern Dann wird er wohl oben sein Uh-oh Uh-oh Das ist ja, als würde man im Dschungel schlafen Was, was machst du denn da? Überhaupt nichts, gar nichts Ich wollte nur gerade ins Bad gehen und bin auf eine Katze getreten Du musst dich nicht rausschleichen Wenn du gehen willst, dann geh bitte Wow, da ist wohl jemand auf der falschen Bettkante aufgewacht Na aber ich will nicht schon wieder davon anfangen Mach's gut, Charlie Na sowas? Jetzt bist du auch noch sauer Warum sollte ich sauer sein? Nur weil ich seit einem Monat jeden Abend nach Merleboe fahre und du willst dafür nicht mal eine Nacht bei mir bleiben? Na ja, und vielleicht auch, weil ich deine Katze fast plattgetreten hätte Charlie, Frau, bitte nach Hause Willst du das? Ich flehe dich an Na schön, wenn du unbedingt willst Und morgen bei mir? Du liebst wie eine Frau, aber du wirfst wie ein Mann Wieso schläfst du hier draußen? Ich hab hier, ähm, kampiert Warum nicht? Solange du nicht fern siehst Oh Diese bekackten Vögel Hey, wie war's letzte Nacht? Hab's versucht, Alan Hab's versucht, aber ich konnte nicht Ab und zu passiert das jedermann Besonders wenn er in unser Alter kommt Was meinst du damit? Was meinst du damit? Ich mein damit, dass ich so festgefahren bin, dass ich nicht mal eine Nacht auswärts schlafen kann Ja, genau, das hab ich auch gemeint Früher hab ich noch überall schlafen können Auf ner Couch, auf dem Boden, im Polizeiwagen, im Zeugenstand, in ner Gefängniszelle Da hast du nicht geschlafen, da warst du besoffen Ich werd mit dir nicht über Semantik streiten Ich wollte nur sagen, dass es mir bei ihr ganz schön unbehaglich gewesen ist Und auch wenn ich geschlafen hätte, wär der Morgen eine Katastrophe gewesen Warum? Denk doch mal nach Wo hätte ich nach meinem Morgenkaffee zum Beispiel mein Geschäft machen sollen? Kann ich verstehen Dafür hat man immer gerne den Heimvorteil Sie hat einen von diesen Holztoiletten sitzen Man glaubt ja, man würde auf Pinocchios Mund sitzen Ich frag mich, wie können Menschen bloß auf Tankstellenklos gehen? Mit denen stimmt doch was nicht Und was ist mit Campingklos? Ha, das ist doch menschenunwürdig Eher würde ich in meinen Kofferraum kacken Hab ich schon Du hast in deinen Kofferraum gekackt? Nein, in deinen Du warst das? Ich hab immer gedacht, es wären Kojote gewesen Was machst du denn da zum Teufel? Ich spiel Smoke on the Water Mit deiner Zunge? Voll cool, hä? Nein, das ist nicht cool, das ist ekelhaft Alan, sieh dir das an Was ist denn jetzt wieder? Dein Sohn leckt meinen Flügel ab Jake, du sollst nicht den Flügel deines Onkels ablecken Mir ist langweilig Dann lies ein Buch Ich will aber kein Buch lesen Dann leck ein Buch ab Wie lange geht denn das noch weiter mit dem Hausarrest? Noch zwei Wochen Zwei Wochen? Charlie, er hat seinen Hintern vor Mädchen aus dem Busfenster gestreckt Was, dafür bestrafst du ihn? Das hast du in seinem Alter vor einem ganzen Mädchenchor gemacht Nein, als ich in seinem Alter war, hast du mir vor einem Mädchenchor die Hosen runtergezogen Oh, richtig Trotzdem warst du damit im Jahrbuch Berta, ich fahre Ich komme Wo fährst du denn hin? Ich hab Chelsea um eine zweite Chance für eine Übernachtung bei ihr gebeten Hier, ihr Kulturbeutel Danke Was ist für eine Nacht? Für eine Nacht Und für einen morgendlichen Geschäftstermin mit Pinocchio Sie haben ihre Flipflops für die Dusche, ihr persönliches Badetuch, Handtuch und Waschlappen, ihre Handseife, Gesichtsseife und Shampoo Gut Einen Mini-Fernseher, ihr Daunenkopfkissen, Seidendammersbezüge und Laken und eine Blechbüchse mit ihrem französischen Lieblingskaffee Super Ein Glas kernlose Himbeermarmelade, ein mildes Abführmittel und eine Rolle wattiertes Toilettenpapier mit Lanolin Okay Calver City, ich komme Das schafft er nicht Deine Chance Und ich hab auch noch nie gesehen, dass er kernlose Himbeermarmelade ist Aber nur, weil sie sich noch nie eine dünne Lage auf den Hintern geschmiert haben Ich freue mich sehr, dass es dir so wichtig ist, Charlie Nur, weil du mir so wichtig bist Was machst du denn da? Hab meinen Laken dabei Fass du mal mit an? Was ist denn mit meinem Laken? Nichts, gar nichts, aber meins ist besser Ägyptische Baumwolle, mindestens acht Millionen fähig Und noch was Schönes Ich hab das mit der falschen Seite des Bettes geklärt Okay Ich schlaf einfach mit dem Kopf da unten Dann kann ich nämlich auf die richtige Seite gucken Aber dann hab ich deine Füße in meinem Gesicht Ist alles geklärt Pfefferminzfußgel Du wirst noch an meinen Zehen kauen wollen Oh, bevor ich's vergesse Klopapier? Ja, hoff dir nicht zu viel Aber ich werd's mal versuchen Hey Jack Bist du hier draußen? Hast du meinen Sohn gesehen? Was zum Teufel Kann man hier mal in Ruhe baden? Raus aus der Wanne, raus aus der Wanne Na gut Das darf doch nicht wahr sein Ist Fernsehen wirklich so wichtig für dich? Das fragst du noch? Geh in dein Zimmer Okay, aber sieh dir mal Onkel Charlie's Klobrille an Die ist beheizt Raus jetzt Kriege ich seine Himbeermarmelade? Rühr die bloß nicht an Wie kuschelig Wenn ich abends nur könnte Für ein kleines Geschäft reicht's Charlie Was ist? Charlie, so wird das nicht So viel Minze an den Füßen Es sind nicht deine Füße Doch, es sind deine Füße Aber auch das Laken Die Kissenbezüge Die Handtücher Die elektrische Zahnbürste Das ist keine Zahnbürste Das ist ein Ultraschall-Dentalapparat Der vibriert bestimmt zehnmal so schnell Wie das Plastikding da In deinem Nachttisch Da hast du recht Das hab ich ja wenigstens noch Und jetzt geh nach Hause Aber ich wollte doch hier schlafen Nein, ich hab einen Fehler gemacht Ab sofort schlafen wir nur noch bei dir Okay, wie du willst Ich bin ja Total flexibel Das Vieh braucht eine Warnblinkanlage Hallo, mein liebes Bett Ich bin sofort bei dir Aber erst muss ich meiner Freundin der Toilette die Aufwartung machen Hallo Ich bin ja nicht nur noch bei dir Das ist eine große Ja, ich bin ja nicht nur noch bei dir Ich bin ja nicht nur noch bei dir Ich bin ja nicht nur noch bei dir Es ist Mom. Sag einen Gruß von mir. Hi Mom. Alan will dich sprechen. Hi, wie gefällt's dir in Dubai? Oh, du hast einen Lover, wie mich das freut. Ja, ja, die können stark beharrt sein. Ja, ich will die Details gar nicht wissen, solange es dich glücklich macht, Mom. Das ist dein Detail, Mom. Oh nein, deinem Haus geht's gut. Ich fahr jeden Tag nach der Arbeit da vorbei. Ja, ja, deshalb bin ich auch der gute Sohn. Ja, viel Spaß mit Hamid. Das war wieder ein Detail, Mom. Ja, dann sehen wir uns morgen. Okay, bis dann. Du warst nicht einmal in Ihrem Haus, stimmt's? Auf Google Earth habe ich es jedenfalls gesehen. Wenigstens das Dach. Ich fahr heute schnell rüber, sammle die Post und die Zeitungen auf und ersetze die toten Pflanzen. Das wird dir doch auffallen. Nein, alles, was lebt, war ja schon immer egal. Weißt du noch, ihr Kackadu? Oh ja, Polly hat sich am Ende selbst aufgefressen. Hey, hör zu, wenn du schon nach Beverly Hills fährst, kannst du auch meinen Mercedes zur Inspektion bringen. Mit Vergnügen? Hey, das will ich gar nicht hören. Du wohnst hier mit deinem Sohn mietfrei und ich will nicht viel dafür. Da kann ich doch mal vielleicht verlangen. Ich sagte mit Vergnügen. Oh. Verdammt, und ich wollte dich schon fertig machen. Verzeihung, wenn ich dich enttäusche. Und nur, damit wir uns einig sind. Mein Auto ist heilig. Wenn du es verbeulst, verkratzt oder auch nur den Hinternabdruck im Sitz veränderst, kannst du gleich bis nach Mexiko weiterfahren und dich selbst in der Wüste verbuddeln. Ich verstehe deine Sorgen. Vertrau mir, ich pass gut darauf auf. Du wirst mir wohl gar kein Vergnügen gönnen. Okay. Auto zur Inspektion. Check. Was kommt jetzt? Oh, mein Schläfchen. Check. Man. Was machst du denn da? Wow! Alles in Ordnung? Nein, ich bin auf meinem Hintern gelandet. Dann war es ja eine weiche Landung. Hey, bring bitte meine Sonnenbrille mit hoch. Sonnenbrille raufholen. Check. Hier. Danke. Was gibt's da so Interessantes? Nichts. Hey, du kennst doch die Regel. Wenn Frauen sich oben ohne Sonnen starrst, du nicht zu ihnen rüber. Du rufst deinen Onkel Charlie. Da ist niemand oben ohne. Oh, und was gibt's dann da zu gucken? So was Blödes. Ungecheckt. Wir haben nur neue Nachbarn. Neue Nachbarn, hm? Was ist da los? Haben die gerade Würstchen auf dem Grill? Nein. Hähnchen? Hier geht's doch gar nicht ums Essen. Oh, ein Mädchen steckt dahinter. Seht sie gut aus? Nein, ich hab wegen einer Mutanten am Geländer gehangen. Jetzt werd nicht schnippisch. Ich wollt nur mein Interesse zeigen. Wieso gehst du nicht rüber und stellst dich vor? Das wird doch aussehen, als wär ich verzweifelt. Du bist verzweifelt. Komm, ich begleite dich. Echt? Warum nicht? Ist noch Zeit bis zum nächsten Schläfchen. Danke. Kein Problem. Und was soll ich da sagen? Keine Ahnung, versuch's mit Hallo. Hallo? Das ist alles, was du weißt? Das ist alles, was du verstehst. Ich hätte vorher pinkeln sollen. Du hast nur eine nervöse Blase. Wenn du erst 40 bist, glaubst du, du musst pinkeln, während du noch pinkelst. Also, können wir? Nein. Ach, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Dass sie mich auslacht? Oh, find ich das süß. Nein, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie sich in dich verliebt, ihr heiratet, nach 10, 12 Jahren kommt sie zur Besinnung, verlässt dich, nimmt all deine Sachen mit und du musst in deinem Auto wohnen. Wow. Ja. Was werde ich dann wohl für ein Auto fahren? Ja. Hallo? Hi, ich bin Charlie Harper und das ist Jake. Wir wohnen nebenan, stimmt's, Jake? Ich bin Jake. Hi, ich bin Celeste. Ich bin Jake. Ist das der Mann vom Kabel, Schatz? Nein, Dad, unsere Nachbarn. Jerome Burnett. Hi, Charlie Harper, das ist mein Neffe Jake. Wir wollten Sie in der Nachbarschaft willkommen heißen. Sehr freundlich von Ihnen. Ja, willkommen in der Nachbarschaft, wiedersehen. Halt nicht so schnell. Weißt du, wer dieser Mann ist? Ja, Ihr Vater, wiedersehen. Das ist Jerome Burnett, einer der größten Footballspieler aller Zeiten. Danke, sehr freundlich von Ihnen. Weißt du, was er für einen Spitznamen hatte? Nein. Raus damit. Mad Dog. Toll, darf ich Ihre Toilette benutzen? Schatz, zeig ihm, wo es ist. Komm, Jake. Frau im Haus, klapp den Sitz wieder runter, Jake. Und, wie läuft's bei Ihnen? Ich bin immer noch bei meinem Verein und mach da die Öffentlichkeitsarbeit. Ach, echt? Da kommen Sie wohl nicht zufällig an Karten? Doch. Soll ich Ihnen welche besorgen? Ach, nicht doch. Ich will keine Umstände machen. Ich hab nur einen guten Tag sagen wollen. Können Sie mir eine Loge besorgen? Mal sehen, was ich tun kann. Das wär wunderbar. Ich nehm an, wenn ein Spieler verletzt ist, wären Sie doch bestimmt der Erste, der davon erfährt. Bestimmt noch vor den, wie heißen die, Bruchmachern? Übertreiben Sie nicht, Charlie. Hey, Dad. Jake will mir den Strand zeigen. Dürfen wir einen Spaziergang machen? Klar, warum nicht? Danke. Bis gleich. Sind die nicht niedlich? Wenn der Bursche mein Mädchen anfasst, dann werde ich sie anfassen. Alles klar. Darf ich mal für kleine... Hier, bitte, Mr. Harper. Oh, oh, danke. Cappuccino. Was werden die erst servieren, wenn man ein Auto kauft? Die kümmern sich hier gut um einen. Sollten sie auch. Wir zahlen ja genug für unsere Autos. Oh ja, die sind ziemlich teuer. Ist das Ihr CL56 draußen? Äh, ja, der gehört mir. Wie finden Sie ihn? Was soll ich daran schlecht finden? Er kann alles bis auf Zehennägel schneiden. Vielleicht hab ich aber auch den Knopf nicht gefunden. Nicht, dass ich sie schneiden müsste. Hab ich gestern Abend gemacht. Überm Waschbecken. Clipping, clipping. Diane. Oh, Alan. Wohnen Sie hier in der Gegend? Äh, nein, ich wohne unten am Strand. Sintermonika? Äh, Malibu. Äh, Malibu. Yep, Malibu. Ja, wir, wir nennen es nur The Boo. So etwa, hey, wie läuft's denn The Boo? Mr. Harper, Ihr Auto ist fertig. Oh, danke, ich komm sofort. Tja, sieht so aus, als wär ich hier fertig. Dann fahr ich mal zurück nach The Boo. Sie haben's gut. Ich muss wohl den ganzen Tag hier warten. Ist ja furchtbar. Und ich komm um für Hunger. Oh, da drüben stehen doch kleine Croissants und, äh, Schokonatkookies. Oder, äh, ich könnte Sie vielleicht zu einem netten Mittagessen einladen. Das fände ich wundervoll, Alan, danke. Oh, wie schön, gehen wir. Das wär mir mit meinem Volvo nicht passiert. Nein. Es ist fünf Uhr. Danke. Ich hatte fast die Happy Hour verschlafen. Wo ist meine Tochter? Die sind noch nicht wieder hier? Warum komm ich wohl her? Na, ich dachte wegen der Happy Hour. Ich ruf Jake mal an. Mal sehen, wo Sie stecken. Ja, tun Sie das. Hat Ihre Tochter kein Handy? Das hat sie zu Hause vergessen. Kinder, hm? Das klingelt. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Hey, das ist auf so schrecklich vielen Ebenen unpassend. Das ist auf so schrecklich vielen Ebenen unpassend. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Deine Freundin bringt sie mit einem Magen zu. Welt und sieht sie auch noch brenntend aus. Knall diese Schlampe durchs gesamte Haus. Ruf mich an. Knall die Schlampe. Ruf mich an. Knall die Schlampe. Ruf mich an. Knall die Schlampe. Das ist nur mein, äh, pied-à-terre. Ich bin meistens draußen im Strandhaus. Sie waren ja wohl ewig nicht hier. Ach, nur zwei Wochen. Hey, haben Sie denn niemand, der hierher kommt und Ihre Pflanzen gießt? Äh, doch, aber der ist unglaublich unzuverlässig. Mein Bruder. Oh. Ein ziemlicher Schnorrer. So, was machen wir jetzt? Wenn wir schon hier sind? Äh, ich, we-we-weiß nicht, äh... Oh, ähm, das zum Beispiel. Oh, Entschuldigung. Oh, Moment. Äh, Alan Harper am Apparat? Ich weiß, wer am Apparat ist, du Tiefflieger. Wir haben hier ein Problem. Nein, wirklich? Der Schnorrer in the boo. Und wo liegt das Problem? Doch wohl nicht wieder der Weinkeller, oder? Was redest du da für ein Quatsch, du Oberaffe? Oh, gut, gut. Jetzt hör mal zu. Dein Sohn ist schuld, wenn ich mein Leben verliere. Oh, dann ist er okay? Dem geht's gut. Wahrscheinlich so gut wie noch nie. Ich bin's, der in der Klemme steckt. Ich vertraue darauf, dass, 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 dass du das gut hinkriegst. Danke für die Info. Und mach dir eine Flasche Pinot auf. Alan! Oh Gott. Ich dachte, wir hätten eine Sonnenfinsternis. Verzeihen Sie, ich muss noch mal für kleine... Oh, ich wusste es. Du bist verheiratet. Oh, oh, nein, nein, nein. Ich bin, ich bin nicht verheiratet. Das ist, ähm... Ein, ein seitenes Abendkleid. Ich würde sagen, es ist Chiffon. Ah, immer dasselbe mit euch, Männern. Nein, 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 warte, Diane, ich, ich... Du verstehst das falsch. Es ist etwas, was du noch nicht von mir weißt. Stehst du auf Kerlen? Nein. Bist du ein Crossdresser? Nein. Das fände ich nämlich total scharf. Ja. Ich bin ein eingefleischter Crossdresser. Hat ein bisschen gedauert. Kleiner Unfall. Kommen Sie, wir gehen die Kinder suchen. Jerome, Jerome, warten Sie. Was ist? Immer noch flink. Jetzt setzen wir uns, atmen tief durch und besprechen das mal in Ruhe. Kommen Sie, mein Großer. Bitte. Machen Sie es kurz. Also, es ist doch so. Jake ist harmlos. Sie müssen sich echt keine Sorgen machen. Es sei denn, Ihre Tochter wäre ein Donut. Und ich nehme mir an, sie ist keins. Celeste ist alles, was ich habe. Sie sind kein alleinerziehender Vater wie ich. Richtig, bin ich nicht. Aber ich habe Erfahrung darin, Frauen mit Vaterproblemen auszunutzen. Was erzählen Sie da für ein Quatsch? Glauben Sie mir, wenn Sie Ihre Tochter nicht selbst entscheiden lassen und nicht aufhören, ihr Leben zu kontrollieren, wird sie Ihnen ewig grollen, wenn sie mal groß ist. Und dann wird sie versuchen, sie dadurch zu bestrafen, dass sie es mit einem betrügerischen Schlitzer wie mir treibt. Und Sie können uns nicht alle erwürgen. Aber ich kann's versuchen. Noch mal von vorn. Bist du dir auch sicher, dass du das willst? Klar, Baby. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, okay. Ich habe zwar die Panties an, aber ich habe keine Bikini-Rasur. Mein Hintern trägt ganz schön aus. Diane? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gar nicht übel. Ja, ja, mein Auto wurde gestohlen. Ja, gerade eben. Wenn Sie schnell sind, dann... Ja, ich warte. Warum überrascht mich das jetzt gar nicht? Musste es mein rotes Schiff und Kleid sein? Und nachdem mein Knie kaputt war, hat meine Frau mich verlassen. Oh Mann. Tut mir leid. Wegen eines Fußballers. Oh. Das macht's ja noch schlimmer. So ein kleiner Zwerg aus Serbien. In seinem Namen kam nicht ein Vokal vor. Oh ja. Er konnte sicher was zwischen die Latten knallen. Ja, ich meine, fußballmäßig gesprochen. Und seitdem bin ich ganz allein mit Celeste. Verstehe. Verstehe. Ich weiß nicht, was ich tue, wenn dir irgendwas passiert, Charlie. Dann dreh ich durch. Ich dreh schon durch, wenn ich daran denke, Mann. Na dann, denken Sie um Himmels Willen nicht daran. Kommen Sie. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Danke, Charlie. Sie sind in Ordnung. Kein Problem. Bleiben Sie einfach ganz ruhig. Und wenn Celeste nach Hause kommt, müssen Sie nur so tun, als wäre gar nichts passiert. Sie glauben, es ist was passiert? Nein, nein, nein. Nichts ist passiert. Deshalb müssen wir ja auch nicht auf die Suche gehen. Und dadurch zeigen Sie Ihrer Tochter, dass Sie ihr vertrauen. Gut. Ich werde es versuchen. Es wird Ihnen nicht leidtun, versprochen. Okay. Kommen Sie mit mir rüber. Ich werde Ihnen gern zwei Karten schenken für das Spiel am Sonntag. Oh, das ist doch nicht nötig. Ich schnappe noch schnell meine Schlüssel. Gehen wir. Und wie geht's dem Mann, den Sie im Tampa Bay Spiel getackelt haben? Robinson, der kann wieder laufen. Celeste? Oh. Hi, Dad. Hey, Mr. Mad Dog. Werde ich auch wieder laufen können? Hör zu, Jake. Ich finde es ja schön, dass du so mutig warst und ein bisschen Action hattest, aber ich würde dich gern was fragen. Was? Bist du total verrückt geworden? Tut mir leid, wir haben jedes Zeitgefühl verloren. Na, vielen Dank. Deshalb musste ich heute schon zum zweiten Mal die Shorts wechseln. Da ist ja mein Handy. Wen rufst du denn da an? Celeste? Nein, nein. Nein, 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 nein. Celeste kannst du vergessen. Und mach einen anderen Klingelton drauf. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich komme sofort, Jerome. Jake, geh in dein Zimmer. Egal was du hörst, du kommst nicht raus. Was? Verschwinde. Hören Sie, ich habe mit dem Jungen geredet. Er wird ihre Tochter nicht mehr belästigen. Also, wenn Sie irgendwas tun wollen, tun Sie es mir an. Tut mir leid, Kumpel. Ich habe mich da zu sehr reingesteigert. Okay. Celeste hat mir alles erzählt, dass ihr Junge ein perfekter Gentleman war und dass sie ihn küssen wollte. Sie hat ihn küssen wollen? Dann haben Sie größere Probleme, als Sie dachten. Hey, hier sind zwei Karten für das Spiel. Sie kommen mit Jake, ich komme mit Celeste und wir amüsieren uns. Danke. Vielen, vielen Dank. Verzeihung. Entschuldigung. Okay, dann bis Sonntag. Bis Sonntag. Alan, wo ist denn mein Auto? Warum hast du denn dein Kleid an? Alan, warum bist du nicht in Mexiko? Nein. Nein. Men, 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 Men Berta will nicht, dass ich so viele Ballaststoffe esse. Also dann hole ich mal die Suppe. Wenn die so wie der Salat ist, können wir sie vergessen. Du weißt also wirklich nicht, was hinter dieser Einladung steckt. Sie hat gesagt, zum Abendessen. Und du hast ihr geglaubt? Oh, da Gott, Mann. Weißt du, was du getan hast? Nur die Ruhe. Nur die Ruhe? Wir können froh sein, wenn wir noch alle Gornaden haben, wenn wir hier rausgehen. Was ist denn eine Gornade? Du bist eine. Also was Schlechtes. Du bist keine Gornade, sagte die andere Gornade. So, meine Lieben. Kartoffellauchsuppe. Oh, wie entzückend. Hast du Cracker da? Cracker? Ja, ich hab gern was Genuspriges in der Suppe. Salzbrezeln, Croutons, alte Brötchen. Ich seh nach. Fangt ruhig an. Cornflakes tun's auch, wenn's sein muss. Ich hab dabei ein ungutes Gefühl, Alan. Warum? Wir essen mit unserer Mutter zu Abend. Du spürst es also auch. Wo gibt's denn sowas? Keine Cracker zur Suppe. Das einzig Knusprige, was ich habe, sind die Macadamia-Nüsse. Interessant. Versuchen wir's. Also, ich nehm an, ihr fragt euch, warum ich euch eingeladen hab. Du meinst, du hast uns nicht nur zum Essen eingeladen? Hör auf, Charlie. Ich hab gute Neuigkeiten. Nein, ich sterbe nicht. Ich hab doch gar nichts gesagt. Wie kommst du denn auf sowas? Okay, tut mir leid. Jedenfalls habe ich gewisse finanzielle Vorkehrungen getroffen. Also hast du vor, zu sterben. Glaube mir, Schatz. Ich verspreche dir, so lange auf Erden zu weilen, bis ich deine Gin-Getränken, aufgedunsenen, syphilitischen Überreste identifizieren kann. Na, dann kennen wir ja den Zeitrahmen. Du sagtest, was von finanziellen Vorkehrungen. Ja, also. Es geht einfach darum, dass ich genügend Geld angespart habe, um meinen Enkel später mal aufs College schicken zu können. Du willst dein College kaufen? Ich hab einen Treuhentfonds eingerichtet. Oh, Mom, Mom. Das ist ja sehr großzügig, aber ich hab für Jake schon einen College-Fonds eingerichtet, als er geboren wurde. Wirklich? Wie viel ist da jetzt drin? Äh... Hast du gehört? Oma schickt dich aufs College. Jetzt? Ich bin noch nicht mit der Suppe fertig. Mom, hast du dir das gut überlegt? Sieh ihn dir doch an. Vielleicht ist er mit allem überfordert, was sich nicht ums Essen dreht. Charlie, Charlie, bitte, Mom, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin. Jake, hast du eigentlich kapiert, was deine Oma dir da schenkt? Ja, noch mehr Schule. Was ein Hammer. Jake, ich wüsste vielleicht, was dich motivieren kann. Wenn du dich reinkniehst und deine Noten verbessern sich, bevor du wirklich aufs College gehst, kauft Oma dir dafür ein neues Auto. Ich hab dich lieb, Oma. Wenn ich mein Auto von Oma kriege, wird einer von euch auf der Straße parken müssen. Das Auto ist fürs College. Wie kommst du darauf, dass du dann hier noch wohnst? Ach komm schon, ich weiß, dass du mich liebst. Da hat er allerdings recht, du liebst den Haber, er muss es mir doch nicht unter die Nase reiben. Was glaubst du, worauf Mom hinaus will? Muss sie auf was hinaus wollen? Ein College-Treuhand-Fonds? Für ihn? Letzte Woche hat er sich beim Sandwich-Essen in die Hand gebissen. Und wenn schon, er war im Fressrausch. Vielleicht will sie seine Liebe kaufen. Alan, denk mal nach, das hätte sie auch mit einem Cremetörtchen und einem Schweinesteak geschafft. Egal, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als ich erfahren habe, dass ein College gesichert ist. Ja, klar, das führt mal mit dem Schilde, dass dir ein Stein vom Herzen fällt. Also gut, was hat sie deiner Ansicht nach vor? Keine Ahnung, aber wenn man sie durchschauen will, muss man in verschlungenen Pfaden denken. Manipulativ, verschlagen. Na zum Beispiel, falls er wie durch ein Wunder das College schaffen sollte und Jura studiert... Jura? Ich kann dir nicht mehr folgen. Vielleicht vögelt sie ja den Universitätsdekan. Jetzt hör erst mal zu. Ich höre. Sagen wir, er quält sich durch das Studium, braucht sieben oder acht Anläufe für eine Prüfung, wir wissen doch, wie das endet. Was bleibt ihm dann noch als Jurist mit einem schlechten Abschluss? Weiß nicht, ein Regierungsjob? Ganz genau. Vielleicht hat er Einfluss auf die Bebauungspläne und Bingo Bango kriegt Mom endlich ihr zweites Stockwerk auf ihr Haus. Du denkst also wirklich, dass sie ihn aufs College und auf die Uni schickt, nur weil sie noch ein zweites Schlafzimmer will? Das ist Irrsinn. Ach ja? Ist das Irrsinn? Morgen. Morgen. Alan. Ja? Hast du einen Schlaganfall? Nein, ich frage mich nur, warum ich heute zur Arbeit gehen soll. Ich meine, Mom kauft Jake ein Auto und sorgt für seine Ausbildung. Wofür soll ich mich abrackern? Für deine Selbstachtung. Nein, die hat Jude das mir durch die Scheidung genommen. Weil du als Chiropraktiker Patienten von ihren Rückenschmerzen befreist? Gut, irgendwo musst du ja hingehen. Warum? Weil du mich verrückt machst. Ich sollte Motivationstrainer werden. Morgen. Mit Ihrem Bruder stimmt was nicht. Das sagen wir hier nicht. Wir sagen erst was ganz Besonderes. Nein, meine Freunde halten dich doch nicht für meine Oma, sondern für meine junge Tante. Wenn der Junge ihr noch tiefer in den Hintern kriecht, müssen wir ihm ein Seil um die Füße binden. Hey, ich hab nachgedacht. Weißt du, was ein gutes, sicheres Auto für mich wäre? Ein gebrauchtes Polizeiauto. Keine Ahnung von der Polizei, schätze ich. Der Schwachkopf kriegt ein Auto von ihr? Und eine College-Ausbildung. Schätze, daraus wird nur was, wenn es ein Clowns-College ist und das Auto 20 Sitze hat. Gut, dann sehen wir uns in einer Stunde. Warte. Nein, muss ich nicht. Okay, okay, bis gleich. Ich verbringe den Nachmittag mit Oma. Wenn sie fragt, ich hab geduscht. Wissen Sie schon, was sie vorhat? Nein. Und das ist es, was mir Angst macht. Bom, bom, bom. Schien mir irgendwie passend. Also dann, Mr. Sharipa, wie fühlt sich das hier an? Tut ein bisschen weh. Ja, ja, Sie haben da einen Spasmus. Da bin ich selbst schuld. Ich hab letzte Nacht versucht, es mit Mr. Sharipa in der Dusche zu treiben. Die Frau ist keine Ballerina. Tja, Sex in der Dusche ist was für junge Männer. Oder für mittelalte Männer mit dünnen Frauen. Klar. Was soll ich sagen? Ich mag's, wenn eine Frau in Hintern hat wie ein Brauereigaul. Das, das, das sagt ja alles. Wenn man ihr zu Weihnachten auf den Hintern haut, muss es zu Silvester immer noch zittern. Nur von Mann zu Mann. Sie hat's gern, wenn der Weihnachtsmann sie ein kleines bisschen versohlt. Wer nicht? Das steht ganz oben auf ihrem Wunschzettel. Gib mir die Rute. Drehen Sie sich auf die rechte Seite, Mr. Sharipa. Ich will versuchen, Ihren Ischiasnerv zu entlasten. Verschränken Sie bitte die Arme. Danke. Also los. Entschuldigen Sie bitte. Oh nein, nein. Das kann passieren. Das ist normal wie... Oh, gütiger Gott. Ja, das waren wohl die Knoblauchmuscheln heute Mittag. Ich mag Sie, aber die mögen mich nicht. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Wissen Sie was? Mir geht's schon besser. Womöglich sind die Schmerzen daher gekommen. Wo gehen Sie denn hin, Mr. Harper? Nach Hause. Kommen Sie denn wieder? Dr. Harper! Oh mein Gott! Sieh dir das an, den Geländewagen gibt's mit einem Kühlschrank im Handschuhfach. Faszinierend. Reden wir doch ein wenig über unsere College-Pläne. Unsere Pläne? Wenn du auch hingehst, wird alles viel schöner. Ich war doch schon auf dem College-Stadt. So glücklich wie dort war ich nie wieder in meinem ganzen Leben. Echt? Was hattest du denn da für ein Auto? Hör zu, Jake. Ich kann ja verstehen, dass du dich auf ein Auto freust. Aber die Prämisse dafür, dass du das Auto bekommst, ist, dass du es wirklich aufs College schaffst. Ah. Und was heißt Prämisse? Kein College, kein Auto. Oh. Und muss ich das Auto zurückgeben, wenn ich vom College fliege? Wie kommst du denn darauf, dass du vom College fliegst? Aus Erfahrung. Die Chancen stehen 60 zu 60, dass ich die Achte wiederholen muss. 60 zu 60, hm? Ja, vielleicht. Aber auch 70 zu 40. Dann vergessen wir mal die Elite-Unis. Ist das gut? Ja, für die Elite-Unis. Weißt du, Schatz, vielleicht zäumen wir das Pferd vom Schwanz auf. Du stellst auf dem College die Weichen für das, was du gern machst. Was machst du gern? Ähm, Fernsehen, Computerspielen, Schlafen. Ich schlafe so gern, dass ich manchmal sogar vom Schlafen träume. Okay, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ach, weißt du, was ich wirklich mag? French Toast mit einem Hauch von Orangenzesten. Orangenzesten? Ja, die kratzt man von Orangenschalen. Nur so schmeckt mein Rezept wirklich. Du hast ein Rezept? Ja, habe es durch Zufall rausgekriegt. Ich wollte einen French Toast machen und der ist mir runtergefallen. Viele große Erfindungen waren Zufall, wie das Dynamit, das Edison erfunden hat. Das war jemand anders. Du kochst also gern? Ja, ich koche gerne, weil ich gerne essen und meinen Mund überraschen will. Weißt du was, mein Schatz? Damit sagst du doch, dass du mal ein Meisterkoch werden willst. Und dafür gibt es Schulen. Und damit kann man furchtbar viel Geld verdienen. Muss ich dann auch so eine Ballon mitzutragen? Wenn du willst. Cool, dann werde ich Meisterkoch. Mein Enkel wird Koch. Damit kann ich leben. Weißt du, was ich als Koch für ein Auto fahren kann? Dann fahre ich einen Imbisswagen. Hey. Hey. Das ist ein Kajak. Was sehe ich? Und rat mal, was ich tun werde. Kajakfahren? Stimmt. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass das Leben zu kurz ist. Dann fährst du in einem Plastikboot auf den Pazifik. Guter Gedanke. Heute während der Arbeit ist mir plötzlich klar geworden, dass ich... Tut mir leid. Mir ist klar geworden, dass ich meinen Beruf nicht mag. Und weil Mom jetzt für Jake sorgt, kann ich mich endlich mit erfreulichen Dingen beschäftigen. Du masturbierst also im Kajak. Nein, aber darum geht's. Das erklär mir mal. Das könnte ich, wenn ich wollte. Ja. Wer hätte das kommen sehen? Tut mir leid. Nein. Toast mit gegrilltem Schweizer Käse, Gouda und Monster. Du meinst Monster. Nein, das ist ne alte Fernsehserie und die heißen so, weil sie Monster sind. Das da ist ein Käse. Jedenfalls ist das ein Sandwich mit Bio-Tomaten, Apfelrauchschinken und Sauerteigtoast. Wo hast du denn das her? Kochkanal, kochkanal.com, Kochkanal für jedermann, Kochkanal-Magazin und von der Schulköchin. Und gleich gibt's selbstgemachte Kartoffelchips. Du machst selbst Kartoffelchips? Das ist doch einfach. Ach, du schneidest dünne Scheiben, reibst sie mit Knoblauch und Zitrone ein, frittierst sie in einem Eisenkessel und dann salzt du sie noch. Ich fass es nicht. Beau Appetit. Warum? Nein, das ist ne Kassenquittung. Oh mein Gott. Der ist ja köstlich. Ist nicht mehr als drei, sonst hast du ne Woche lang Verstopfung. Glaub mir. Na, immerhin haben wir jetzt schon mal einen Beruf für dich gefunden. Cool, ich hol die Chips. Dann reden wir über Autos. Reden wir lieber vorher über Autos. Oh Gott, das war ja unglaublich. Der Wind, die Wellen, der Himmel. Ich fühl mich wie neu geboren. Du warst gerade mal ne Viertelstunde draußen. Die Arme sind mir lahm geworden. Dann hast du also doch Kaja naniert. Was? Gemastur Kajakt. Du bist schrecklich. Außerdem hat mich niemand gesehen. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt lebe ich einfach und genieße es. Also dann. Der Läufer hat die Bahn verlassen. Freut mich. Der Hamster läuft nicht mehr im Rädchen. Schön, das zu hören. Der Vogel ist zufrieden mit den Eiern, die er hat. Kein Kommentar. Aber ich schaff das nicht, Charlie. Das wusste ich. Kein Ziel. Keine Herausforderung. Keine Existenzängste mehr, die mich vorwärts peitschen. Wie hältst du das denn aus? Ich? Weißt du, ich hab mir eine Existenzphilosophie angeeignet, die meine Zukunft bestimmt. Den unbedingten Willen, mich dem Sog des Lebens anzuvertrauen und über seine ewigen Geheimnisse nachzudenken. Aber ich trinke und schlafe auch viel. Ja, aber ich brauch was Sinnvolles, dem ich nachstreben kann. Kannst du das nochmal wiederholen? Ohne eine Karotte vor mir und einen Stock hinter mir finde ich... ...finde ich keinen Lebenssinn. Das ist es. Das ist was? Dass du keinen Lebenssinn findest. Darauf will Mom hinaus. Es hatte nie irgendwas mit Jake zu tun. Nein, sie will dich umbringen. Na hör mal. Denk doch mal nach. Sie nimmt dir den finanziellen Druck von den Schultern, weil sie weiß, dass du ohne ihn nicht leben kannst. Oh, ist die gut. Warum sollte Mom mich umbringen wollen? Keine Ahnung. Warum will ich dich umbringen? Warum will deine Ex-Frau dich umbringen? Deine Person fordert das einfach heraus. Du machst dich lächerlich. Okay. Okay, suchen wir eine Erklärung, bei der sie gut verkommt. Unsere Mutter ist zum ersten Mal in ihrem Leben völlig selbstlos und hat nur das Wohlergehen von jemand anderem im Sinn. Oh Gott, meine Mutter will mich umbringen. Gut, dass wir das geklärt hätten. Das hat mich fertig gemacht. Super Sandwich. Ja. Durch den Brand hat alles eine gewisse rauchige Würze gekriegt. Nur aus Neugierde. Was kostet ein gebrauchtes Feuerwehrauto? Hey Alan, ich weiß, wie es dir wieder besser gehen könnte. Ja bitte, ich höre. Eine Karotte und einen Stock, die deinem Leben Sinn verleihen. Pass mal auf. Du darfst mir jeden Monat einen gewissen Betrag für das große Vergnügen geben, dass du in meinem Haus wohnen kannst. Nennen wir es Miete. Wow. Ich habe schon lange keine Miete mehr bezahlt. Fünf Jahre, zwei Monate und elf Tage. Interessant. Das wäre ein Grund für mich wieder zu arbeiten. Genau. Das ist die Karotte. Und wenn du nicht zahlst, haue ich dich mit dem Stock. Sehr witzig. Das ist mein Ernst. Das ist meine Karotte. Okay. Und wie viel stellst du dir vor? Weißt du, ich habe darüber nachgedacht. Und denke, du hältst diesen Betrag für fair. Oh. Oh, für so eine Miete werde ich hier wohl auch ein Wörtchen mitreden dürfen. Nee, 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 nee. Nein. Wenn du mitreden willst, ist das die Miete. Nein, ich schweige. Gut. Also, immer am Monatsersten? Gut. Sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bringe mich ein, leiste meinen Beitrag. War schon lange fällig. Fünf Jahre, zwei Monate, elf Tage. Gut. Na ja, und wir fangen nächsten Monat erst an, weil dieser Monat läuft ja schon. Gut. Ach, und jetzt kommen ja bald die Feiertage. Da sollten wir vielleicht lieber erst mit dem neuen Jahr anfangen. Am ersten ersten. Gern. Warum nicht? Es sei denn, die Wirtschaftskrise hält an. Damit muss man immer rechnen. In dem Fall werden wir nochmal über den Betrag nachdenken müssen. Ja, vielleicht. Ich meine, ich meine, der Markt ist im Moment ziemlich volatil und, und, und wir alle werden unseren Gürtel enger schnallen müssen. Das gilt für Vermieter genauso wie für... Au! Wahnsinn, es gibt jetzt Autos, die laufen mit Pflanzenöl. Sieh mal einer an. Weißt du, was cool wäre? Ein Hammer, der mit Frittierfett fährt. Aha. Wir könnten Energie sparen und trotzdem durch den Schlamm brettern. Hört sich toll an. Und das neue Auto würde nach Pommes riechen. Gut, ich werde es dir ein letztes Mal sagen. Du kriegst deinen Führerschein erst in zwei Jahren und du kriegst keinen Hammer. Du sagst immer, ich soll mich dir gegenüber öffnen, aber wozu? Ja, Sydney am Morgen war immer wundervoll. Hast du ein Glück? Ich habe sie nur einmal an Halloween gefögelt. Hi. Oh, hey, Alan. Andy, mein Bruder Alan. Alan, Andy. Hallo. Hi, Andy. Hol den Stuhl. Wir reden über den Krieg. Oh, toll. Der Schnorrer? Ja. Und? Woher kennt ihr beiden euch? Tja, also, Andy und ich... Träge ich eine Zigarre? Greif nur zu. Oh, danke. Andy und ich haben uns jedenfalls damals... Am besten nehme ich mir eine für jetzt und eine für später. Also, bevor Andy von hier nach New York gezogen ist, gingen wir zusammen auf Raubzug. So viel haben wir doch nun auch nicht geraubt. Aber nur, wenn du das mit der Unschuld auslässt. Alan, das ist ein großer Mann. Nein, nein, Albert Einstein war ein großer Mann. Ich zocke, trinke und mache mit Frauen rum. Aber das kann ich gut. Andy ist mal per Anhalter von Vegas nach L.A. gefahren und hatte keine Hosen an. Hey, mit dem Daumen kann das jeder. Der Junge hier ist der Bruder, der mir immer fehlte. Oh, naja, wie schön für dich. So habe ich es doch nicht gemeint. Du bist mein Bruder. Vielen Dank. Ihn mag ich nur lieber. Bist schon klar. Andy ist der Einzige auf der Welt, der mit mir beim Trinken und bei den Bräuten mithält. Ich habe mal gedacht, ich hätte ihn unter den Tisch getrunken, aber er lag mit einer Braut drunter. Weißt du noch, Andy? Andy? Mach keine Witze, Alter. Und wer ist jetzt dein Lieblingsbruder? Dann ist er da im Liegestuhl gestorben, ne? Stimmt. Dann muss ich mal die Auflage wenden. Das hätten Sie sehen sollen, Börter. Die haben ihn in einer riesen Plastiktüte weggebracht. Was du nicht sagst. Fast wie die Tüten, in denen die Fahrer ihre Pizza warm halten. Ob Sie es wohl bis zum Leichenschauhaus geschafft haben, bevor er kalt war? Das ist nicht komisch. Vielleicht aber doch und du raffst es nur nicht. Ist. Sie haben ihn gekannt? Andy? Aber ja, bevor er nach New York zog, war er für Charlie wie ein Bruder. Ja, er ist mir bekannt. Und wie geht's, Charlie? Er ist ziemlich fertig. Wäre ja auch ein Wunder, wenn er es nicht wäre. Er war im selben Alter, hat dasselbe bescheuerte Leben wie er gehabt, lehnt sich zurück und stirbt. Da stoppt einem der Atem. Da haben Sie recht. Also mich wundert nur, dass Charlie nicht der Erste war. Entschuldigung. Ich bin immerhin hier. Aber wie lange noch? Hast du den gerafft? Bis später. Wo willst du denn hin? Na, hör mal. Ich hab grad meinen besten Freund verloren. Ich hab viel zu erledigen. Du regelst die Beerdigung? Das würde Andy gefallen. Zum Teufel mit Andy. Ich war jetzt ins Krankenhaus und lass jeden verdammten Check mit mir machen. Der war gut. Du schneidst auch gar nichts, stimmt's? Hey. Hey. Hast du dich durchchecken lassen? Ja, aber ich hab die Ergebnisse noch nicht. Also dann, ich scheide von hin. Und was machen Sie, Charlie? Moment. Ich hab noch was für Sie. Einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende in Palm Springs. Wie nett von Ihnen. Danke, Charlie. Ich, äh, wollte Ihnen noch sagen, dass ich Sie gern hab und mich dafür bedanken, dass Sie immer für mich da waren. Gut, dann bis in der Woche. Sieh eine an. Kaum wirst du dir deiner Sterblichkeit bewusst, wird dir klar, wie viel dir die Menschen um dich herum bedeuten. Ja, und ich muss es Ihnen auch langsam zeigen. Tja, mit einem Geschenk kann man sehr gut ausdrücken, was man empfindet, also... Ich weiß. Das kann was Einfaches sein, wie ein Kaschmiermantel oder sowas Extravagantes wie ein neues Auto. Da hast du bestimmt recht. Augenblick, ich hab was echt Cooles für Jake. Es muss ja kein Neues sein. Einen Vorführwagen würde ich auch sehr aufmerksam finden. Hey, was machst du gerade? Ich wollte Autos googeln, aber du glaubst nicht, was man findet, wenn man Hammer eingibt. Doch, ich glaub's. Hier, ich schenk dir was, wird dir bestimmt gut gefallen. Ist das ein Sandwich? Ein Sandwich in der Geschenkverpackung? Als Überraschung wär's nicht schlecht. Mach's auf. Weißt du, was ein geiles Sandwich ist? Das Monte Cristo. Weil Schinken drauf ist und Käse und es ist frittiert. Jetzt mach die verdammte Schachtel auf. Wow, hast du schon wieder deine Tage? Oh, wow, eine Mini-Videokamera. Ganz schön cool. Weil ich deine Beerdigung drehen soll? Nein, nein, ich wollte dir nur was Gutes tun. Bevor du den Löffel abgibst? Willst du die Kamera oder nicht? Ja, ich will sie. Dann sag einfach Danke. Danke. Mein Gott, jetzt mach mal halblang, sonst kriegst du noch einen Herzinfarkt. Ich arbeite dran. Ist ein Sandwich, mich entspannt das immer. Also dann, bleibt noch ein Geschenk übrig. Ach ja? Ach, das Beste für den Letzten. Vielleicht nicht das Beste, aber es fällt mir nicht leicht. Kann ich es dir irgendwie leichter machen? Ja. Ruf mal, Mann, und sag ihr, ich komme. Nein. Oh, Charlie, was für eine wundervolle Uhr das ist. Gefällt sie dir? Machst du Witze? Die ist ja umwerfend. Und was das Beste ist, jetzt muss ich meine Gute nicht mehr jeden Tag anziehen. Du wirst dich vielleicht fragen, warum ich sie dir gekauft habe. Na, ich denke doch, weil du mich liebst und weil du ein gutes Herz hast. Wann will's? Warum? Okay, das hab ich verdient. Aber es ist die Wahrheit. Ich liebe dich wirklich. Und obwohl wir so unterschiedlich sind, bin ich froh, dass du meine Mutter bist. Du bist doch nicht betrunken hierher gefahren, oder? Ich bin nicht betrunken. Ich hab nur darüber nachgedacht, wie vergänglich das Leben ist und dass keiner von uns weiß, wie lange er noch auf Erden wandelt. Hast du wieder einen Knoten an deinem Piepmatz gefunden? Nein, meinem Piepmatz geht's gut. Ich weiß zwar nicht, wie das bei so einem verschlossenen Teil möglich ist, aber schön. Ich will damit nur sagen, ich mag nicht mehr sauer auf dich sein. Ich will, dass wir Freunde werden. Ich war doch schon immer deine Freundin, Charlie. Du warst nur zu egoistisch, um das zu erkennen. Okay, dann geh ich jetzt. Hast du was vor? Ich muss einen Sarg für einen Freund besorgen. Oh, tut mir sehr leid. Tja, was soll man machen? Kauf nichts Billiges. Mit einer Uhr kann man das machen, aber ein Sarg ist für die Ewigkeit. So, Jung. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Wer hätte gedacht, dass Vögeln rauchen und trinken tödlich ist? Ist dir klar, dass ich an seiner Stelle da am Sarg liegen könnte? Ja. Beschrei es nicht. Ist ein schöner Sarg. Ich will's hoffen. Hat mich zehn Riesen gekostet. Zehn Riesen, wow. Was soll ich sagen? Die Menschen, die ich liebe, sind mir was wert. Und ich krieg nicht mal einen verdammten Kaschmirmantel. Sind ja nicht viele Leute hier. Mit Freibier würden wahrscheinlich mehr kommen. Sorg bei meiner Beerdigung bitte für Freibier. Bin ich jetzt dein Beerdigungsplaner? Wär's dir nicht lieber, wenn sich ein Freund drum kümmert oder jemand, den du gern hast? Nein, mach du's. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir haben uns hier versammelt, um Donald Andrew Patterson auf seinem letzten Weg zu begleiten, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Woran misst man ein Menschenleben? Wann ist das eine Träne? Engagier ja nicht so eine Flasche für mich. Ich will einen mit etwas mehr Persönlichkeit. Ich werde mal bei James L. Jones anfragen. Der war mir recht. Und sterben hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Pflanzen und um Gepflanztes auszureißen. Töten hat seine Zeit. Und heilen hat seine Zeit. Und jegliches Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde. Und so wollen wir Abschied nehmen von Charles Francis Harper. Dem treuen Sohn, dem liebenden Bruder, dem sorgenden Onkel. Dem bon vivant und weltbekannten Connoisseur weiblicher Hintern. Echt viel los hier. Ja, Mann. Nur noch Stehplätze. Da sieht man's wieder. Liebt den Menschen, was sie wollen. Du meinst Freibier, oder? Natürlich. Danke, dass du gekommen bist. Du bist ja auch zu mir gekommen. Ja, aber du bist tot. Charlie, wirf mal einen Blick in die Kiste. Das ist keine Sonnenbank. Oh ja. Dann erzähl mal, wenn du schon hier bist. Wie ist das im Himmel? Unfassbar. Wie im Paradies. Wie bei dir zu Hause. Bevor dein Bruder eingezogen ist. Oh, der war gut. Kannst trinken, so viel du willst. Hast nie einen Kater. Ein unendlicher Nachschub an Frauen. Immer eine schöner als die andere. Und Charlie, stell dir vor, sie glauben einem alles, was man ihnen sagt. Wirklich alles? Es ist der Himmel. Wow. Reservier mir einen Platz, Alter. Würde ich ja gern. Aber die haben mich da nicht aufgenommen. Oh. Woher weißt du denn dann, wie es im Himmel ist? Die führen uns ja jeden Tag ein Video vor, wenn sie Gleitmittel auf ihren Dreizack schmieren. Na, wenigstens Gleitmittel. Nur auf den mittleren Zacken. Um ganz ehrlich zu sein, Charlie Harper war mir völlig unbekannt. Aber jeder Mann, der mit seinem letzten Atemzug 25.000 Dollar locker macht und dazu noch ein ersterklasse Flugticket, damit ich seine Leichenrede halten kann, der ist ein Ass in meinem Ermel. Aber von mir abgesehen, gibt es hier viele Menschen, die Charlie gut gekannt haben und vielleicht will einer von ihnen auf ein paar Worte nach vorne kommen. Oh, oh, ich will was sagen. Äh, hallo zusammen. Hallo, James Earl Jones. Wow. Ähm, hallo Bruder, darf's liegen bleiben. Was sag ich jetzt über Charlie? So viele Worte fallen mir zu ihm ein und so wenige, die kirchentauglich sind. Aber versuchen wir's trotzdem mal. Ähm, Charlie war ein Mann der Liebe. Ähm, er liebte seine Freunde und seine Familie. Aber am liebsten hatte er seinen Penis. Er war sein einziger Körperteil, der je hart arbeiten musste. Dieser Mann war so von der Liebe erfüllt, dass sie praktisch aus ihm rausquoll. Deshalb musste er ja auch zum Arzt gehen. Aber ich will den dahingeschriebenen Nuttenpreller nicht veralbern. Wie dem auch sei, weil er ja kein Testament gemacht hat, würde ich Sie gerne bitten, mich zu einem Leichenschmaus in mein Strandhaus in Malibu zu begleiten. Der hat mein Haus? Der hat alles von dir. Öffentlich alles? Naja, bis auf die Leberzirrhose und die Prostataentzündung. Sieh dir das an. Deine alten Freundinnen nehmen von dir Abschied. Sie haben wohl gar keinen Respekt. Nur zu deiner Information. Spucke ist das Gleitmittel des Teufels. Hören Sie, könnten Sie vielleicht meinen Anrufbeantworter besprechen? Das macht nochmal 500 Dollar. Okay, ich bin jetzt reich. Was wollen Sie? Hier ist CNN oder Luke? Ich bin dein Vater. Ja, Charlie, es war ja sehr nett, aber ich muss wieder gehen. Jetzt schon? Kannst du nicht noch bleiben? Nein, Zeit für den Dreizack. Wer zu spät kommt, kriegt keine Spucke. Und glaub mir, Charlie, du willst die Spucke. Ich will die Spucke! Harper. Aber, Charlie Harper, ich war vor ein paar Tagen bei Ihnen. Ich habe in Becher gepinkelt, Sie haben mir Blut abgenommen und mir eine Kamera bis zum Hals eingeführt. Aber der Arzt sagte, meine Ergebnisse würden heute vorliegen. Gut, dann soll er mich anrufen. Er will nicht mit mir reden, Alan. Ich bin totgeweiht. Nein, bist du nicht. Ich spüre es doch. Von mir aus fahr gegen den Pfeiler, dann sind wir gleich tot. Gern. Ich möchte ja auch nicht ohne dich weiterleben. Was soll das überhaupt alles? Ja, ich bin reich, charmant, eine klassische Schönheit. Ich habe mehr Freistöße gehabt als... als ein Berufsfußballer. Aber was habe ich in meinem Leben schon fertiggebracht? Ein paar dumme Jingles, ein paar Kinderlieder, nichts, was wirklich wichtig wäre. Na, jetzt bist du aber viel zu streng mit dir, alter Freund. Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder. Ich werde abgehen, wie ich aufgetreten bin. Mit einem Kaiserschnitt. Allein. Um Himmels Willen, Charlie, langsam bin ich es leid, das zu hören. Es hat in deinem Leben immer einen Menschen gegeben, der dich bedingungslos geliebt hat und der immer für dich da war. Du meinst... Du hast recht. Wie habe ich das übersehen können? Ich habe es die ganze Zeit vor Augen gehabt. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, selbst wenn sie im eigenen Hinterhof stehen. Oder im Gästezimmer. Rose? Ja, höchstpersönlich. Ich weiß, ich weiß, ist ewig her. Ich habe gedacht, wenn du Zeit hast, könnten wir uns mal wieder treffen und wir trinken einen zusammen. Sehr gut. Treffen wir uns irgendwo oder hole ich dich ab? Okay, dann sehen wir uns bei mir. Wie klein doch die Welt ist. Ja. Winzig, winzig. Win... Win... Hier, Rose. Danke, Charlie. Sitzst du bequem? Aber ja. Gut. Tja, Rose. Charlie. Hab dich lange nicht gesehen. Kann ich nicht behaupten. Oh ja, stimmt, klar. Ja. Tut mir leid, das mit deinem Freund. Ja. Ja, das war ein Weckruf für mich. Kann ich mir vorstellen. Man hält's inne und fragt sich, was im Leben wichtig ist, wer im Leben wichtig ist. Ich hab immer gewusst, wer mir im Leben wichtig ist. Das weißt du genau, hm? Hm. Du weißt, was ich für dich empfinde, oder? Sag's mir trotzdem. Oh, okay. Wie... Wie du ja selbst weißt, hatten wir unsere Höhen und Tiefen. Das waren meine Medikamente, das weißt du doch. Ich hab unsere Beziehung gemeint. Oh. Ja, die hat auch ihre Höhen und Tiefen gehabt. Also weiter. Weißt du, ich hab mir gedacht, wir werden alle nicht jünger. Weißt du, ich hab mal geglaubt, dass ich wirklich jünger werde, aber das lag dann doch nur an meinen Medikamenten. Klar. Ich dachte auch, ich würde schrumpfen. Jedenfalls wurde mir schlagartig bewusst, wie kurz das Leben doch ist. Und dass wir beide vielleicht mal an unsere Zukunft denken sollten. Was ist damit? Also, ich weiß, das ist fast ein Überfall, aber... Rose? Ja, Charlie? Würdest du mir die Ehre erweisen... Tut mir leid, ich will das kurz wegdrücken. Oh. Mein Arzt. Hey, Doc. Wie lautet das Urteil? Kein Leberschaden zu finden? Und mein Herz? Das ist ja umwerfend. Die Lungen sind auch gut? Dann darf ich weiter Zigarren rauchen. Nein, nein, ich übertreib's nicht. Nur wenn ich trinke. Apropos trinken, was machen meine Rohrleitungen? Gehört dazu auch die Prostata? Ja. Also dann vielen Dank, dass Sie mich so schnell zurückgerufen haben. Und verzeihen Sie bitte nochmal die vielen Schimpfworte, als Sie mir den Finger reingesteckt haben. Oh Mann, ist das jetzt peinlich. Nein. Nein. Nicht zu fassen. Der Junge lebt ewig. Nein. Das Ganze kommt einem nur ewig vor. Er raucht. Er trinkt. Er feiert, als gäbe's kein Morgen. Aber ich... Ess mexikanisch, trink ein paar Bier und furze Blut. Ja. Juhu. Sie reden von mexikanischem Essen und schon wächst mir eine dritte Pobacke. Das Leben ist unfair, was, Britta? Wenn's fair wäre, würden Sie mein Klo putzen und ich hätte meine Talkshow. Eine Talkshow? Wieso nicht? Ich bin doch sympathisch. Naja, er ist wenigstens kerngesund. Freut mich für ihn. Mich auch. Und wenn's ewig dauert, bis ich das Haus erbe. Ähm, ähm, wie bitte? Oh, Sie kennen sein Neues Testament noch gar nicht? Was für ein Neues Testament? Nicht so wichtig. Aber falls der Trauerfall eintritt, verschwinden Sie innerhalb von zwei Tagen aus meinem Haus. So was fieses. Men. 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 Ouuuh. Men. Ouuuh. Oh, ouuuh. uten. Men. 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 Oh, ooooh. Na, geht's, Mrs. Fremantle? Dann sehen wir uns nächste Woche. Oh, danke, Dr. Harper. Und keinen wilden Sex mehr, nicht vergessen. Dr. Harper, Sie sind ja furchtbar. Also dann, bis nächste Woche. Das war kein Spaß, die Frau ist ein Monster. Sie sind so nett zu Ihren Patienten, Dr. Harper. Oh, danke. Sie sind so warmherzig, freundlich und witzig. Ach, ist doch normal. Aber Sie, die Patienten lieben Sie. Nein. Widersprechen Sie nicht? Ich widerspreche aber. Das will ich aber nicht. Jetzt werde ich aber rot. Dann werden Sie eben rot. Ja, wie Sie sehen. Dann haben wir jetzt Feierabend? Japsi, Mrs. Fremantle war die letzte für heute. Gut, dann sehe ich Ihr hübsches Lächeln morgen wieder. Ich lächle doch nur, weil ich Sie sehe. Ach, jetzt werde ich aber rot. Dann werden Sie eben rot. Ja, wie Sie sehen. Tut mir sehr leid. Es sollte mir leid tun. Nein, nein, ich habe die Grenzen übertreten. Ich habe sie auch übertreten. Nein, aber ich zuerst. Nein, nein, nein. Keine Widerrede. Ich kann aber nun mal nicht anders. So geht das nicht. Tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Ich lächle nach Ihnen. Ja, ich habe auch gerade gewisse Schwierigkeiten. Es, es, es ist nur, dass ich... Nein, Sie brauchen mir nichts zu erklären. Ich verstehe schon. Also dann, okay, dann sehen wir uns morgen früh wieder. Ich komme dann um halb acht, falls Sie früh rein wollen. Okay, ich komme, komme vielleicht früh, früh rein. Sie sind der Boss. Sie können jederzeit rein, wenn Sie wollen. Oh Gott. Nein. Man. Man-man-man Le Men Hey! Hey. Kann ich mir das Spiel ansehen? Ich wollte eigentlich ein bisschen meine Ruhe haben. Ah. Ist auf jeden Fall immer noch ruhiger als unter einer Autobahnbrücke. Ich weiß nicht weiter, Charlie. Wir wollen unsere Ruhe haben. Können wir uns aussuchen, wen wir lieben? Oh, Mann. Also, wie heißt er? Was, Unsinn. Jedem sein Coming-out, wenn er so weit ist. Du kennst doch meine Empfangsdame. Du meinst das Däumelinchen, das auf meiner Blume gesessen hat? Ja, was ist das ihr geworden? Du hast sie nach einem Wochenende im Bett abgeschoben und ich konnte sie nur durch eine Gehaltserhöhung und bezahlten Urlaub von einer Kündigung abhalten. Oh, vielen Dank. Das hast du ja elegant in Ordnung gebracht. Hat sie am Wochenende schon was vor? Sag mal, bist du verrückt geworden? Und ich versuch dir gerade zu erklären, dass ich was für sie empfinde. Für wen? Für Melissa. Wer ist Melissa? Meine Empfangsdame. Ach so. Dann wird nichts aus dem Wochenende? Ja, es wird nichts aus dem Wochenende. Ich frag ja nur. Reiß mir nicht gleich den Kopf ab. Und? Habt ihr schon... Nein, nein, nein. Es ist noch nichts passiert. Nur ein paar Küsse und sie hat gemerkt, dass ich einen Gefühlsausbruch hatte. Bist du eine Klosterschwester? Sag doch einfach Ständer. Warum rede ich überhaupt mit dir? Das möchte ich auch kein Wissen. Es ist so schwierig, weil zwischen Melissa und mir die Chemie stimmt und dagegen anzugehen ist nicht leicht. Ja, schwierig, wenn man zusammenarbeitet. Genau. Man fischt nicht im eigenen Teich. Ich weiß. Man taucht die Feder nicht in Firmentinte. Und man treibt es nie mit einer Frau, die eine Schlange oder einen Vogel hat. Was? Die sind in der Regel verrückt. Du befindest dich also in einem moralischen Dilemma. Kannst du laut sagen. Ob du mit einer Frau, die auch deine Angestellte ist, ein Verhältnis willst. Genau. Jetzt weiß ich es. Das ist es. Feuer sie und dann vögle sie. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Aber das mit Schlangen und Vögeln ist wahr. Wirklich? Die, die für ihn arbeitet? Ja. Der Schlumpf mit Titten. Genau. Tja, den Fehler macht jeder irgendwann mal. In den 70er Jahren habe ich das als Haushälterin bei Tally Cervalas durchgemacht. Ach, wirklich? Beim Fernseh-Kojack? Bei ihm in Person. Was war da? Na, was glauben Sie denn? Er war Grieche und voller Leidenschaft. Da konnten Sie sich nicht mal die Schuhe schnüren. War sicher hart. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Morgen. Morgen. Na, Sippy? Wie ich höre, versenken Sie Ihre Bälle auf dem Firmengolfplatz. Danke, dass du es ihr verraten hast. Danke für deine Offenheit. Ich gebe Ihnen einen Rat. Zu Anfang mag es scheinen, als wäre es nur Vergnügen. Aber denken Sie an meine Worte. Warte, irgendwann wachen Sie mit einem gebrochenen Herzen auf und mit einem Lollipop im Hintern. Erklärst du mir das mal? Ich vergesse lieber, dass ich es gehört habe. Und, was machst du jetzt mit Melissa? Was soll ich schon machen? Ich werde meine körperlichen Gefühle, die ich für Sie hege, auf was Kreatives übertragen müssen. Was Produktives, was Dauerhaftes. Du wirst dich wieder mit dem Staubsauger vergnügen, richtig? Das war kein Vergnügen, das war ein Unfall. Einmal ist ein Unfall. Morgen, Melissa. Guten Morgen, Dr. Harper. Wie sieht mein Terminplan für heute aus? Er ist furchtbar eng. Oh, okay. Eng ist gut. Besser, besser eng als... Naja. Ich danke Gott für die Skoliose. Hören Sie, Melissa, was zwischen uns gestern passiert ist... Bitte, Dr. Harper, Sie müssen dazu nichts sagen. Ja, ja, ich verstehe schon. Wir empfinden offenbar was füreinander und da ist nichts Schlimmes dabei und es ist wundervoll und ganz natürlich. Natürlich, aber wir dürfen unser Arbeitsverhältnis nicht gefährden und unsere Freundschaft. Ich glaube, es wäre unklug, wenn wir unseren Gefühlen erliegen würden. Finde ich auch. Oh, gut, gut, freut mich. Gut, dann können wir das ja abhaken. Wann fängt denn mein enger Terminplan an? Ah, erst in einer halben Stunde. In einer halben Stunde? Jopsi. Und so lange haben wir nichts? Alles offen. Alles in Ordnung in der Praxis? Aha. Hast du unseren Zwerghase auch wirklich nicht angefasst? Doch, schon. Aber es blieb alles über... über der Gürtellinie. Über ihrer oder deiner? Der von uns beiden. Und es war nicht leicht. Ich habe noch nicht nachgesehen, aber meine Eier müssen aussehen wie zwei Drittel der Blumengrube. Börte, verstecken Sie den Staubsauger. Wie oft soll ich es noch sagen? Damit sauge ich nur Flusen von meinen Hosen. Und warum nennst du ihn dann Brenda? Und wenn die Stimmung steigt und sie bereit ist, werden auch sie bereit sein. Heute Mittag, heute Nacht, morgen früh. Und ich bin's jetzt. Wofür ist er bereit? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er ist bereit, sein Leben noch ein bisschen mehr zu vermassern. Ist das überhaupt möglich? Wir werden sehen. Ich habe Hunger. Dann isst doch was. Hier ist nichts, was ich gut finde. Willkommen in meiner Welt. Warum essen wir denn hier? Weil ich hier was trinken kann, während du was in dich reinschaufelst. Darf ich überhaupt schon in eine Bar? Bestimmt nicht. Du bist eine hässliche Lesbe, wenn jemand fragt. Wieso denn unbedingt hässlich? Setz dich auf deinen Hintern. Was ist das denn für ein Geruch? Schales Bier, Pisse, Kotze. Hast du Hunger? Hey, Charlie. Hi, Janine. Das ist mein Neffe Jake. Hey, Jake. Wie alt bist du denn, Schatz? Finger weg von ihm, Janine. Er ist verheiratet. Ich dachte, ich wäre eine Lesbe. Bring uns doch ein paar Hamburger, ein Eimer Pommes, er trinkt eine Cola und ich ein helles. Das ist aber kein gesundes Essen für einen Jungen, der noch wächst. Nur keine Sorge, der verdaut alles. Neulich hat er eine Handvoll Verpackungsschips gegessen. Du hast mit mir um 10 Dollar gewettet. Doch, Charlie, sowas tut man doch nicht. Ja, sowas tut man doch nicht. Weißt du was, Jake? In 10 Minuten habe ich Feierabend. Überritt doch deinen Onkel, dich zu mir zu fahren. Dann koche ich dir was Gutes, Gesundes, hm? Danke, aber ich bin schon gesund. Ich nehme einen Hamburger. Nein, du nimmst keinen. Wir kommen zu dir. Habe ich gar nichts zu sagen? Sei froh, dass du was zu essen kriegst. Danke, Janine. Gern geschehen. Bist du denn verrückt geworden, sowas auszuschlagen? Verzeihung, aber ich habe keine Ahnung, wie gut die Frau kocht. Oh Gott. Wir wissen nur, dass sie Vegetarierin ist. Dr. Harper, was wollen Sie denn hier? Na, warten Sie mal. Zwingen Sie mich nicht dazu? Doch, ich zwinge Sie dazu. Erraten. Melissa, Schatz, wer ist denn da? Äh, Mom, das ist mein Boss, Dr. Harper. Dr. Harper, das ist meine Mutter. Hallo. Ja, guten Tag. So viel ich gehört habe, gab es sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. Ja, was, was das angeht, wollte ich Ihnen versichern, dass ich größten Respekt für Ihre Tochter empfinde und dass ich niemals etwas tun würde. Ich wollte dich doch nur verarschen, Alter. Ist doch nicht so schlimm, wenn man den Boss umlegt. Genauso bin ich zu meiner kleinen Prinzessin gekommen und zu einer halben Marihuana-Plantage. Na, komm schon rein. Ich sehe mir gerade Hellboy an. Okay, danke. Rauchst du doof? So gut habe ich noch nie gegessen. Das freut mich ja, Jack. Du bist eine klasse Köchin. Und du bist so ein süßer Bengel. Oh, ich würde dich am liebsten auffressen. Willst du noch ein Malzbier? Gerne. Kommt sofort. Hör zu, Partner, du solltest dich allmählich verdrücken. Ich werde den Taxi rufen. Verdrück dich doch selber, mir geht's gut hier. Ach, in wie fern denn? Bist du blind? Der erste Treffer auf meinen Kopf, der zweite auf mein Ohr? Jetzt hör mal, du Klotzkopf. Die Frau ist mindestens zehn Jahre älter als du. Na und? Du bist mindestens 15 älter als sie. Mach Platz, Großvater. Okay, der Spaß ist vorbei. Du wartest im Auto. Wart doch selber im Auto. Nein, du wartest. Nein, du. Jake, willst du Eis in deinem Malzbier haben? Schmeckt dir doch sicher gut. Danke, das wär echt cool. Ja. Als würde sie meine Gedanken lesen. Du setzt dich jetzt ins Auto. Von mir aus? Dann sag ich jetzt Janine, ich soll alleine im Auto warten, weil du mit ihr schlafen willst. Setz dich, du kleines Frettchen. Und das Foto hier wurde während meiner letzten Presswehen gemacht. Das ist meine Vagina. Und das ist Melissas winziges Köpfchen, das aus mir rausguckt wie ein Murmeltier. Hätte sie sich im Ultraschall gesehen, wäre sie bestimmt noch sechs Wochen länger drin geblieben. Wie witzig. Von all meinen Kindern war sie die Einfachste. Ist aus mir rausgepoppt wie ein Ping-Pong-Ball. Wenn man sich das vorstellt. Ja. Oh, und es war ne natürliche Gebot ohne Medikamente. Nur ein paar Piote-Pilze und dann hab ich auf den Seil gebissen. Äh, äh, Mom, könntest du mich mit Dr. Harper ein wenig allein lassen? Äh, äh, tut mir leid, Schatz. Ihr Kinder müsst ja so geil sein wie ne Horde bekiffter Affen. Vergnügt euch. Ach, und das Kamasutra steht da im Regal, falls ihr bis an eure Grenzen gehen wollt. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Mama hat von Woodstock nie mehr nach Hause gefunden. Nicht doch, sie ist entzückend. Aber das werde ich jetzt lieber zumachen. Kümmert euch nicht um mich. Ich dreh mir jetzt nur im Garten ne fette Tüte und kling mich in der Hängematte aus. Ah, das war super. Freut mich sehr, Jack. Und das Beste dabei ist, dass die Röpser gut schmecken. Hör mal, Janine, vielen Dank für alles, aber ich möchte den Kleinen jetzt gern nach Hause fahren und dann zurückkommen. Er muss schon lange im Bett liegen. Was schwallst du denn da? Ich muss doch noch nicht im Bett liegen, Mann. Wollen wir wetten? Er schläft wieder im Auto ein und ich muss ihn reinschleppen. Wollen wir wetten? Er muss nachher wieder ein Abführmittel schlucken, weil er zu alt ist, um normal zu können. Also gut, jetzt reicht's. Nicht ins Gesicht, nicht wieder ins Gesicht. Was? Hör auf mit dem Quatsch, er macht Witze. Jake, sag ihr sofort, dass ich dich noch nie gehauen hab. Ja, von mir aus, aber verbal missbraucht er mich oft. Das ist nicht witzig, Jake. Der Alkohol macht ihn zum Tier. Okay, ich mach das zwar nicht gerne, aber ich rufe jetzt deinen Vater an, der soll dich übernehmen. Ich räume inzwischen die Küche auf. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Was, du nicht? Ich find sie umwerfend. Au, au! Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Tut mir leid. Warte kurz. Charlie, es ist jetzt sehr unpassend. Also gut, gib ihn her. Dad, ich find grad mein Glück bei einer Älteren. Ich kann nicht sprechen. Was? Wo bist du? Jake? Jake! Ellen? Hättest du was dagegen, wenn wir einen kleinen Mutter-Tochter-Dreier machen? Mim. Mim. Und? Bist du zufrieden? Und? Bist du zufrieden? Das hast du mir verpatzt. Darf ich erfahren, was los war? Das willst du gar nicht wissen. Wo willst du hin? Ich bin 14 und hatte gerade einen Busen am Ohr. Was glaubst du, wo ich hin will? Einen Busen am Ohr? Das willst du gar nicht wissen. Wie lief's mit Melissa? Das willst du nicht wissen. Ach, komm schon. Gut, ich hab ihre Mom getroffen und ein Foto ihrer Vagina gesehen und zog es vor zu gehen, bevor sie mich in das Original eingeführt hat. Du hast recht. Ich wollt's nicht wissen. Wo willst du hin? Ich bin 40 Jahre und hab vor kurzem... Ach, was soll's, ich spiel ein bisschen an mir rum. Hey, das wollte ich nicht wissen. Eigentlich keine schlechte Idee. Mann Olympics Mann carrier Also, Sperma trifft hier auf Ei, 30 Tage im September, bei den anderen sind es 31, außer bei Judas, da sind es 28. Hey, Al, das ist Don. Hallo, Don. Hallo, Ellen. Don hat mich nach Hause gefahren und ich habe kein Geld. Okay, ist Don Taxifahrer? Nein, nein, Don ist ein enger persönlicher Freund. Don ist Taxifahrer, hat genug Freunde und will seine Axis Dollar. Was ist mit deinem Geld? Gute Frage. Du weißt doch, wie leicht Texas Hold'em im Fernsehen aussieht, wenn man die verdeckten Karten der Spieler sehen kann. Ja, in Wirklichkeit sieht man die gar nicht. Äh, 50, 40, 60, 80. Kein Trinkgeld? Warten Sie. Fünf Dollar. Behalten Sie Ihr Geld, Mr. Trump. Sie brauchen das Trinkgeld, sich. Treffen wir uns noch zum Abendessen? Ich glaube, du hast Don wehgetan. Wer wird's dir bei Leben? Wo ist dein Auto? Hör auf abzulenken. Du musst dich bei Don entschuldigen. Oh, hey. Ein Kalender. Ja. Was hat denn J im Z zu bedeuten? Gar nichts. Ach, komm schon. John Mellencamp hat Zucker? Nein. John Malkovich hat Zucker? Nein. Ich errate's nicht. Wenn du es unbedingt wissen willst, das steht für Judiths Menstruationszyklus. Hör auf. Hier haben Judith und Herb Schluss gemacht und an diesem Tag hab ich mit ihr geschlafen. Oh. Du brauchst ein besseres Hobby. Judith ist jetzt seit fünf Monaten schwanger. Oh ja, genau. Sie ist bestimmt gerade an dem Punkt, wo der Busen schon super kuschelig ist, der Hintern aber noch hart wie ein Fels ist. Es ist so gut wie sicher, Charlie, dass ich der Vater von Judith Baby bin. Machst du dich deshalb immer noch so verrückt, Alan? Wer weiß, was es wird. Ich wollte immer schon eine Tochter. Und dann wird ein anderer Mann noch ihr Vater, wenn ich endlich eine kriegen kann. Ich hab das Gefühl, als würde das Universum mir einen schrecklichen Streich spielen. Wow. Heute hab ich 8000 Dollar beim Pokern verloren. Ich hab keine Ahnung, wo mein Auto ist. Ich hab mich dreimal beinahe übergeben. Und es geht mir trotzdem immer noch besser als dir. Wie sollst du das auch verstehen? Du weißt nicht, wie schön es ist, Vater zu sein. Wie ein Stück von dir wächst und sich weiterentwickelt, zu einem vollständigen Menschenwesen erblüht. Viermal, Bruder. Man, 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 man. Hi. Hi. Jake, dein Vater ist da. Und, wie geht's? Gut. Dir wird nicht mehr schlecht? Nein, Alan. Äh, meiner Berechnung nach seit etwa einer Woche oder sagen wir 10 Tagen? Kann gut sein. Gut, gut. Jetzt kannst du etwas verschnaufen, ihr die alten Hämorrhoiden wieder aufplatschen. Jake! Judith, wir müssen über das reden, was offensichtlich ist. Was ist offensichtlich? Komm schon. Wir beide, das Baby, wir hatten ungeschützten Sex, als wir... Hey, kein Wort mehr. Hatten wir nicht. Hatten wir doch. Noch mal zum Mitschreiben. Wir hatten keinen Sex. Oh, hey, Ellen. Na, wie geht's? Oh, gut, Herb. Und wie geht's dir? Bin stolz wie ein Pfau. Kennt ihr schon das Ultraschallbild, Schatz? Nein. Du müsstest sie sehen, Ellen. Sie? Dann wird's ein Mädchen? Ja, ein kleiner, hübscher Fötus. Ohne Schniedelwurz. Ich hab auch immer eins ohne Schniedelwurz gewollt. Meins kriegst du aber nicht. Nein, natürlich nicht. Wir malen das Kinderzimmer an. Willst du's sehen? Nein, er will es nicht sehen, Herb. Malst du mehr Jungfrauen an, die waren's? Kleine Mädchen lieben das. Oh, ich dachte mehr an kleine Ponys. An Ponys? Ja, wieso nicht? Oh Gott. Kleine Ponys haben... ...kleine Penisse. Was? Da waren keine auf den Schablonen. Wen bin er? Ich bin soweit. Oh, äh, ich werfe nur einen Blick ins Kinderzimmer. In mein Zimmer wirft er nie einen Blick. Weil dein Zimmer ein Schweinestall ist. Den Grund wollte ich gar nicht wissen. Erlen, mein Bruder, ich mach mir Sorgen, weil du so viel trinkst. Kein Problem. Für mich schon. Du versäufst meine beste Flasche. Hier. Guter alter Walmart. Danke. Was ist das? Als Judith schwanger war, hab ich Tagebuch geführt. Jennifer, Jocelyn, Jasmine, Jolene. Nur ein paar Namen zur Auswahl, falls Jake ein Mädchen geworden wäre. Oh Mann. Wie hätte der wohl als Mädchen ausgesöhnt? Ruff. Ja, aber er ist keins geworden. Wie wär das? Wir zwei und ein fettes, hässliches Mädchen mit schlechter Frisur. Ich erwarte eine Tochter, Charlie. Okay, okay. Du weißt doch gar nicht genau, ob sie von dir ist. Wir wissen nur, dass du Judith nach ihrer Trennung von Herb genagelt hast. Als sie sich wieder vertrogen, hat Herb Judith genagelt. Wenn wir alle Vermutungen weglassen, wissen wir nur eins mit Sicherheit. Dass Judith ein Flättchen ist. Hey, ich weiß, dass jeder von uns beiden theoretisch der Vater sein könnte. Aber tief im Innern weiß ich, dass es mein süßer Bastard ist. Du weißt überhaupt nichts. Du willst über Theorien reden? Theoretisch muss keiner von euch beiden der Vater sein. Oh Gott, Charlie, was hast du getan? Ich meine doch nicht mich, du Idiot. Hätte ich gewusst, dass es so einfach ist, welche... Stopp! Ich will damit nur sagen, es hätte auch ein Typ mit einem Laubbläser in der Einfahrt sein können, der unbedingt eine kleine Juanita machen wollte. Nicht mal mexikanisches Essen würde Judith in den Mund nehmen. Hör zu, hör zu. Selbst wenn du recht hast, würdest du ihre Ehe kaputt machen, wenn du was unternehmen würdest. Das weiß ich doch, das ist nur so schwer, gegen meine väterlichen Instinkte anzugehen. Sicher? Ich sehe deine Instinkte bei Jake. Und ich bewundere dich dafür. Ich als sein Vater hätte ihn mit 20 Dollar einer Tüte Donuts von einem Waisenhaus ausgesetzt. Nein, hättest du nicht. Er war zum Küssen, als er ein Baby war. Ein Baby? Ich habe von letzter Woche gesprochen. Als ich in sein Zimmer gekommen bin, hat er probiert, seine Zehennägel abzubeißen. Seien wir ehrlich, so was machen Schimpansen. Mein Sohn ist kein Schimpanse. Damit will ich doch nur sagen, vergiss das Baby. Du kannst deinen Sohn großziehen. Sieht so aus. Hey! Er ist kein Schimpanse. Halt, 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 halt! Was machst du denn da? Football ist mir zu langweilig. Was dir zu langweilig ist, interessiert niemand. Wieso geht denn hier alles nach deinem Willen? Oh, keine Ahnung. Weil ich hier alles von meinem Geld bezahlt habe vielleicht. Immer spielst du die Geldkarte aus. Mehr kannst du wohl nicht. Mehr brauche ich auch gar nicht. Und jetzt halt die Klappe. Halt du doch die Klappe. Also gut. Ich werde jetzt bis drei zählen. Und dann versohl ich dir den Hinter. Uh, jetzt habe ich aber Angst. Eins. Zwei. Aber ich gehe nur, weil mir langweilig ist. Wenn der noch größer wird, kann ich einpacken. Hey, hey. Willst du mein Gedicht aus deiner Geburtsnacht hören? Nicht unbedingt. Komm her, komm her. Setz dich. Das wird dir gefallen. Das Gedicht war an dich gerichtet. Mein Sohn, mein Sohn, mein lieber Sohn, dich im Arm zu halten, ist der schönste Lohn. Dein kleiner Mund, deine kleine Hand. Eine solche Liebe habe ich nie gekannt. Kotz. Was versteht ein Schimpanse von Poesie? Oh, hey, Herb. Ich dachte, ich frage mal, ob ich dir helfen kann. Vielleicht beim Kinderzimmer. Danke, ich male es heute an. Wunderbar. Sag einfach zu mir. Komm doch rein, Salvador, aber Dali. War nicht so witzig, gehen wir. Hey, Judith, sieh mal, wer mir beim Kinderzimmer hilft. Überraschung. Herb braucht keine Hilfe, Alan. Tu ich doch. Tut er doch. Komm, ich bin gerade bei der Grundierung für die Einhörner. Einhörner? Ach, Herb, das sind doch nur Ponys mit Umschnelldildo. Weiß ich, wem sagst du das? Das ist wie drei Liter Kotze in einer Zwei-Liter-Flasche. Hey, Jake. Und Ende. Ich hab dich nicht unterbrechen wollen. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du hier reinplatzt. Ja, ähm, ich wollte mich bei dir für die Drohung entschuldigen, dass ich dir den Hintern versohlen wollte. Das würde ich niemals tun. Das könntest du niemals tun. Jedenfalls habe ich uns eine Pizza bestellen wollen. Wie wär's? Nein, danke. Hast du mich falsch verstanden? Pizza? Teig, Soße, Käse, Fett, Fleisch. Sonst läckst du immer die Schachtel aus. Ich hab keinen Hunger. Okay, was liegt dir denn im Magen? Gar nichts. Gut, von mir aus. Ich weiß, was hier läuft. Du bist geschockt, weil deine Mom wieder ein Baby kriegt. Bin ich nicht. Das ist schon in Ordnung. Deshalb braucht man sich nicht zu schämen. Ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Das zweite Kind meiner Mutter hat mir mein Leben kaputt gemacht. Das ist mein Vater. Aha. Es hatte auch seine guten Seiten. Man kann auch seinen Spaß mit Geschwistern haben. Dinge wie in ihr Ställchen pinkeln, sie zum Stottern bringen. Das Dumme daran ist nur, dass sie irgendwann so kaputt sind, dass sie später mit ihrem Sohn bei dir einziehen und dein Gästezimmer blockieren. Ich hab dich trotzdem gern hier, keine Frage. Du bist mein Sonnenschein. Ich hab nichts gegen das Baby. Ehrlich? Ich freu mich sogar richtig drauf. Das ist ja ein völlig neuer Ansatz. Und wenn's nicht das Baby ist, warum bist du dann immer noch so mies drauf? Geht dich überhaupt nichts an. Dann steckt ein Mädchen dahinter. Raus aus meinem Zimmer. Zwing mich doch. Gott, du bist echt so kindisch. Ein Mädchen steckt also dahinter. Jolene. Ja? Jolene Melnick. Nein, das geht nicht. Wieso? Du könntest sie Joe rufen oder Josie. Ich wollte sie nach meiner Oma Mildred nennen. Mildred Melnick? Ja, dann nennen wir sie Mill oder Millie. Tut mir leid, Herb, aber statt Mildred nennen sie doch gleich lieber Feldwebel Melnick. Herb, holst du mir die Kekse runter? Ja, klar. Wir verstecken sie ganz oben in der Speisekammer. Du weißt, Jake. Ja, Charlie versteckt seine Kekse in seinem Kofferraum. Danke, Schatz. Was hast du hier verloren? Ich helfe meinem Freund. Ich helfe dir. Wenn ich nicht wäre, würde unsere Tochter von symbolischen Ponypenissen umzingelt. Unsere Tochter? Erlen, ich weiß nicht, was du dir einbildest, was zwischen uns war, aber wenn du Herb kein Wort sagst, stecke ich dir eine Pistole in den Mund und bemal die Kinderzimmerwände mit deinem Gehirn. Dann nehmen wir doch lieber mehr Jungfrauen. Kekse für meinen Kind. Oh, wie schön, danken. Oh, so eine Schwangerschaft ist ein harter Ritt. Eben ist sie noch liebevoll und zärtlich und im nächsten Moment, naja, grausam, rachsüchtig, kastrierend. Ich meinte mürrisch. WhatsApp. Na klar will ich zu der Party kommen, weil mein dämlicher Onkel mich nicht weglässt. Keine Ahnung, weil er alt und verwirrt ist. Ich kann mich nicht wegschleichen, weil ich ihm ständig seine Windelhosen wechseln muss, sonst sitzt er in seiner eigenen Scheiße. Ich weiß, es ist voll ekelhaft. Hallo. Und Ende. Du sollst mich nicht bei meinen Privatgesprächen belauschen. Und du sollst niemandem sagen, dass ich mir in meine Hosen kacke. Na und wenn schon. Was hat das mit der Party auf sich, auf die ich dich angeblich nicht gehen lasse? Als würde ich einen Furz auf deine Freizeit geben. Lass mich in Ruhe. Nein, da kannst du lange warten. Komm, du kannst mir vertrauen. Du hast gesagt, ich soll nie einem vertrauen, der mir das sagt. Und hast du mir da vertraut? Ähm, jetzt bin ich durcheinander. Kein Wunder. Jetzt sag mir, wieso du nicht zu der Party willst. Kann ich nicht, ist zu peinlich. Okay, okay. Wie wär's, wenn ich dir vorher was Peinliches von mir erzählen würde? Und zwar? Mal sehen. Hm, ich hab's. Ein Erlebnis aus meiner Pariser Zeit. Was denn? Pariser. Aus meiner Zeit in Paris hab ich gemeint. Trotzdem sehr witzig. Jedenfalls war ich in einer Bar und hab eine Traumfrau kennengelernt. Ich war etwas betrunken und ihr Adamsapfel ist mir nicht aufgefallen. Aber später in der Nacht, glaub mir, da hätte ich im Boden versinken mögen. Frauen haben doch keinen Adamsapfel. Nicht zu fassen, was bist du denn für eine Schwuchte? Nein, 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 wir haben uns nur geküsst. Das ist ja noch schlimmer, ihr geht's. Also dann, ich hab's verraten, jetzt verrat du's. Sowas wollte ich gar nicht wissen. Ein Furz in der Warteschlange hätte vollkommen gereicht. In Ordnung. Tut mir leid. Jetzt bist du dran. Okay. Also, die Party heute, da geht auch ein Mädchen hin, auf das ich stehe. Aha. Und sie sagte, sie will mit mir zusammen sein. Und du bist nervös? Sie ist vorher mit einem aus der Neunten gegangen und der hatte Erfahrung. Okay, ich verstehe. Du hast also mit einer erfahrenen Frau zu tun, die mehr weiß als du. Alle wissen mehr als ich. Du müsstest mal meine Freunde hören, was die erzählen. Ach, ich bette dich. Wie alt sind deine Freunde? So alt wie ich. Und wie alt bist du? Vierzehn. Hm, furchtbares Alter. Also, zuerst mal, sobald 14-Jährige was über Sex erzählen, lügen sie. Aber die Wahrheit kann für einen wie dich ein mächtiges Werkzeug sein. Was denn? Mächtiges Werkzeug. Hey, bleiben wir bei der Sache. Mächtiges Werkzeug mit Pariser, hä? Jake, ich will dir damit sagen, dass du die Wahrheit für dich arbeiten lassen kannst. Welche Wahrheit? Dass ich nicht weiß, wie's geht? Ja, spiel deine Stärke aus. Und die ist in deinem Fall Unwissenheit. Warte, ich zeig's dir. Du nimmst sanft ihr Gesicht in deine Hände, siehst ihr in die Augen und sagst ihr, für mich ist das neu. Ich vertraue dir, hab bitte Geduld mit mir. Soll das ein Scherz sein? Nein. Mädchen fressen so einen Quatsch. Und weißt du noch was? Mit diesem Spruch kommst du durchs ganze College. Oder was dich betrifft, durch die ganze Navy. So, zieh dich um. Ich fahr dich zur Party. Danke, Onkel Charlie. Kein Problem, Kumpel. Die Geschichte mit dem Pariser war trotzdem eklig. Tut mir leid. Da kriegt man ja Albträume. Willkommen im Club. Gut. Wegen des Montessori-Kindergartens sind wir uns einig, aber wer passt auf das Kind auf? Die Mutter von Judith hat gesagt, dass sie jederzeit für uns babysitten würde. Uh. Was ist? Ach, nichts. Lenore ist eine nette Frau. Die wird das Baby schon gut behandeln. Oh. Okay, gut. Ja. Die Dämonen werden sie wohl nicht mehr heimsuchen. Was für Dämonen? Oh, ach, halb so wild. Sie hatte es nur ein bisschen schwer wegen der Beruhigungspillen, der Zwangseinweisung und dem Entzug. Sie wurde zwangseingewiesen? Und war auf Entzug. Dreimal. Was? Dreimal? Ja, bis jetzt. Gütiger Gott, was ist denn passiert? Oh nein, ich will nicht, dass du es von mir erfährst. Hal, bitte. Also schön. Lenore war abends als Babysitterin hier und als Judith und ich nach Hause kamen, lag sie mit dem Gesicht in einem Topf voll Eiscreme und hatte Opiatpillen in den Haaren. Ist das wahr? Oh, das Schrecklichste kommt erst noch. Wir hörten irgendwas quietschen und fanden den armen Jake mit dem Kopf in der Hundetür, während er versuchte, einen Waschbär abzuwehren. Einen Waschbär? Ja, wir haben ihn impfen lassen, weil wir sicher gehen wollten, aber er war dann noch nie mehr der Alte. Judith hat mir nie was davon erzählt. Es ist ihre Mutter, Herb. Was soll sie denn noch sagen? Weißt du was? Schleich dich mal nachts mit einer Waschbärfellmütze ans Bett von Jake. Es ist grauenhaft. Aber wenn ihr mal Babysitter für die kleine Jolien braucht, ruft nur Onkel Alan. Na, wie läuft's bei euch? Oh, Schatz, gute Neuigkeiten. Alan hat sich als Babysitter angeboten, damit wir deine Mutter nicht brauchen. Verschwinde! Ein Waschbär? Und das hast du ihm abgekauft? Bist du verrückt geworden? Wie seh' ich aus? Sie hat dich gern, oder? Ja. Dann gut. Gehen wir. Hallo? Oh. Ich weiß echt nicht, ob ich das machen soll. Warum denn? Ich hab dir doch gesagt, wie's geht. Ich weiß, ich will da nur... Ich will da nur nicht hin. Na gut. Na gut. Nur keine Eile. Die hören ja nicht auf, Mädchen zu machen. Hey. Lassen wir die Pizza kommen und sehen uns einen Film an? Cool. Dann werde ich mein Esshemd wieder anziehen, okay? Keine Sorge, das Hemd kannst du nicht versauen. Was ist denn das für ein Parfum? Frischluftspray aus dem Klo. Ich dachte, wenn ich sowieso schon sprühe... Oh, hey Judith. Was gibt's? Etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Ist was passiert? Nein, äh, ich wollte, ähm... Ich wollte, dass du die Wahrheit erfährst. Welche Wahrheit? Marlene Melnick ist deine Tochter. Ich wusste es. Ich wusste es seit schon zehn Jahren. Erlen, ich hab ihr gesagt, wie's ist. Und sie will jetzt bei ihrem echten Vater wohnen. Wie schön. Alles in Ordnung, Schatz. Komm schon her. Hi, Daddy. Hast du irgendwas zu essen? Uff. Ich wusste es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, und nur eine freundliche Warnung. Wenn du mich nochmal verarschst, verließ du ein paar Zähne. Bin ganz ohr. Moment mal. Was soll denn das bedeuten? Wie hat er sich von seinem Taschengeld gekauft und will nicht, dass du sie isst? Ha. Du warst doch schon mal zur Paarberatung, oder? Ja, warum? Weil ich mit Chelsea hingehe und wissen will, worauf ich mich da einlasse. Es wird dir gefallen. Ach ja? Aber natürlich, einmal die Woche sitzt du mit deiner Liebsten auf der Couch, während sie dir die Eier abkneift und von unten bis in deine Brusthülle fährt und dann das hier tut. An deinem Herzen. Das hört sich ja nicht gut an. Oh, es ist furchtbar. Aber das ist es wert, weil du eine Fremde dafür bezahlst, dass sie zusieht, wie dein Leben durch den Fleischwolf gedreht wird. Zusammen mit deinem Geld und deinem Haus und deinem Auto und dem letzten winzigen Fetzen in der Selbstachtung. Vielleicht bist du nicht der Richtige für eine Auskunft. Oh, doch, 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 doch. Ich bin genau der Richtige für eine Auskunft. Als Judith und ich anfingen, hatten wir nur ein paar normale Probleme. Und seit wir aufhörten, wohne ich auf deiner Couch. Erlaubt sei, die Paarberatung! Du isst doch wohl nicht einen meiner Puddingbecher. Nein. 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 Hallo, Charlie. Kommen Sie rein? Sollten wir nicht auf Chelsea warten? Sie ist schon hier. Ach, echt? Das riecht mir nach Hinterhalt. Hallo, Schatz. Du hast uns warten lassen. Ich weiß, ich weiß, tut mir auch leid, aber ich habe eine gute Entschuldigung. Glückwunsch zum ersten Beratungstag. Du willst mir was schenken? Ja? Ist das nicht üblich? Nein. Dann... wollen Sie auch keinen Champagner. Der Mistkerl hat mich schon wieder reingelegt. Wie wäre es, wenn wir jetzt anfangen? Warten Sie, warten Sie. Klingelt bei dir irgendwas, wenn ich den Namen Mandu erwähne? Was? Ich bring ihn um. Fangen wir doch am besten damit an, warum wir hier sind und welche Ziele wir haben. Chelsea, wollen Sie anfangen? Gern. Ich möchte wissen, ob meine Beziehung mit Charlie aus etwas anderem bestehen kann, als aus Sex, Fernsehen und chinesischem Essen. Kann sie! Stimmt's, Doc? Natürlich kann sie. Danke! Das läuft ja gut. Das nenne ich Fortschritt. Ich muss sagen, das war eine sehr gute Sitzung. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Nirgends. Ich... wollte nur meine Beine ausstrecken. Charlie, bevor Sie hierher kamen, hat Chelsea erwähnt, dass Ihre Beziehung nur aus Routine bestand. Routine? Wie kommst du denn auf sowas? Wann haben wir zuletzt was Neues gemacht? Hm. Hallo? Toll. Und was noch? Äh... Ihm fällt nichts ein. Entschuldige, aber wenn das klappen soll, kannst du mich nicht überfahren, während ich nachdenke. Tut mir leid. Mach weiter. Danke. Mir fällt nichts ein. Gut, wenn ich etwas vorschlagen dürfte, wären Sie damit einverstanden, Chelsea einzuräumen, mit ihr etwa einmal die Woche, zweimal im Monat, etwas zu unternehmen, wobei Sie sich bisher unwohl gefühlt haben. Klar, kein Problem. Dann gehen wir zusammen ins Ballett, in die Oper, besuchen meine Eltern, essen mit meinem Bruder und machen Ausflüge mit Freunden. Moment, 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 Moment. Ich hab mir gedacht, wir lassen uns was vom Italiener kommen und leihen uns einen Frauenfilm. Es ist hoffnungslos. Doch, es gibt noch Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, lassen wir sie hochleben. Ich werde das schon schaffen. Komm, sitz. Charlie, ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass Ihnen neue Unternehmungen und neue Bekanntschaften Spaß machen könnten? Ich weiß, ich müsste jetzt Ja sagen, aber... Aber mein Körper schreit mit jeder seiner Faser immer lauter, Nein! Dann muss ich Sie jetzt deutlich fragen, wenn Sie und Chelsea so vollkommen verschieden sind, warum wollen Sie diese Beziehung dann aufrechterhalten? Na ja, weil ich verrückt nach ihr bin. Wenn ich mit einer anderen zusammen bin, denke ich nur an Sie, nicht, dass ich das machen würde. Sagen Sie es ihr doch. Er hat den Fremdenverkehr aufgegeben. Siehst du, das hat doch was zu bedeuten, wenn man bedenkt, dass ich nur für Fremdenverkehr gelebt habe. Bei unserem ersten Verkehr war Sie dort fremd. Charlie, wollen Sie einen therapeutischen Hinweis von mir? Klar. Halten Sie die Klappe. Gott, ich wünschte, ich könnte es. Chelsea, hör zu. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Aha. Hey, hey, hey. Tut mir leid, das war unprofessionell. Wie dem auch sei, du sollst wissen, dass du mir wirklich alles bedeutest und dass ich alles tun will, damit es zwischen uns klappt. Das willst du wirklich? Allerdings. Danke, Charlie. Tja, das war uns eine große Hilfe. Sitzt, Charlie. Sind wir denn nicht fertig? Nein, noch ewig nicht. Oh Mann. Worüber sollen wir denn hier noch groß sprechen? Zum Beispiel über Ihre Mutter und dass Ihre Beziehungsprobleme mit ihrem Hass auf Sie und Ihre Angst vor ihrer latenten Homosexualität verknüpft sind. Das war mir eine rhetorische Frage. Man. Charlie? Ja? Wie war denn die Paarberatung? Willst du das wirklich wissen? Ja. Immer raus damit. Au. Wieso? Wieso machst du das? Ach, weißt du, dasselbe habe ich mich auch schon gefragt. Und das Einzige, was mir einfiel, ist, dass ich es zum Schießen finde. Weiter so. Lach nur. Das waren die schrecklichsten 50 Minuten meines Lebens. Ich habe dich doch gewarnt, oder? Ja. Ausführlich. Ich wette, deine Eier sind jetzt in einem Einmachglas. Nein, ich habe sie noch. Gehst du nächste Woche wieder hin? Aha. Für 180 Dollar die Stunde? 240. Uh. Stadtlich anerkannt. Ihr beide kommt ruckzuck wieder zusammen. Hey. Auch wenn du mit der Beratung kein Glück hattest, werde ich doch wohl Glück haben dürfen. Genau, genau. Du musst dir es nur lang genug einreden. Suchst du was? Da verstehe ich keinen Spaß, Kleiner. Jetzt her mit dem Pudding, oder es wird dir leid tun. Nimm dir einen Apfel. Der hat gemerkt, dass ich blöffle. Der hat gemerkt, dass ich blöde. Ich glaube, es wäre viel fairer, wenn die Spieler in beiden Basketballmannschaften gleich groß wären. Hm. So, findest du. Ja, genau wie beim Boxen. Schwergewicht gegen Schwergewicht, Leichtgewicht gegen Leichtgewicht. Wenn dann bei dir in einer Mannschaft, sagen wir alle, zwei Meter eins groß wären, dürften sie nur gegen zwei Meter eins Mannschaften spielen. Ja, genau. Niemand hätte dann einen unfairen Vorteil. Ha, wie interessant. Findest du wirklich? Nein, aber wir würden Krach kriegen, wenn ich sagte, sowas Blödes habe ich noch nie gehört. Und dennoch hast du es gesagt. Ich würde gern was mit dir besprechen. Gut, ich nehme das Wort Blöde zurück. Darum geht's nicht. Dann kannst du bis zur Halbzeit warten? Nein. Ich muss am Wochenende auf eine Beerdigung. Tut mir leid, wer ist denn gestorben? Meine Ex-Schwiegermutter. Und das konnte nicht bis zur Halbzeit warten? Charlie. Ich wollte nur sagen, bis zur Halbzeit wird sie auch nicht wieder lebendig. Sie hat mir sehr nahe gestanden und ich will mich von ihr verabschieden. Deshalb werde ich nach Santa Barbara fahren und das Wochenende mit meinem Ex-Mann verbringen. Ah, okay. Was heißt mit? Naja, wir wohnen in einem Haus seiner Eltern. Gut. Soll ich mitkommen? Nein. Gut. Warum nicht? Willst du mitkommen? Auf keinen Fall. Das habe ich mir schon gedacht. Hör zu. Ich will ganz offen zu dir sein. Ich war acht Jahre mit Alex verheiratet und ich will nicht, dass du einen falschen Eindruck hast. Ich hätte gar keinen Eindruck gehabt, wenn du mir nichts gesagt hättest. Ja, aber ich will nicht, dass wir Geheimnisse voreinander haben. Einverstanden. Wir sollten wirklich keine Geheimnisse haben. Stimmt. Von jetzt an jedenfalls. Was für ein Typ ist denn dieser Alex? Er ist in Ordnung. Wir haben nur zu jung geheiratet und wollten verschiedene Dinge. Er wollte was anderes als deine Dinge? Weil deine Dinge umwerfend sind. Danke. Er ist doch nicht schwul geworden, oder? Nein. Scheiße. Bist du eifersüchtig? Nein, nein. Wie käme ich denn dazu? Ich bin vielleicht etwas neidisch auf ihn, weil seine Mutter tot ist. Ich bin vielleicht etwas neidisch auf ihn, weil meine Mutter tot ist. Du fehlst mir auch, Schatz. Wie war die Beerdigung? Ja, an so einer Beerdigung hat man schwer zu tragen. Besonders, wenn man von Beruf Sargträger ist. Ja, der war dumm. Und bist du jetzt in dem Haus? Und wo ist dein Ex-Mann? Und wo liegt sein Zimmer? Liegt es etwa neben deinem? Hey, das hat doch nichts mit Eifersucht zu tun. Ich weiß leider nur aus lebenslanger Erfahrung, dass Penisse sich nicht an traditionelle Trauerzeiten gebunden fühlen. Vergiss es, du darfst mein Auto erst fahren, wenn du einen Landführerschein hast. Nicht mal in der Einfahrt? Nein, nirgends. Und ins Krankenhaus, wenn du einen Herzinfarkt hast? Nein, dann rufst du einen Notarzt. Gut. Und wenn sie zu spät kommen, kriege ich dann ein Auto? Hey, da ist ja meine Mannschaft. Was machen wir heute Abend, Jungs? Ich bin heute in Spendierlaune. Betrunken? Bestimmt. Wo ist denn Chelsea? Sie ist verreist. Oh, deine Freundin ist also für ein paar Tage weg und jetzt hast du plötzlich wieder Zeit für uns. Ja. Kommst du gar nicht darauf, dass Jake und ich schon was vorhaben könnten, dass unser Leben weitergeht, wenn du nicht da bist? Dass wir nicht sofort zur Verfügung stehen, wenn du uns brauchst? Ich hab Zeit. Ich auch. Mir ging's gerade nur ums Prinzip. Also, wo fahren wir hin? Bowling? Kino? Minigolf? Freudenhaus? Ich bin für Freudenhaus. Weißt du überhaupt, was ein Freudenhaus ist? Nicht aus erster Hand, deshalb bin ich ja dafür. Ich bin für Kino. Gut, gehen wir ins Kino. Läuft was Gutes? Es gibt einen neuen Sexfilm, der läuft in neuen Huhe. Ihr habt überhaupt keinen Humor. Gehen wir in das neue Kino mit den Doppelsitzen und den koscheren Jumbo-Hotdogs? Du bist gerade mit Essen fertig. Aber nur mit dem Abendessen. Hey, Charlie. Wanda, was machst du denn hier? Nichts, ich war gerade in der Nähe und bin betrunken und geil. Wir planen um. Hab ich die Frau schon mal gesehen? Ganz sicher nicht. Die kommt mir bekannt vor. Blond, betrunken, viel Brusen. Da kannst du hier durcheinander kommen. Ich dachte, Onkel Charlie mag Chelsea. Tut er auch. Und was will er dann mit Wanda? Tja, Partner, es ist so. Ähm, abgesehen von seinen bewundernswerten Eigenschaften ist ein Onkel Charlie, ehrlich gesagt, ein Schleimbeutel. Das meine ich auch. Ich wollte nur eine Zweitmeinung haben. Warte, ich hole nur noch eine Flasche. Die Frau trinkt wie ein Kamel. Aber sie trägt die Höcker nicht auf dem Rücken. Ach, kommt schon. Das war immer noch besser als neun. Huah! Hör zu, ich gehe einen anderen Mal mit euch ins Kino. Seid bitte nicht sauer. Das hat nichts mit dem Kino zu tun. Wo liegt denn das Problem? Das Problem ist, dass du ein Schleimbeutel bist. Ach, wirklich? Warum? Ha, ich bitte dich. Du, du hast eine feste Beziehung mit einer wundervollen Frau und kaum ist sie weg, busierst du durch die Gegend. Was heißt busieren? Rummachen. Warum sagst du da nicht rummachen? Hey, in diesem Moment macht Chelsea dasselbe, was ich gerade mache. Ach, wirklich? Sie füllt Alkohol in soporöses Partymädchen? Soporös? Betrunken. Gott, warum musst du denn so angeben? In diesem Augenblick ist Chelsea mit ihrem Ex-Mann zusammen. Wieso? Seine Mutter ist gestorben. Oh, ich bitte um Verzeihung, dann ist dir alles, was du von jetzt an tust, entschuldigt. Ist es nicht? Das war mokant gemeint. Was? Ironisch. Genau das hat Mama an dir immer so unheimlich genervt. Hör zu, Charlie. Mach, was du willst. Das musst du ganz allein mit dir ausmachen. Wenn ich das ganz allein mit mir ausmachen würde, würden wir jetzt telefonieren. Siehst du, was er sagt, verstehe ich. Charlie, Bett, jetzt komm. Ist sie nicht stringent? Ist stringent das, was ich vermute, was es heißt? Nein, das würde ich negieren. Hallo. Zur Stelle, Baby. Alles in Ordnung? Ja, wieso? Unwichtig. Komm her. Hoch mit dir und jetzt schön ins Bettchen. Danke. Hey, weißt du noch, wie ich in Vegas die süße Gähnerin zu einem Dreier verführen konnte? Ja, weiß ich noch. Letzte Woche habe ich die im Hardrock gesehen. Was du nicht sagst. Die hat ganz schön zugenommen. Hm, das ist ja ein Ding. Ja, wir haben Glück gehabt. Wir haben sie noch nageln können, bevor sie das Rauchen aufgegeben hat. Ähm, hör zu, Wanda. Sie riecht aber besser, finde ich. Glaube ich, aber jetzt hör mal. Nach Fritten. Weißt du was? Ich muss kurz weg. Ist es in Ordnung, wenn ich schon mal ohne dich anfange? Ja, obere Schublade, Nachtisch, freie Auswahl. Vorsicht, der Dicke ist eine Taschenlampe. Das ging ja schnell. Nehm, ich an. Ihr habt recht. Ich bin Schleimbeutel. Sag bloß nicht, du hattest eine moralische Epiphanie. Ähm, Epiphanie bedeutet... Bemüde ich nicht. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich hab ne tolle Frau im Bett, die was von mir will und ich will nichts von ihr. Vielleicht bist du ein schwuler Schleimbeutel. Ich sag dir, was los ist. Chelsea ist dir zu viel wert, um eure Beziehung mit einem bedeutungslosen One-Night-Stand zu entweinen. Du hast recht. Chelsea ist mir wirklich viel wert und ich bin verrückt nach ihr. Man ist ja ekelhaft. Hallo? Oh, hey Chelsea, wir reden gar nicht... Halt die Klappe. Hey Baby, was liegt an? Hat er echt? Zur Beerdigung seiner Mutter? Ihr Ex wollte sich an sie ranmachen. So ein Schleimbeutel. Nein, 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 mach dir keine Vorwürfe. Du musstest zu der Beerdigung gehen. Nachher? Ich fänd's schön, wenn du heute Abend noch kommst, nur ist die Fahrt von Santa Barbara nicht ein bisschen weit, so spät noch? Ach, du bist schon auf dem Weg. So nah. Wunderbar. Fahr langsam. Scheiße, 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 scheiße. Immer wenn man Scheiße gesagt hat, musste man doch einen Dollar in die Fluchtkasse werfen, als ich klein war. Genau. Wo ist denn das viele Geld geblieben? Wunder, versteh mich bitte nicht falsch, aber verschwinde hier, raus. Komm, hopp, hopp. Wunder. Wunder. Eiferflucht. Das Auto ist also eine Zeitmaschine? Ja, es ist ein DeLorean. Die werden nicht mehr gebaut. Scheiße, 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 Hilfe, du musst mir helfen. Oh Gott, was ist passiert? Wunder ist ohnmächtig und Chelsea kommt gleich. Eine interessante Geschichte mit dem DeLorean. Er wurde von einem Mann namens John DeLorean gebaut, der... Sag mal, bist du taub? Ich hab hier einen Notfall. Eine Tote in deinem Schlafzimmer ist ein Notfall, eine Ohnmächtige ist ein Vergnügen. Ich verstehe nicht, warum es zurück in die Zukunft heißt. Weil sie in der Vergangenheit sind und deshalb müssen sie zurück... Nach Hause. Um Gottes Willen, komm schon. Meine Freundin kommt gleich und ich hab ne halbnackte Frau in meinem Schlafzimmer. Halbnackt? Ich bin dein Mann. Setz dich. Hast du versucht, sie aufzuwecken? Klar hab ich versucht, sie aufzuwecken. Das ist nicht meine erste besoffene Tusse. Und wie sollen wir dir dann helfen? Ihr sollt mir helfen, sie anzuziehen und nach Hause zu fahren. Genug geredet. Gehen wir's an. Ich sagte, setz dich. Wo wohnt sie denn? Ich hab keine Ahnung. Wie soll ich sie dann nach Hause fahren? Ach komm schon, muss ich mir alles selbst überlegen. Hilf mir. Na schön. Wow. Ach, und ich bin der Schleimbeutel. Nein, du hast mein Wow missverstanden. Ich meinte, wow, was für eine Zwangslage. Ja, genau. Also du setzt sie auf und ich zieh sie an. Ja, in Ordnung. Die ist ja ganz schön gut beieinander. Hoch mit den Armen. Hat die ne weiche Haut. Ja, ja. Uh, und wie gut sie riecht. Okay, wie wär's, wenn wir ihr ein Taschentuch mit Chloroform aufs Gesicht legen und sie hinten in dein Kombi werfen. Das wäre doch Chloroformverschwendung, oder? Okay, du nimmst den Kopf und ich die Füße. Warum du die Füße? Was spielt denn das für eine Rolle? Ich steh auf Füße. Nimm ihren Kopf. Na los. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig am Arsch. Schaffen wir sie raus. Charlie, nicht so unter. Güte, oh Gott, die sind so öft. Langsam, langsam, schnell, schnell. Hi, Baby, komm rein. Ach, Charlie, du hast mit Alex so richtig gelegen. Alex? Ach ja, Alex, dieser Schleimbeutel. Willst du was trinken? Nein, ich will nur noch ins Bett und umarmt werden. Oh Mann, hört sich das gut an. Ich will noch Jake gute Nacht sagen. Ich warte oben auf dich. Weißt du was? Wie wär's, wenn du ihm auch gute Nacht sagst? Warum? Weil du meine Freundin bist und er mein Neffe und das reicht doch wohl. Hey, Jake. Vielleicht bleibt ihr lieber weg, ich hab gerade ein Luftschiff fliegen lassen. Was? Hab gefurzt. Verzeihung, ich hab die Höflichkeiten von meinem Vater. Jedenfalls wollten Chelsea und ich dir gute Nacht sagen. Okay. Er behält seine Gefühle gern für sich. Mit allem anderen verpestet er die Luft. Hi, Chelsea. Hi, Alan. Herzliches Beileid zu deinem Trauerfall. Wie lieb von dir. Oh, hey, Jake. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Wobei? Ich bring den... Ich bring den Müll raus. Wieso? Was für ein Müll? Na, welchen schon? Ich will ihn raustragen. Und es wäre schön, wenn du mir hilfst, ihn zu tragen. Oh. Plötzlich brauchst du meine Hilfe. Ja, und zwar jetzt sofort, bitte. Aber du schuldest mir noch 20 Mäuse. Charlie. Hier. Ist der Müll noch unverpackt? Das ist völlig unwichtig. Geh jetzt und hilf deinem Vater. Gut. Hat mich gefreut, Chelsea. Gute Nacht. Ich hätte auch 50 sagen können, oder? Du hättest 100 sagen können. Können wir jetzt bitte ins Bett gehen? Betten sind für Anfänger. Mmh, Charlie. Und wenn Jake wieder aufkreuzt? Dann atmen wir durch den Mund. Die kommt mir echt bekannt vor. Na toll. Lass sie nicht fallen. Wenn meine Freunde erst davon erfahren... Wehe, du erzählst niemandem davon. Was hat das denn für einen Sinn, wenn keiner davon erfährt? Du hast die Erinnerung und 20 Mäuse halt die Klappe. Und jetzt müssen wir sie in den Wagen schaffen. Darf ich ihn wenden? Nein, du darfst ihn nicht wenden. Okay, dann wende du ihn und ich passe lange auf sie auf. Fahr vorsichtig. Dann machen wir oben weiter. Komm, komm, komm. Chelsea, warte. Was ist denn? Ich bin so froh, dass du hier bist. Hey. Oh, hey, Alan. Ist der Müll weg? Äh, fast. Tja, fast reicht nicht ganz. Ist denn mein Zimmer sauber? Ja, ist es. Gut, gut. Also dann, gute Nacht. Ähm, Charlie, kann ich dich noch kurz sprechen? Worum geht's? Ähm, ums Recycling. Ich bin mir nicht sicher, wohin mit den beiden Kannen. Oh, Schatz, mach's dir schon mal oben bequem. Ich komm gleich nach. Weil ich... Ja, mach ich. Also es wär gut, wenn du die Plastiksachen vom Glas trennst und das Zeitungspapier... Was ist denn zum Teufel? Sie ist in Jakes Zimmer. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Hier, meine Kreditkarte. Setz sie in irgendeinem Hotel ab. Willst du ein Kettenmotel oder was Nettes? Was? Na ja, Room Service, Meerblick. Dann kommt sie sich nicht so billig vor, wenn sie aus dem Koma erwacht. Und in den besseren Häusern kriegt man außerdem ein Frühstücksbuffet. Verschiedene Brötchen, Kaffee, frisch gepressten Orangensaft... Ich weiß, was das ist! Schaff sie nur hier raus! Ja, mach ich. Ach, Charlie! Was ist denn? Ich müsste noch takten. Du hast doch die Karte. Richtig, richtig. Charlie! Was ist? Ich bin so froh über deine Liebe zu Chelsea. Geh schon! Ja! 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 Was soll denn das werden? Du hast doch gesagt, mir bleibt die Erinnerung. Das ist sie. Ja, mit dem Handy. Oh, gute Idee. Ich kriege uns nicht zusammen aufs Bild. Es müsste so aussehen, als ob wir uns unterhalten. Vergiss das Foto. Wir müssen jetzt den Wagen wenden. Sollte nicht jemand auf Wanda aufpassen? Ja, aber bestimmt nicht du. Ja, mit den Schlüsseln. Ich dachte, ich darf ihn wenden. Ich habe meine Pläne geändert. Gut, dann verrate ich Mom das mit Wanda. Eine Beule oder nur ein Kratzer und du kannst auswandern. Reg dich ab, Alter, sonst kriegst du noch einen Herzinfarkt. Was ist denn das? Das bin ja ich! Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Geh nie wieder weg. Ich will auch nie wieder von dir weg. Oh, da sind sie ja. Das glaubst du mir nie. Ich nehme ihre Füße und du ihren Kopf. Warum nimmst du denn ihre Füße? Weil ich ihr das Sagen habe und auf Füße stehe. Hey. Jetzt müssen wir sie wohl nicht mehr in ein Hotel fahren. Nein, müssen wir nicht. Schnell ins Auto. Wo fahren wir denn hin? Wohin wir wollen? Wir haben Onkel Charles' Kreditkarte. Ich weiß, du magst meine Sportvideos nicht. Aber das hier war was für die Zusammenfassung der Höhepunkte. So was hast du auf Video? Ja, das ist eine Best-of-Zusammenstellung für Erinnerungen auf dem Totenbett. Die hast du doch nur in deinem Kopf, oder? Oh ja, ja. Ich hab den Camcorder entsorgt, wie versprochen. Gut. Schade. Du bist wirklich fotogen. Hör auf, Charlie. Ich mein das wirklich ehrlich. Selbst aus unvorteilhaften Blickwinkeln lässt du die Leinwand strahlen. Oh, ich hasse dich. Ein Jammer denn. Ich liebe dich. Wirklich? Ehrlich gesagt, ja. Ja, das tue ich. Ich liebe dich, Chelsea. Oh, wie süß von dir. Danke. Lass nur. Danke gleichfalls. Mann, 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 Mann. Morgen! Und, was ist so schlimm daran? Die Liebe ist doch was Wundervolles. Wundervoll am Arsch. Und wieder sind wir bei deinem Hintern. Letzte Nacht, im Bett, habe ich zu ihr gesagt, ich liebe dich. Und weißt du, was sie da gesagt hat? Trotzdem darfst du da nicht ran. Sie hat gesagt, danke. Uh, das ist ein Eiswürfel im Schlafsack. Ich verstehe das nicht. Ich habe mich für diese Beziehung doch bis zum letzten verausgabt. Ich habe eine eigene Schublade in meinem Schlafzimmer gegeben. Ich rauche nach dem Sex keine Zigarren mehr. Ich renne zur Psychiaterin, um sensibler zu werden und nicht mein Verfluchtes. Ich liebe dich, kriege ich dafür zu hören. Aber du bist offenbar sensibler geworden. Für das Geld für die Therapie könnte ich mir ein paar superteure Nutten leisten, die alles sagen, was ich will. So viel zur Sensibilität. Du musst es positiv sehen. Was ist positiv daran? Na ja, wenn eine Frau sagt, dass sie dich liebt, wirft sie dir normalerweise eine brennende Warnfackel durchs Schlafzimmerfenster. Das war ein einmaliger Vorfall. Sei doch einfach dankbar für das, was du hast. Was habe ich denn schon? Eine Frau, die zwar ihre Liebe zu dir nicht verkündet, die dich aber nicht anzünden will, während du schläfst. Das war nur einmal. Okay. Eine Frau, die zwar ihre Liebe zu dir nicht verkündet, die aber dein Mercedes nicht ins Meer fährt, während du auf dem Rücksitz im Koma liegst. Auch das war nur ein Einzelvorfall. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Tut mir leid, Alan. Aber es genügt mir nicht, von einer Frau nicht verbrannt oder nicht ertränkt zu werden. Ich will noch mehr. Na dann, nur zu. Greif nach den Sternen. Hey, Charlie, wie geht's? Oh Mann, diesmal haben sie es wirklich vermurkst. Wusste ich's doch. Und warum? Ich hab mich in Chelsea verliebt. Oh, wie dumm von mir. Ja, verdammt dumm von Ihnen. Es gibt doch Pillen, die könnten aus mir einen zufriedenen Glückskäfer machen. Aber haben Sie sie mir verschrieben? Nein. Sie sagten, ich müsste meine Gefühle nicht zulassen und Sie denn mir wichtigen Menschen mitteilen. Entschuldigung, ich muss betrunken gewesen sein. Nein, nein, es ist zu spät für Ausreden. Ich hab das Gefühl, irgendwas war mit Chelsea. Oh, sind Sie gut. Ihnen scheint wohl überhaupt nichts zu entgehen. Hey, letzte Nacht hab ich geträumt, ich wär ein Wiener Würstchen und sprang durch einen Donut, der aussah wie meine Mutter. Was glauben Sie, was das bedeutet? Na schön, Charlie, ich verstehe, was Sie meinen. Was ist vorgefallen? Verschieben wir den Donutraum erst mal. Es war nicht wirklich ein Traum, ich war nur sarkastisch. Ich weiß, aber dass Sie gerade dieses Bild gewählt haben, macht mir ein wenig Sorge. Also, was war mit Chelsea los? Ich hab ihr gesagt, dass ich sie liebe. Was glauben Sie, was sie sagte? Was ich glaube, sollte ich für mich behalten, Charlie. Sie sagte, danke. Interessant. Was haben Sie dabei empfunden? Nein, 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 hören Sie mir auf mit Empfindungen. Wir haben's auf Ihre Weise versucht. Und jetzt kritzeln Sie was für mich auf Ihren Rezeptblock. Ich verschreibe Ihnen gar nichts. Ihre Fortschritte sind dafür viel zu bemerkenswert. Hören Sie gar nicht zu, wenn ich was sage? Ich schweife hin und wieder ab. Die Sache beunruhigt Sie und deshalb glaube ich, Sie haben enorme Fortschritte gemacht, seit Sie zum ersten Mal hier aufgetaucht sind. Als ich zum ersten Mal hier auftauchte, war ich ein leichtlebiger, unbeschwerter Womanizer und der will ich wieder werden. Ich glaube, das wollen Sie im Grunde nicht. Oh, das glauben Sie also. Vor einer Minute wollten Sie Ihren Glauben noch für sich behalten. Vor einer Minute wollte ich's noch. Sie sehen Chelsea also noch? Na klar sehen wir uns noch, aber unsere Beziehung ist jetzt völlig vermorgst. Und wieso? Weil sie weiß, dass ich sie liebe. Das ganze Machtgefüge ist völlig aus dem Gleichgewicht. Ha. Okay, ich mag's nicht, wenn Sie immer Höh sagen. Ha. Jetzt wollen Sie mich provozieren. Ihnen entgeht ja überhaupt nichts. So, und jetzt reden wir mal über das Machtgefüge in Ihren Beziehungen. Was ist damit? Warum sehen Sie einen Machtkampf in Ihren Beziehungen? Na, weil Sie das sind. Und war die Beziehung Ihrer Eltern auch ein Machtkampf für Sie? Oh, ganz im Gegenteil. Mein Vater sah friedlich zu, wie meine Mutter alles Leben aus ihm saugte. Ich verstehe. Und Sie fürchten, dass mit Ihnen dasselbe gemacht wird? Nein, ich freue mich schon riesig drauf. Ich überlege schon, ob ich mir ein Ventil am Herzen anbringen lasse, damit das Aussaugen einfacher wird. Ich würde Sie gern was fragen. Was müsste geschehen, damit Ihre Beziehung mit Chelsea wieder im Gleichgewicht ist? Sie müsste mir nur sagen, dass sie mich liebt. Auch wenn's gelogen wäre? Es wär sogar noch besser, wenn's gelogen wäre. Weil das bedeutet, sie würde es nur sagen, um mich nicht zu verlieren. Wow. Wow? Was heißt wow? Das gleiche wie H, aber mit W. Und A. Charlie, ich würde vorschlagen, dass Sie auf Chelsies Worte Ich liebe dich verzichten und sich mehr auf das Gefühl konzentrieren, Liebe zu geben. Vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben. Ich kann mir die Pillen auch ohne sie verschaffen. Mein Neffe geht auf die Junior High. Machen Sie, was Sie wollen. Und jetzt nochmal zu dem mutterförmigen Donut von vorhin. Sie haben ja also wirklich gesagt, dass Sie Sie lieben? Ja. Waren Sie betrunken? Nein. Wollten Sie was Perverses von ihr? Nein. Hat Sie Sie bei einer perversen Sache mit einer anderen erwischt? Nein. Mit Ihnen selbst? Nein. Dann verstehe ich's nicht. Worauf wollten Sie raus? Darauf, dass ich Sie liebe. Ha. Was bedeutet denn Ha? Warum sagen alle Ha? Weil wir wussten, der Tag würde kommen. Welcher Tag? Der Tag, an dem Sie aufhören würden, Frauen zu betrügen. Der Tag, an dem Sie Ihr Herz für ehrliche Gefühle öffnen würden. Ist das nicht ein guter Tag? Wenn Sie unbedingt die Knastnutte spielen wollen, ja. Und was wollen Sie jetzt tun? Weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr mit dir treffen, weil unsere Beziehung aus dem Gleichgewicht ist. Aber ich will mich mit dir treffen, weil ich sie liebe. Kann ich gut verstehen. Ich hatte auch mal einen Kerl, der mich nicht geliebt hat. Wie ging das aus? Mit 90 Tagen Gefängnis. Ich musste außerdem Aggressionsbewältigungskurse belegen, in die man meiner Ansicht nach sofort eine Bombe werfen sollte. Hey. Hey. Warst du schon mal verliebt? Hey, Alan. Occupado. Weißt du was? Jetzt hab ich's. Ich weiß, wie ich das Machtgleichgewicht mit Chelsea wiederherstellen kann. Augenblick mal. Welchen Teil von Occupado hast du nicht verstanden? Das Okku oder das Pado? Ich hab beides verstanden. Ich hab nur gehofft, du rasierst dich. Ich rasiere mich aber nicht. Und selbst unter den besten Umständen ist das hier ein schwerer Kampf für mich. Ja, 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 ja. Aber die Sache ist wichtig. Ich werde eigentlich Liebe dich von Chelsea hören. Wenn du mich fertig machen lässt, hörst du auch eins von mir. Sieh dir den an. Oh, Charlie, das ist doch nicht nötig. Wenn du ein paar Minuten wartest, hab ich auch ein Geschenk für dich. Das ist mein Verlobungsring für Chelsea. Meinst du das ernst? Ernst genug, um zu ignorieren, was hier vor mir passiert. Naja, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Danke. Wollen doch mal sehen, ob sie immer noch nichts sagt. Ich liebe dich. Naja, wollen doch mal sehen, was die Ehe mit seiner Verdauung macht. Wie ist dein Lachs? Köstlich. Das Restaurant ist so romantisch, Charlie. Du magst es? Wie schön. Warst du schon mal hier? Nein. Ja. Naja, ein paar Mal. Oft. Ich weiß doch, dass du mit anderen Frauen zusammen warst. Warum lügst du denn? Überlebensinstinkt. Deshalb trinke ich auch nicht mehr in der Badewanne. Und womit hast du mich noch belogen? Keine Ahnung. Was hast du mir nicht geglaubt? Du bist schrecklich. Schrecklich gut, oder? Ja. Entschuldige mich, ich muss mir mein Häschen pudern. Okay, und wer lügt jetzt? Bobby! Alles in Ordnung, Mr. Harper? Ja, alles in Ordnung. Mein Date ist für kleine Mädchen. Ich habe eine Bitte. Kein Problem. Ich lasse ihren Wagen wie immer hinterm Haus parken und öffne das Fenster der Herrentoilette, aus dem sie immer rausklettern, lasse die Lady mit einem Taxi nach Hause fahren und gebe ihr das übliche Schokoladenzoufflé mit auf den Weg. Nein, 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 ich mache doch nicht mit ihr Schluss. Ich will ihr einen Heiratsantrag machen. Ich mache Ihnen jetzt erstmal einen Kaffee. Ich bin nicht betrunken. Ich weiß genau, was ich mache. Wie immer, ja. Ich hätte nur gern, dass Sie uns eine Flasche Champagner bringen, Ihren Glas einschenken und dann mir. Und dann müssen Sie sie ablenken und ich werfe den Ring in Ihr Glas. Oh, wie charmant und originell. Haben Sie das schon mal gesehen? Noch nie. Da kommt sie. Holen Sie den Champagner. Ich mache das Glowfenster trotzdem auf. Charlie, ich würde gern was mit dir besprechen. Okay. Als du neulich sagtest, du liebst mich, habe ich nicht wirklich geantwortet. Doch, hast du. Du sagtest Danke. Du warst sehr höflich. Du weißt ja, dass ich viel für dich empfinde. Es ist nur... Es war sehr schwer für mich, so einen Schritt zu wagen. Da mach dir mal keine Sorgen. Du wirst ihn wagen, wenn die Zeit gekommen ist. Oh, Champagner! Oh, feiern wir einen besonderen Anlass? Jeder Abend mit dir ist ein besonderer Anlass. Sie werden mir fehlen, Sir. Oh Gott! Ich hoffe, ich bekomme jetzt keinen Herzinfarkt. Oh mein Gott, fehlt Ihnen was? Ich bin mir nicht sicher. Es geht mir gut. Der einzige Kellner in L.A., der kein Schauspieler ist. Wie bitte? Nichts, nichts. Ein Toast. Auf das wir sagen, was wir fühlen. Was war denn da drin zum Teufel? Na, ein Zimmerwohnung. Was? Ich hab ein Diamantring in dein Champagnerglas geworfen. Wieso? Das fragst du mich noch? Ich wollte um deine Hand anhalten und wusste ja nicht, dass du das runterkippst wie ein kurzen. Ich hab gerade einen Ring verschluckt. Wer trinkt denn Champagner wie Wasser? Stell mich nicht so an, ich hab Durst gehabt. Wie um Himmels Willen hast du ihn so leicht schlucken können? Hey, das magst du doch sonst so an mir. Ein Problem? Kein Problem, gehen Sie. Auto geparkt, Fenster offen. Gehen wir. Wohin? In die Notaufnahme. Wieso? Weil ich einen Ring in meinem Bauch habe. Da mach dir mal keine Sorgen, das wird schon wieder. Woher willst du das wissen? Weil Jake als kleiner Junge eine Handvoll Münzen verschluckt hat, ihm ist nichts passiert. Ganz sicher? Aber ja. Hin und wieder kommt bei ihm noch eine raus und wir wetten, ob Kopf oder Zahl. Ich glaub nicht mal, dass es immer noch dieselben Münzen sind. Glaub mir. Ein paar Tassen Kaffee am Morgen und das Problem ist gelöst. Ich nehm an, du hast recht. Und, was sagst du? Was soll ich wozu sagen? Ich fragte, ob du mich heiraten willst. Das hast du nicht gefragt. Ich wollte aber, bis du mir alles kaputt gemacht hast. Ich hab alles kaputt gemacht? Okay, okay, lassen wir die Schuldzuweisungen. Versteh doch, ich möchte um deine Hand anhalten. Du willst mich wirklich heiraten? Ja, ich liebe dich. Was soll ich dazu sagen? Sag, dass du mich liebst und dass du mich heiraten willst. Charlie, jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Ja, das bringen Heiratsanträge normalerweise so mit sich. Komm, sag's bitte, dann steht's unentschieden. Unentschieden? Darum geht's dir bloß um einen Machtkampf? Nein, 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 nein. Ich meinte damit, ich bin nicht mehr so unentschieden. Ach, wirklich? Okay, das war blöd. Aber gib meiner Psychiaterin die Schuld. Was? Wenn die mir die richtigen Pillen verschrieben hätte, würden wir jetzt nicht diskutieren. Mann, das wird ja immer romantischer. Also, liebst du mich oder nicht? Schätze schon. Nicht schätzen, das läuft nicht bei einem Antrag. Also gut, ich liebe dich. Na also, sehr schön, gut. Mehr wollte ich ja nicht. Aber ich werde dich nicht heiraten. Was? Ach so, ja, kein Problem. Ich kann nicht schon wieder heiraten. Ich habe gerade eine Ehe hinter mir. Schon gut, kann ich verstehen. Das bedeutet nicht nein, das bedeutet nur noch nicht. Noch nicht ist mein Lieblingstermin für eine Hochzeit. Das Wichtigste ist, dass wir uns lieben. Genau. Alle beide. Ja. Und zwar 50-50. Was dir so viel bedeutet? Ja. Na komm, sag nochmal, ich liebe dich. Nein. Wieso? Erst will ich den Ring sehen. Hey, Berta, wo haben wir das Ding zum Spaghetti abschütten? Das Ding heißt Sieb. Wozu brauchen Sie es? Ich brauch's nicht, sondern Chelsea. Okay, für was für eine Art von perverser Kochshow wollen Sie das Ding benutzen? Ich erspare Ihnen lieber die Einzelheiten. Die will ich gar nicht wissen. Ich will nur wissen, ob ich's spülen soll oder wegwerfen, wenn Sie fertig sind. Oh, ich glaube, Sie sollten es wegwerfen. Morgen. Hey, Alan. Du darfst mir Glück wünschen. Ich bin so gut wie verlobt. Dann hat sie Ja gesagt? Naja, so ähnlich. Du hast ihr den Ring gegeben? Ja. Was hat sie gesagt? Das kann man nicht erklären. Okay, und steht das Datum fest? Wofür? Für die Hochzeit. Was für eine Hochzeit? Ich bin doch nur verlobt. Wie kommst du auf Hochzeit? Und wann sehen wir den Klunker? Chelsea ist gerade mit ihrer zweiten Tasse Kaffee fertig. Also in 15, 20 Minuten. Kapiert jemand, worum es da geht? Chelsea wird ein paar Münzen verschluckt haben. Chelsea? Ja? Wie läuft's denn? Du bist da schon eine Zeit lang drin. Es läuft gut. Soll ich dir helfen? Ich hab Alans kleinen Pups-Schemel hier. Nein, verschwinde. Schon gut, schon gut. Aber vergiss nicht, wenn du's metallisch klicken hörst, hör auf. Ich werd's schon hinkriegen. Ich wollt nur sagen, er ist noch nicht in meiner Hausratsversicherung. Wenn du ihn runterspülst, bin ich angeschissen. Charlie, ich schwör dir, wenn du nicht sofort von der Tür verschwindest, esse ich ein Käserad und du siehst den Ring nie wieder. Okay, ich bin schon weg. Gut. Ich liebe dich. Halt an dich, Charlie. Halt du lieber nicht an dich. Oh, Charlie, der ist ja wundervoll. Oh, Charlie, der ist ja wundervoll. Nein. Chelsea? Ja? Alles in Ordnung? Ich glaub, ich krieg ne Erkältung. Das hört sich nicht nach ne Erkältung an. Das hört sich an wie ein Nielpferd mit Raucherlunge. Fühl ich mich heiß an? Lass mal sehen. Finger weg. Du sollst meine Stirn anfassen. Ja, aber die Babys dienen mir als Referenz. Ich glaub, ich fahr lieber nach Haus. Wenn du das für richtig hältst, dann... Charlie, es ist mitten in der Nacht. Ich bin krank. Ich fahr noch nicht nach Haus. Was glaubst du denn? Aber warum sagst du's dann? Das war eine Testfrage. Ja, das hab ich gewusst und hab dich auch getestet. Und wir haben beide bestanden. Weißt du was? Schlaf dich gut aus. Morgen früh geht's dir bestimmt besser. Wo willst du denn hin? Ich leg mich auf die Couch. Du kriegst das Bett für dich allein. Wirklich? Du lässt mich hier ganz allein? Nein, nein. Ich dachte nur, du brauchst ein bisschen Platz. Weißt du, ein kranker Hund versteckt sich auch, bis es ihm besser geht. Bestimmt ist er deshalb das menschenbester Freund. Gib bitte dich weg. Bitte, bitte. Bitte. Wie kann ich da Nein sagen? Im Ernst, wie? Löffelchen? Versuch, mich davon abzuhalten. Willst du das etwa runterschlucken? Sei still und schlaf. Was machst du denn da? Du weißt doch, was passiert, wenn wir Löffelchen machen. Ich bin krank. Das bin ich offensichtlich auch. Also schön. Vergangen. Das ist jetzt wieder ein Test, oder? Und jetzt zu unserem klassischen Spielfilm. Die Brücken am Fluss. Ich werde nicht weinen. Hey. Warum bist du denn auf? Da läuft ein Clint Eastwood-Film. Und warum bist du auf? Chelsea ist krank. Sie hustet und niest alles voll. Oh nein. Doch, doch. Ich musste warten, bis sie schläft, damit ich endlich da raus konnte, ohne dass sie angepisst ist. Wie rücksichtsvoll. Was willst du? Ich bin nun mal kein Schleim-Fan. Das ist doch kein Clint Eastwood-Film. Oh doch. Selbst Clint Eastwood sagt, dass das kein Clint Eastwood-Film ist. Ich mag ihn gern. Kein Wunder, weil du ein Waschlappen bist. Ich fühle mich wohl mit meiner weiblichen Seite. Hoffentlich wird sie bald gesund. Als Krankenpfleger habe ich nämlich nicht angeheuert. Machst du Witze? Genau diese Verpflichtung bist du eingegangen. Du hast Chelsea deine Liebe gestanden. Du hast dir einen Verlobungsring geschenkt. Das bedeutet, dass du in guten wie in schlechten Zeiten für sie da sein willst. In Reichtum und Armut, in Gesundheit und Krankheit. Du kannst mich verrückt nennen, aber lieber wer mehr in guten, reichen und gesunden Zeiten. Abgesehen davon könnte das eine wunderbare Chance für dich sein. Eine Chance wofür? Für eine Streptokokken-Infektion? Dafür, ihr zu zeigen, dass sie sich auf dich verlassen kann. Dass du nicht nur in guten Zeiten für sie da bist. Okay, ich verstehe. Okay, aber sag mir eins. Ja? Was ist da für mich drin? Sieh dir Clint und Meryl an. Und lerne zu lieben. Da gehe ich lieber in die Schleimbude. Wiedersehen. Und ich werde nicht weinen. Charlie? Bist du wach? Mann, ich will's nicht hoffen. Ich fühl mich gar nicht wohl. Ehrlich? Sieht man dir gar nicht an? Das glaube ich, Herr Lieber. Nein, 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 darauf werde ich nicht nochmal reinfallen. Bleib mal schön hier, ich werde schon für dich sorgen. Willst du das ehrlich? Oh Mann, muss ich das auch noch ehrlich wollen? Ja, war nur ein Witz. Wenn du willst, mache ich dir einen Tee oder was weiß ich. Ja, bitte. Kommt sofort. Mit Honig? Äh, klar doch. Machst du mir bitte englischen Waffe dazu? Kein Problem. Toastig, nusprig. Aber ja. Und lass die Butter bitte in alle Ritzen reinfließen, bevor du die Marmelade draufschmierst. Noch irgendwas? Ja, halt mich. Das lass ich mir nicht entgehen. Hübsche Halskette. Danke. Hast du sie dir gekauft? Nein, ich hab sie von einem Mädchen. Ach echt? Die muss auf dich stehen. Ja, sie ist verrückt nach mir. Und? Ist sie süß? Kann sein. Du scheinst dich nicht darüber zu freuen. Warum auch? Und wo liegt das Problem? Sie ist neun. Äh, neun? Wie lernt man eine Neunjährige kennen? Wir sind im selben Mathe-Kurs. Sie, sie ist wohl eine von den Hochbegabten. Leider nicht. Aber sie hilft mir bei den Hausaufgaben. Hey, Butter. Chelsea fühlt sich nicht wohl. Könnten Sie ihren englischen Muffin und einen Tee machen? Klar, könnte ich das. Aber sie wollen nicht. Das meinen sie doch, oder? Wo sind die Muffins? Im Kühlschrank. Wie immer. Sei nicht so herablassend. Das ist ja zu mir andauernd und ich find das sehr lästig. Ich hab keiner gefragt. Siehst du schon wieder. Das war nicht herablassend. Aber das war's, oder? Ja. Mann, sobald ich meinen Führerschein hab, bin ich hier weg. Ja? Dann kannst du deine Freundin zum Spielplatz fahren. Ich hab wenigstens ne Freundin. Na und? Dann hast du eben ne Freundin. Was ist denn los? Hat Chelsea ne Erkältung? Ach, weiß nicht. Erkältung, Grippe, irgendwas Ekelhaftes. Vielleicht hat sie ne SÜK. Was? Das bedeutet ne sexuell übertragbare Krankheit. Ich weiß, was SÜKs sind. Dein Onkel hat sie erfunden. Davor kann man sich mit einem Kondom schützen. Wir hätten uns vor dir mit einem Kondom schützen sollen. Aber jetzt brauchen wir nen Hammer. Das verstehe ich nicht. Hol mir nen Hammer und ich zeig's dir. Okay. Du musst so stolz auf ihn sein. Einen Holzhammer oder ein Dachdeckerhammer? Tu mir nen Gefallen. Wenn er zurückkommt, schlag zu. Okay, da wären wir. Room Service. Chelsea? Schatz? Nicht reinkommen. Hab ich auch nicht vorgehabt. Hier, der Tee und deine Muffins. Oh, ich hab Durchfall. Ich krieg jetzt nichts runter. Ich krieg vielleicht nie wieder was runter. Würdest du für mich in die Apotheke gehen? Für dich würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Ob ich zurückkomme, ist noch die Frage. Was? Ich sagte, was brauchst du denn? Also, ich brauch ein Durchfallmittel und wir haben fast keine Taschentücher mehr und ich brauch Nasenspray, Hustensaft, was gegen Mundgeschwüre und feuchte Tücher. Für deine Hände? Für deine Hände? Nein. Alles klar. Und ich brauch vielleicht ein paar Tampons. Na toll, jetzt wird's doch noch blutig. Ich find's schön, wie rührend du dich um mich kümmerst, Charlie. Ach, das ist doch nichts. Das macht doch jeder Mann, der eine Frau liebt. Ich hätt's wissen müssen. Kaum gibst du ihnen einen Ring, schon ist die Garantie abgelaufen. Hey, Russell. Was hilft denn gegen Mundgeschwüre? Du hast Mundgeschwüre? Nein, meine Freundin. Was kannst du empfehlen? Tennisschuhe. Wie bitte? Du musst sie anziehen und wegrennen. Es gibt viele Bräute da draußen. Such dir eine saubere. Ich kann nicht wegrennen. Ich bin so gut wie verlobt mit ihr. Oh, Charlie, nicht doch. Tja, ne bittere Pille. Ne Pferdepille. Hey, nur weil du drei Ehen vermasselt hast, muss ich sie doch nicht vermasseln, oder? Dein Humor ist köstlich. Und aus mir spricht nicht nur der Hustensaft. Das hier ist gut. Gehgeschwür. Und was noch? Äh, warte. Hustensaft. Mit oder ohne Codein? Braucht man nicht ein Rezept für Codein? Was bist du, ein Cop? Hier, ich geb dir das Kinderzeug. Was noch? Äh, Taschentücher, Feuchtetücher, ein Durchfallmittel und Nasenspray. Wo hast du denn die Alte aufgegabelt? Auf dem Krankenhausparkplatz? Komm schon, bitte, Russell. Hilf mir. Ist ja gut, ist ja gut, komm mit. Einen Dampf für jeden Fluss, einen Stopfen für jedes Fass. Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Sie braucht Tampons. Oh, hast du ein Glück. Welche Größe? Woher soll ich das wissen? Gibt's so eine Art Kondom-Tampon-Umrechnungstabelle? Nein, aber der Gedanke ist nett. Es geht da weniger um die Größe der Dinger als vielmehr um die Durchflussmenge. Äh, weißt du was? Diese Information hätte ich bis an mein Lebensende nicht gebraucht. Hier hast du ne Kombinationspackung. Die ist für alles, von einem Tröpfeln bis zu einem Monsun. Hörst du, könnte ich meine Meinung zum Chodin noch ändern? Die erste ist immer umsonst. Danke. Okay. Hab alles gekriegt. Hat ja auch lange genug gedauert. Langsam, langsam. Ich war gerade feuchte Tücher und Tampons einkaufen. Da brauche ich auch ein bisschen Zeit für mich. Bist du jetzt etwas sauer auf mich? Nein. Nein, wie kommst du denn darauf? Na, weil ich so krank bin und du für mich sorgen musst. Soll das ein Witz sein? Ich sorge doch sehr gern für dich. Es ist mir ein Bedürfnis. Ja, das sehe ich. Könntest du vielleicht zu mir rüberfahren, mir ein paar saubere Sachen holen und Sir Lancelot füttern? Wen? Meinen Kater. Er kann sich nicht selbst füttern. Sicher? Vielleicht hast du ja Mäuse. Oh, und du musst vielleicht auch noch die Katzenstreu wechseln, weißt du? In was denn wechseln? Du musst die Würstchen raussammeln und frisches Streu reintun. Ja, wunderbar. Das wird ja immer besser. Charlie? Ja? Ich liebe dich. Toll. Sagst du nicht, ich liebe dich? Ich gehe jetzt ein bisschen in Katzenscheiße füllen. Wenn das nicht schreit, ich liebe dich, dann bist du taub. Ich schwöre dir, ich habe sie um. Warte kurz. Okay, ich habe dir ein Foto geschickt. Wie war die Lösung für Nummer vier? Oh ja, habe ich auch. Was machst du da, Alan? Meine Steuer. Ich habe mir geschworen, ich warte dieses Jahr nicht bis zuletzt. Ja, und du hast mir geschworen, du ziehst hier nur für ein paar Tage ein. Du schwörst mein Eide. Komm, fahr mich zu Chelsea. Warum fährst du nicht selbst? Ich habe eine halbe Flasche Codein geschluckt und wegen des Burbons hier bin ich vielleicht nicht mehr ganz fahrtüchtig. Gut nachgedacht. Hier, Kitty, Kitty. Hier, Kitty, Kitty, Kitty. Okay, ich habe saubere Sachen für Sie. Gut. Jetzt muss ich nur noch die verdammte Katze füttern. Komm, Sir Lancelot. Komm raus und friss dein Futter. Au! Verdammtes Mistvieh. Ich bin sicher, er findet sein Futter, wenn du es ihm hinstellst und er frisst, wenn er Hunger hat. Ach ja? Wenn er so schlau wäre, würde er doch in die Toilette kacken und nicht ins Katzenklo. Hast du die Katzenstreu schon gewechselt? Nein, ich wollte dir gerade 20 Dollar dafür bieten. Klar doch. Abgemacht. Haha, ich hätte es auch für 10 gemacht. Haha, ich hätte dir auch 1000 gegeben. Wow, muss ein Riesenkater sein. Weißt du, was mir gerade auffällt, Alan? Dass Hustensaft und Whisky sich nicht vertragen? Nein, das kommt gut. Ich glaube, dass Chelsea vielleicht früher oder später bei mir einziehen will. Ja, das könnte passieren, wenn du sie heiratest. Und sie wird bestimmt ihren zur Scheiße-Lot mitbringen wollen. Kann man nicht wissen. Er wird vielleicht in eine eigene Wohnung ziehen. Wenn ja, macht er es noch früher als du. Oh Gott, der hat doch nicht bloß Trockenfutter gefressen. In der Wurst sind Federn drin. Weißt du was, ich halte es durchaus für möglich, dass Chelsea sich eines Tages ohne jede Vorwarnung dazu entschließt, wieder krank zu werden. Lieber Anrufer, wir sind mit Codein und Böben auf Sendung. Reden Sie weiter. Damit will ich sagen, ich stehe das nicht nochmal durch. Ich bin nicht zum Krankenpfleger geschaffen. Das glaubst du von dir, aber du machst das Gegenteil. Du, Charlie Harper, sorgst selbstlos für die Frau, die du liebst. Das mag ja sein, aber es wird immer schwerer, sie zu lieben. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, Alan, wenn du in den letzten 24 Stunden gesehen hättest, was ich gesehen habe, wärst du jetzt schwuler als ein lila Bohrturm. Entschuldige mal, aber ich war Zeuge einer Geburt. Ich hab den Schwellkopf meines Sohnes daraus kommen sehen, wo ich mich immer am wohlsten gefühlt habe. Danke für das Bild. Ich werd nie wieder zusehen können, wie sich das Kind ein Pullover anzieht. Glaub mir, wenn du Chelsea zeigst, dass du für sie da bist, auch wenn sie schlecht drauf ist, wird ihre Liebe zu dir tiefer und intensiver, als du sie dir ausmalen kannst. Und woher weißt du das? Na, hör mal aus Frauenfilmen. Das Vieh ist kein Kater, das ist ein Berglöwe. Hier. Hey, 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 hey! Wollen Sie noch einen Orangensaft? Nein, danke. Wie lieb, dass Sie mir von selbst eingebracht haben. Vielen Dank. Verraten Sie es Charlie nicht. Es hat lange gedauert, ihm beizubringen, dass er von mir nichts zu erwarten braucht. Alles klar. Er macht sich ihretwegen total verrückt. Beiden Sie? Das fragen Sie noch? Charlie kann kranke Frauen nicht ausstehen. Ich mein, körperlich kranke Frauen. Ein Nieser und man kriegt ne Taxifahrt und einen Gratisreisebecher spendiert. Ja, ich weiß, er streckt sich wirklich an. Man muss wissen, wenn Charlie Fürsorge zeigen soll, ist er wie ein klavierspielender Hund. Wenn er ein paar falsche Noten spielt, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Man applaudiert und ist froh, wenn er nicht die ganzen Tasten voll sabbert. Ja, ich verstehe. Danke, Bertha. Und wir sind hier nicht im Hotel. Wenn Sie noch Handtücher brauchen, holen Sie sich welche. Ich entschuldige mich für Sie. Man kann von ihr nicht viel erwarten. Hab ich gemerkt. Hier. Saubere Kleider und Unterwäsche. Die Katze ist gefüttert und das Katzenklug Würstchen frei. Danke, Charlie. Du hilfst mir so wundervoll durch diese schwere Zeit. Ja, das finde ich auch. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich dafür heftig revanchieren werde. Chelsea, um ehrlich zu sein, das ist das Einzige, was mich bei der Stange hält. Oh, oh. Oh, oh, was? Oh, Charlie, bitte entschuldige. Nein, nein, schon gut. Es ist wenigstens kein Trockenfutter. Bin gleich wieder da. So, ich fahre jetzt schnell in die Apotheke und hole dir ein paar Medikamente. Wenn du sie bei Russell holst, zähl die Pillen. Ja, mach ich. Gute Besserung. Danke. Es macht dir doch nichts aus, wenn Sir Lancelot hier ist. Nein, ganz und gar nicht. Ich liebe Katzen. Gut. Kratz nicht an der Tür, Sir Lancelot. Hast du mein Katzenklo sauber? Na, hör mal, ich bin krank. Dann benutze ich mal deine sanitären Einrichtungen. Aber nicht wieder in die Badewanne, ja? Dein Haus, deine Regeln. Das überlebe ich nicht. Doch, das tust du. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach komm schon, Melissa, wie lange willst du mich denn noch dafür bestrafen? Okay, okay, ich wiederhole. Rechtlich gesehen hatte ich keinen Sex mit deiner Mutter. Würden Sie mich mal einweihen? Also, Alan hat's doch mit seiner Empfangsdame getrieben. Ja. Offenbar hat sie ihn in Flagranti mit ihrer Mutter erwischt. Das darf ja nicht wahr sein. Ich hab ihn seit Jahren damit aufgezogen und jetzt macht er's. Ich bin nicht verantwortlich gewesen für meine Handlung. Ich war so high wie 100 Luftballons. Also, diese Ausrede hat mir nicht einmal geholfen. Mir auch nicht. Weder bei Cops noch bei Männern. Hey, hey, hey. Deine Mutter hat genügend Pott in den Bananenkuchen gemixt, um jeden grünen Starr in Kalifornien zu heilen. Ich hab ein Macronenrezept. Kommt aufs selbe raus. Ich war so high, dass ich nicht mal wusste, wer sie war. Wir waren nur Farben. Ich war rot, sie war blau. Wir wollten Violett machen. Mein Handy ist kaputt. Kann ich deins benutzen, Charlie? Klar. Liegt neben dem Sofa. Danke. Darf ich ausreden? Das heißt also, ich wurde von deiner Mutter unter Drogen gesetzt und belästigt und ich bin schuld. Mann, wie oft hab ich den Spruch von Ihnen am Telefon gehört. Ja, wer hätte gedacht, dass von uns beiden ich es bin, der in einer stabilen Beziehung endet. Wer ist denn Rachel und wieso schickt sie dir busenfreie Fotos? Ja, wer hätte das gedacht. Wärst du so freundlich und würdest mir erklären, warum diese Frau dir Nacktfotos von sich schickt? Ich würde es dir lieben gern erklären. Ich höre. Ich sagte, ich würde gern und nicht, ich kann's. Also, schläfst du mit ihr? Oh, nein, natürlich nicht. Warum dann die Fotos? Äh, also, meine beste Erklärung dafür wäre, dass sie wie Frauen so sind, von ihrer Brustvergrößerung berichten wollte. Und das ist deine beste Erklärung? Ach, weißt du, das kannst du gar nicht verstehen, weil dich Gott mit dieser großen Gabe gesegnet hat. Verdammt, Charlie, ich will jetzt wissen... Entschuldigung, ich telefoniere. Schst, Alan telefoniert. Spar dir dann schst, ich will wissen, wer diese Rachel ist. Niemand wirklich. Ich bin mal mit ihr ausgegangen, aber das war lange, bevor ich mich so unsterblich in dich verliebt habe. Hals über Kopf, als wäre ich dein Hündchen. Wuff! Warte, Melissa, nach du Hurensohn hab ich nichts mehr verstanden. Weiß diese Rachel, dass du verlobt bist? Ähm... Denk gut und lange darüber nach, bevor du lügst, alter Freund. Äh, das mach ich, deshalb sag ich ja, ähm... Charlie! Sie weiß es nicht. Und wieso nicht? Mann, du lässt das Würstchen aber auf dem Grill, bis es gast, oder? Börter, schenken Sie uns eine Minute? Oh, dazu brauchen Sie mehr als eine Minute. Also dann, Sie werden mir fehlen. Wovon reden Sie da? Sie geht doch nicht weg, oder? Wo, 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 wo gehst du denn hin, Chelsea? Chelsea, warte! Können wir das nicht einfach vergessen? Ich schwöre dir, ich knutsche nie wieder mit deiner Mutter. Seien wir ehrlich, Charlie, wir wussten doch beide, dass du es irgendwann vermasselst. Nein, ich hatte mich zwar im Verdacht, aber ich war mir nicht sicher. Ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Leb wohl. Bitte geh doch nicht weg! Bitte leg doch nicht auf! Ich liebe dich! Und ich liebe euch zwei auch. Willst du wirklich nichts trinken? Nein. Mir geht's mit Alkohol noch schlechter, wenn ich deprimiert bin. Äh, weißt du, der Trick ist, sich darüber wegzutrinken. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Sind wir vielleicht ja zu verdammt einsam und ungeliebt, alt zu werden? Zwei bejammenswerte Junggesellen, die niemand anderen zum Reden haben. Du solltest Kontaktanzeigen schreiben. Du solltest Kontaktanzeigen schreiben. Erzählst du mir, was mit Chelsea los war? Ich kann's dir zeigen. Chelsea hat die hier auf meinem Handy gefunden. Und da frage ich dich, bricht man für sowas eine Verlobung? Für sowas bricht man ein Rückgrat. Hast du mit ihr geschlafen? Ach Quatsch, Unsinn. Sie hat mir nur ein paar Fotos geschickt. Oh, und warum hast du sie behalten? Schon gut, schon gut, schon gut. Aber du wirst doch sicher verstehen, was das für Chelsea ausgesagt hat. Außer, naja, ich hab Milch. Aber ich hab sie nicht betrogen. Du kannst auf viele Arten betrügen. Du kannst, du kannst flirten. Du kannst in der Fantasie fremdgehen. Aber hör mal, in der Fantasie ist das doch kein Betrug. Für Frauen schon. Sie mögen es nicht, wenn du sie in der Fantasie durch andere Frauen ersetzt. Und was ist, wenn ich sie in meiner Fantasie etwas aufbessere? Wenn ich mit Chelsea schlafe und in meiner Fantasie, hilft mir Rachel ein bisschen aus. Sie erscheint mir durchaus hilfreich. Ganz egal, ich kann trotzdem verstehen, warum Chelsea es nicht gut findet. Ich finde, sie hat zu heftig reagiert. Ich finde sogar, sie muss sich bei mir entschuldigen. Ach, und du sitzt hier und wartest, bis sie zurückgekrochen kommt, ja? Ja, genau. Und dann werde ich mit dir Schlittschuh laufen gehen, weil die Hölle bis dahin zugefroren ist. Wenigstens hast du einen Plan. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss Jack bei seiner Mutter abholen. Oh gut, er wird uns das Wochenende aufheitern. Ein großer, furzender, schlecht gelamter Teenager mit fragwürdiger Hygiene. Daran ist überhaupt nichts fragwürdig. Na also, es wirkt ja. Wir sind über den Berg. Sie ist meine Mutter. Ich will, dass sie hier ist, wenn ich das Baby kriege. Und ich will nicht noch eine Frau im Haus haben, die mich anbrüllt und mich Idiot nennt. Meine Mutter brüllt mich, du Idiot. Das lasse ich dir nur durchgehen, weil du schwanger bist. Magst ja nicht, das auf meine Hormone zu schieben. Was soll ich denn sonst machen, Judith? Akzeptieren, dass ich ein Idiot bin? Oh, hey, Alan. Schlechter Moment. Es gibt keine guten. Schon siebeneinhalb Monate nicht mehr. Was fällt dir ein, mich so stehen zu lassen? Oh, Verzeihung, ich hab die Tür aufgemacht. Das machen wir Idioten nämlich, wenn jemand klingelt. Hi, Dad, schau, Mom. Viel Glück, Herb. Mach's gut, Jake. Ich wünschte, ich könnte mitfahren. Ich wusste es, kaum war es mir über die Lippen gekommen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Tu's nicht. Was Charlie angeht, mein Haus sei auch mein Haus. Also dann, ich fahr jetzt nach Hause. Die Pizza ist bestellt. Danke, Bertha. Eine Pizza bestellen und nach Hause fahren, das sind zwei der drei schönsten Dinge an Frauen. Und du fragst dich, warum Chelsea abgehauen ist. Ich sag dir, was ich mich frage. Ich frag mich, ob man wirklich so high werden kann, dass man es schafft, einer 60-jährigen Frau die Zunge in den Mund zu stecken. Sing! Mann, ich liebe diese Männerrunden. Und wenn man sich nass führt. Nass führt? Du weißt schon. Stichelt, neckt, sich in den Schnapsack steckt. Herb, ich hatte eine Frage. Hängst du ab und zu noch mit anderen Männern rum? Oh, klar. Ich hab meine Gefattern. Ich hab meine Wasserballmannschaft. Die Jungs aus dem Modellbahngeschäft. Oh, und mein Barbershop-Quartett. Die kann ich aber nicht mehr mit nach Hause bringen. Wieso? Judith bekommt von vierstimmigen Akkorden Migräne. Und Schnurrbärte machen sie fertig. Nicht nur Schnurrbärte, alle Gesichtshage machen sie fertig. Bis auf Augenbrauen. Wenn sie gestutzt sind. Ja, die Zwei-Finger-Regel. Hm, Chelseas Zwei-Finger-Regel hatte nichts mit Augenbrauen zu tun. Also, macht's gut. Wo willst du denn hin? An den Pier mit Celeste. Wer ist Celeste? Meine Freundin, wohnt nebenan. Ist sie hübsch? Sie ist der Hammer und super klug und beliebt. Ach, echt? Wir können's auch nicht verstehen. Vielleicht bestraft sie ihren Vater. Wollen wir's hoffen. Also dann. Ich bin zwar nur sein Stiefvater, aber willst du ihm nicht sagen, wann er wieder hier sein muss? Ist nicht nötig. Ich kenne ihren Vater. Hey, Jake. Hallo, Sir. Celeste, Jake ist da. Und, wie geht's? Wir gehen runter zum Pier, spielen Ski-Ball und sind um elf zurück. Das will ich dir auch raten. Komm rein. Wird zu kalt draußen. Sollen wir nicht die Zigarren ausmachen? Warum? Ähm, weil wir hier nicht alles einräuchern dürfen. Es ist mein Haus. Wir können hier sogar Lachs räuchern, wenn's uns gerade passt. Ganz sicher? Nur die Ruhe. Ihr macht hier keine Braut irgendwelche Vorschriften. Hörb, nimm bitte Untersetzer und Aschenbecher. Da lag ich wohl falsch. Sing! Du Schlingel. Das wird ein langer Abend werden. Hi, Charlie. Oh Gott, was hat der Klotzkopf angestellt? Nichts. Jake sagt, hier ist ne Männerrunde und ich dachte, ich komm rüber. Klar, kommen Sie rein. Ich hab Zimtplätzchen gebacken. Sie haben Zimtplätzchen gebacken? Ja, was ist komisch daran? Gar nichts. Alan kennen Sie ja und das ist Herb. Hi. Hi. Nehmen Sie Platz. Wollen Sie was trinken? Wenn's geht, ein Appletini. Ein Appletini? Mein Bruder trinkt sowas. Und warum ist das komisch? Ist es nicht. Ein Appletini. Kommt sofort. Er kommt damit durch, du nicht. Und woher kennen Sie Charlie und Alan? Ich hab Alans Ex-Frau geheiratet. Ach echt? Und Sie trinken zusammen? Ja. Klar. Wow. Ich könnte mich nicht mit dem Mann befreunden, der ist meiner Ex besorgt. Seien wir mal ehrlich, es gab in letzter Zeit nicht viel zu besorgen. Und wenn das Baby da ist, noch weniger. Wie soll das möglich sein? Sie wird nicht nur verhindern, dass du sie anfasst, sie wird auch verhindern, dass du dich anfasst. Ich ging in die Jugendherberge duschen. Okay. Ein Appletini. Danke. Worüber habt ihr gesprochen? Übers Masturbieren in der Jugendherberge. Wirklich? Rein theoretisch, oder? Ja, aber die Nacht ist noch jung. Also, Jerome, klären Sie uns mal über eins der Geheimnisse des Lebens auf. Was sieht Ihre Tochter denn in Jake? Genau dasselbe habe ich mich auch gefragt. Vielleicht will sie mich bestrafen. Nichts wie ungut. Schon in Ordnung. Das hatten wir schon. Meine Frau und ich erwarten ein Mädchen. Haben Sie einen Rat? Ja, vor dem ersten Date Ihrer Tochter müssen Sie Muskeln aufbauen. Okay. Mann, erinnert ihr euch an euer erstes Date? Ja. Achte Klasse, Louise Miller. Neunte Klasse, Maxine Chernikoff. Sechste Klasse, Mrs. Tara Potter. Das war kein echtes Date. Heute kämen Sie dafür ins Gefängnis. Und, äh, was ist mit dir, Herb? Was soll mit mir sein? Äh, dein erstes Date. Junior High? High School? Äh, College. Zweites Halbjahr. Ich war eine Art Nerd an der High School. Kaum zu glauben. Doch, wirklich. Man nannte mich Bibo. Und was war dann im College? Ich drücke keine gelben Hemden mehr und war nicht mehr so anspruchsvoll. Okay, okay. Lasst hören. Die erste sexuelle Erfahrung, die nichts mit traditionellem Verkehr zu tun hatte. Worüber reden wir hier? Na, das werden Sie doch wohl wissen. Von Pfadfindern. Was ist? Oh. Sing. Alan, wann hast du deine erste mündliche Prüfung gemacht? Oh, darüber spreche ich lieber nicht. Warum? Nur so. Komm, Alan, wir sind doch Freunde. Wer war's? Deine Frau. Dein erstes Mal mit der Zunge war mit Judith? Hey, meins auch? Meins auch? War nur ein Witz. Sing, sing. Was heißt sing? Ist das sowas wie ein Slang unter Weißen? Ähm, durchaus möglich. Mein Barbershop-Quartett singt eine Killer-Version von Sing. Went the strings of my heart. Das ist ein echter Rausschmeißer. Eine tolle Geschichte. Sing. Na, war das richtig? Oh, gut. Endlich. Nutten? Pizza. Oh, auch nicht schlecht. Hey, Mr. Harper. Oh, hey, Gordon. Lange nicht mehr gesehen. Ja, zwei Jahre. Wie waren die zwei Jahre? Naja, ich bin nach der Abendschule Diplomkaufmann geworden, hab geheiratet, hatte einen guten Job als Broker, die Firma ging pleite, meine Frau hat mich verlassen und das macht 28,50. Ah, Mann, tut mir leid. Willst du einen Drink? Warum jetzt aufhören? Komm rein. Hey, Jungs, das ist Gordon. Seine Frau hat ihn verlassen. Hey, Gordon. Willkommen in der Loser-Lounge. Freut mich. Das Diskussionsthema lautet erste nicht-traditionelle sexuelle Erfahrung. Bibelcamp. Wo soll ich die hin tun? Oh, Moment, ich räum die Zimtplätzchen weg. Oh, Zimtplätzchen. Was dagegen? Nein, nein, gar nicht nur. Meine Frau hat mich immer Zimtkringel genannt, wissen Sie? Tatsächlich? Naja, nicht alles an mir. Es war der Kosename für meinen, äh... Das ist ja ein furchtbarer Name für einen Penis. Ach ja? Wie hat Ihre Frau Jung genannt? Mr. Roundtree. Richard Roundtree. Der Schauspieler von Schäft. Oh, ja, ja, genau. Richtig. Das ist viel besser als Zimtkringel. Judith nennt meinen das Ding. Wie in, tu das Ding weg von mir? Ja, woher weißt du das? War geraten. Okay, ich verschwinde. Wo willst du hin? Irgendwohin, wo nicht irgendwelche Tränensäcke Spitznamen an ihre Penisse vergeben. Nichts für ungut. Ja, schon gut. Gehen wir, Königskobra. Was willst du hier? Dass du zuhörst. Rachel? Hier ist Charlie. Es geht um die Fotos von dir. Nein, 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 die waren sehr schön. Ja, sehr künstlerisch. Aber die Sache ist die, ich bin jetzt so gut wie verlobt. Ich bin nämlich jetzt eindeutig verlobt. Schick mir deshalb bitte keine mehr. Ist doch egal, wer dich darum gebeten hat. Mir geht es vor allem darum, dass mich von jetzt an nur noch die Brüste meiner Verlobten interessieren. Nein, ich werde dir kein Foto von ihnen schicken. Oder? Nein. Okay, mach's gut. Danke, Charlie. Ich wollte dir nur zeigen, wie viel du mir bedeutest. Hast du die Fotos gelöscht? Damit hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Drück auf löschen, was ist los? Warte kurz, ich will mir die beiden noch einprägen. Löschen, 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 ich lösch doch schon! Das ist ein wunderbar, dass die keine Frauen haben. Die Strecke sind mit dem Hörger, die Tiefdeutsche, die Strecke sind mit dem Hörger. Jitterling, 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 wau, 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 wau. Who is a man that will risk his neck for his brother, man? Shep! I heard this cat, Shep, is one bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Shep? We can dig it. Nein, das halte ich nicht aus. Hoffentlich nimmt sie mich zurück. Willst du dir nicht die Hände waschen, bevor du was isst? Nein, ich wickel mir das Klopapier wie ein Handschuh um die Finger. Damit könnte man einen Puck fangen. Und, Mom, was wird dich denn so zu uns? Ich will ein Haus am Strand verkaufen und dachte, ich komm mal vorbei, meinen Enkel sehen. Tada! Schönes Haus? Oh, wundervoll. Der Preis ist Verhandlungssache. Der Besitzer hat sich verspekuliert. Selbstmord. Wie furchtbar. Oh nein, er hat's nicht dem Haus getan, Gott sei Dank. Sogar mit Meeresblick. Ist ein Selbstmordhaus beschissen, loszuschlagen. Döde. Merk dir das, falls du deinem Bruder jemals was heimzahlen willst. Danke für den Tipp. Guten Morgen, Alan. Morgen, Jake. Jake. Satan. Guten Morgen, Schatz. Zwei Becher Kaffee? Du hattest eine Freundin über Nacht? Ja, hatte ich. Du hast sie wohl nicht auf die Falte locken können. Charlie, ich hab keine Zeit mehr für einen Kaffee und... Oh, hallo. Hallo. Äh, Chelsea, das ist meine Mutter. Mom, das ist Chelsea. Sehr erfreut. Ja, freut mich auch. Willkommen zurück in den Staaten. Danke. Wo war ich denn? Charlie sagte, sie wären in Italien und... Weißt du, Chelsea, wenn ich zu viel getrunken hab, erfinde ich manchmal Geschichten und... Es ist vieles geflunkert. Na, das nenn ich ja mal einen Verlobungsring. Danke. Weißt du, ihr Verlobter denn von dem da? Aber natürlich, weil der da es ist. Willst du den Kaffee im Reisebecher mitnehmen? Wir sind verlobt und deine Mutter weiß es nicht? Sie wüsste nicht mal, wo ich wohne, wenn sie mir nicht das Haus verkauft hätte. Wann wolltest du dir von mir berichten, bei der Hochzeit? Also, danach darf man sich doch sicher noch ein Jahr Zeit lassen. Schäm dich, Charlie. Es tut mir so leid. Schon in Ordnung, Schatz. Ich bin daran gewöhnt. Obwohl ich mich über einen Anruf gefreut hätte. War mir ein Vergnügen. Bitte entschuldigen Sie mich. Also, möchtest du jetzt einen Reisebecher? Charlie, du hast deine Mutter tiefgekränkt. Was ist darin so witzig? Gar nichts. Ich bitte um Respekt. Was stimmt denn nicht mit dir? Dasselbe wie immer. Nichts Neues. Riecht das nach Hintern für dich? Schön, dass du rübergekommen bist. Das hatten wir doch ausgemacht. Ja, aber ich dachte, du bist noch sauer auf mich. Ich bin nicht sauer, Charlie. Ich bin nur tief enttäuscht. Also, mir wäre es lieber, wenn du sauer wirst. Warum das? Weil der Sex heiß ist, wenn man sauer ist. Tief enttäuschter Sex ist, naja, da kann man ja gleich heiraten. Putz dir einfach die Zähne. Ich putze. Ich kann ja verstehen, dass dein Verhältnis zu deiner Mutter nicht einfach ist. Aha. Das macht es nur nicht leichter für mich. Du musst sie ja nicht sofort abstoßen finden. Lass dir Zeit. Das kommt schon von ganz allein. Das ist gar nicht witzig. Wenn ich in deine Familie einheirate, will ich auch, dass wir uns verhalten wie eine Familie und füreinander da sind. Bei meiner Familie heißt das entweder oder. Dann will ich es mal so sagen. Ich gehe mit deiner Mutter am Dienstag Mittagessen. Du machst was? Ich will nicht mitmachen bei eurer kindischen kleinen Familienfäde. Das ist doch keine kindische Fäde. Manu! Komm schon, Charlie. Ich will eine gesunde Beziehung zu deiner Mutter aufbauen. Was ist falsch daran? Na, das kann ich dir sagen. Du willst das als Erste. Und auch als Letzte. Mach's doch nicht so dramatisch. Nein, nein. Nein, nein. Ich mach's noch nicht dramatisch genug. Ich sollte Strumpfhosen anziehen und einen Schädel in der Hand halten. Am besten ihren. Das ist doch nur ein kleines Essen. Das hat Hitler auch von der Tschechoslowakei gesagt. Er hat gesagt, es wäre nur ein kleines Essen? Vielleicht wollte er es auch als Vorspeise. Guckst du keine Geschichtsdokus? Ich will dir damit doch nicht wehtun. Hast du dir schon mal überlegt, dass ich Zeit mit deiner Mutter verbringe, um dich besser kennenzulernen? Chelsea, glaub mir. Alles, was du durch den Filter meiner Mutter über mich erfährst, wird unsere Beziehung schneller beenden, als wenn du mich mit einem Schaf im Bett erwischen würdest. Nur die Ruhe. Es wird alles gut werden. Das hat Hitler auch zu Polen gesagt. Nur zu deiner Information. Du hast mir deine Mutter auch noch nicht vorgestellt, seit wir uns kennen. Meine Mutter ist in Illinois. Ach ja, und meine Mutter ist in Italien. Meine Mutter lebt wirklich in Illinois. Und nebenbei gesagt, wenn du sie kennenlernst, wirst du deinem Schöpfer für deine wundervolle Mutter dankbar sein. Weißt du was? Ich tausche sie ein, ungesehen. Meine Mom gegen deine. Charlie. Ich geb dir auch noch Erlen und ein paar Filet-Sticks dazu. Komm mal her. Nein, ich mag nicht. Ich bin zu verstimmt. Okay. Gute Nacht. Tut mir leid, ich kann meine Gefühle nicht von meinem Körper trennen. Kann ich verstehen. Damit will ich dich nicht bestrafen. Ich meine, wenn mein Herz nicht Anteil nimmt, dann macht mein Penis doch nur Gymnastik. Und das wollen wir doch keinesfalls. Gute Nacht. Gute Nacht. Chelsea. Ich bin nicht mehr verstimmt. Charlie, bitte. Ich schlaf schon. Ich weiß. Kannst du nur bitte so weit aufwachen, dass es nicht pervers ist? Na schon gut, schlaf weiter. Darf ich Sie bitte daran erinnern, dass sich das Haus in Malibu Beach direkt am Strand befindet? Der Vorbesitzer genoss eine spektakuläre Aussicht, während er sich die Taschen mit Steinen füllte und in den Pool sprang. Ja, aber... Mom? Augenblick. Nein, das ist doch kein Selbstmordhaus. Es ist schlimmstenfalls ein Selbstmord-Nebengebäude. Na schön, kommen Sie auf mich zurück. Was willst du denn hier? Darf ich meine Mutter nicht mal bei der Arbeit besuchen? Na ja, von mir aus darfst du, aber ich arbeite schon 20 Jahre hier und du warst noch nie da. Na ja, wenn du mir vielleicht das Parken erleichtert hättest. Oder irgendwas in meinem Leben. Was willst du, Charlie? Also, zunächst mal wollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich dir meine Verlobung mit Chelsea verschwiegen hab. Ich weiß, es ist egoistisch von mir gewesen. Danke. Gut, dass wir das aus dem Weg geräumt haben. Wie ich hörte, geht ihr morgen Mittag zusammen essen? Ja, das tun wir. Ist das ein Problem? Nein, nein, freut mich sehr. Ich bin extra hierher gefahren, um dir zu sagen, dass es mich freut. Aha. Also gut, legen wir jetzt die Karten auf den Tisch. Was hast du vor? Was? Ich hab nichts vor. Ja, und ich bin nicht verkatert. Also, Charlie, wenn du diese Frau wirklich heiraten willst, will ich nicht auf dem falschen Fuß mit ihr anfangen. Ich will mit ihr nicht denselben Fehler machen wie mit Allons Frau June. Judith. Oh, und wenn schon. Grässliches Weichen. Aber trotzdem, hätte ich das vorhergesehen und hätte sie in der Familie willkommen geheißen, hätte sie mich nicht während der wichtigsten Entwicklungsjahre von Jake ferngehalten und ich hätte ein besseres Verhältnis zu ihm. Willst du denn ein besseres Verhältnis zu ihm? So wie er heute ist, keinesfalls. Aber wenn ich vorher an ihn rangekommen wäre, würde er sich jetzt nicht benehmen wie eine Kloratte. Also, läuft es darauf hinaus, dass du ein gutes Verhältnis zu Chelsea willst, um deine Krallen in die nächste Generation zu schlagen? Darf ich nicht einfach eine liebevolle Mutter und Großmutter sein? Na ja, du darfst das bestimmt, aber in den 40 Jahren meines Lebens bist du es nie gewesen. Eveline Harper? Oh, hallo, Dr. Yakimora. Was gibt's? Na, das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Und welche Adresse genau? Ein gutes Viertel. Danke für den Tipp. Gute Neuigkeiten? Schwerer Herzinfarkt in Brantwood. Sechs Schlafzimmer, vier Bäder und ein voll ausgestatteter Fitnessraum, den der Idiot nicht hätte benutzen sollen. Bitte entschuldige, Mami muss schneller losfliegen als die anderen Geier. Deine Mutter hat mich in ein bezauberndes kleines Restaurant mitgenommen. Was du nicht sagst. Es heißt Mon Grenier du Vivre. Weißt du, was das heißt? Bestimmt das Netz der schwarzen Witwe. Charlie. Des Teufels Barbecue. Lass das. Entschuldigung. Bestie im Schlafrock? Worüber habt ihr gesprochen? Über alles. Sie ist so gebildet und witzig. Und sie hat so viel durchgemacht. Eine echte Überlebenskünstlerin. Nur vergiss nicht. Damit sie überleben konnte, mussten andere ihr Leben lassen. Also das reicht jetzt wirklich. Deine Mom ist eine wundervolle Frau. Allmählich fange ich an zu glauben, dass deine Probleme mit ihr deine Probleme sind und nicht ihre. Oh, verdammt. Zu spät. Du bist auch mit dem Virus infiziert. Hör auf, Charlie. Tut mir leid, aber wenn du nachher eingeschlafen bist, muss ich dich leider verbrennen, Schelze. Pass auf. Du kannst mir glauben, wenn du meine Mutter kennenlernst, wirst du Gott für Evelyn danken. Was ist denn deine Mutter? Ein tollwütiger Wehrwolf, der die Menschen mit glühender Lava vollkackt? Vergessen wir jetzt, meine Mutter. Spielen wir. Ja, ich weiß nicht. Warum denn? Dieses Gerede über Mütter verdirbt mir die Stimmung. Wollen wir wetten, dass ich das ändern kann? Ja, aber das wäre doch eine billige Manipulation. Na schön, aber komm mir bloß nicht wieder mitten in der Nacht so nahe. Keine Sorge. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Denk nicht mal dran, mein Lieber. Alan, du musst mir einen Gefallen tun. Das ist doch mein Lebensinhalt. Sarkasmus ist was für Siegertypen. Was kann ich für dich tun? Chelsea hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass Mom sowas wie ein Mensch ist. Und du musst sie jetzt aufklären. Warum hast du das nicht? Hab's versucht, aber sie glaubt mir nicht. Bestimmt war das mir was Anständiges gewordenes. Sie muss über Mom von jemandem aufgeklärt werden, dessen Leben rettungslos verkorkst. Das ist also von dir. Danke. Und was soll ich ihr bitte sagen? Keine Ahnung, erzähl ihr was über deine Phobien, deine Zwanghaftigkeit, dass du ein Versager im Beruf, als Vater und in der Ehe bist. Dann sieht sie klar. Ach, weißt du, lieber nicht. Ach, komm schon. Ich helfe dir doch auch immer, wenn du mich brauchst. Wann hast du mir denn jemals geholfen? Okay, jetzt bleiben wir mal bei meinem Problem. Charlie, ich gebe ja zu, dass wir eine schwierige Kindheit hatten, aber wer hatte schon eine gute Kindheit? Sollten wir nicht vergeben und vergessen? Woher hast du denn den Blödsinn? Ich will damit nur sagen, vielleicht wäre unser Leben reicher, wenn wir unserer Mutter gegenüber nicht mehr so feindselig wären und einfach unser Leben weiterleben würden. Sie hat dich eingewickelt. Das ist doch albern, Charlie. Was hat sie getan? Dein Auto abbezahlt? Hat sie dir den toten schwarzen Zahn machen lassen? Wenn du dich hören könntest, ich muss jetzt zur Arbeit. Langsam. Was? Deine Armbanduhr. Was ist damit? Da sind nicht mehr Ernie und Bert auf dem Armband. Und? Zeig mal her. Nein, das ist meine. Zeig mal her. Zeig her. Das ist ja eine Rolex. Du hast mich für eine Uhr verraten. Hey, ich hab dich nicht für eine Uhr verraten. Ich hab dich für einen Schweizer Chronometer verraten. Stainless Steel Submariner bis 300 Meter wasserdicht. Und hier, Automatik-Urwerk. Trag sie am rechten Arm, dann läuft sie ewig. Oh, gute Idee. Oh, das hab ich auch gekriegt. Eine schneeweiße Karalkorwendung. Und der Zahnarzt kam auch aus der Schweiz. Und der Zahnarzt kam auch aus der Schweiz. Hey Jake, tu mir einen Gefallen. Ich sag kein böses Wort über Oma. Okay, was hat sie dir gekauft? Eine Gitarre? Ein Minibike? Pizza. Du hast mich echt für eine Pizza verraten? Nicht für eine einfache Pizza. Für eine Fleischfresser-Pizza. M steht für die Marta, die sie uns zufügte. U für Unterjochung und die Qual. T für Treulust, denn das ist mein Bruder. Gern noch ein Tee fürs Trampel seinen Sohn. Nein, es ist wahr. Die bleichen heute alles, was du willst. Ehrlich? Das muss ja brennen wie die Hölle. Wie eine Zigarre, die du ausdrückst. Aber das ist es wert. Man muss nicht nur die Vordertür hübsch gestalten. E für ekelhafte Frauen-Themen. Oh, hey Schatz. Wie war's beim Shoppen? Man, paar neue Seelen gefunden? Charlie, das ist unhöflich. Schon in Ordnung, Chelsea. So ist der nun mal. Er kann auch anders sein. Es gibt keine Entschuldigung für deinen Umgang mit deiner Mutter. Du musst es ja wissen. Evelyn, ich danke dir für den wundervollen Tag. War mir ein Vergnügen, schön zu wissen, dass wenigstens du mich schätzt. Gehen wir morgen zum Yoga? Unbedingt. Oh, natürlich. Kommst du am Samstag mit Charlie zum Essen? Mit Vergnügen. Ähm, ähm, Chelsea. Du weißt doch, dass wir am Samstag schon was vorhaben. Nein, weiß ich nicht. Och, kannst du nicht mitspielen, um Gottes Willen? Wir kommen gern. Wunderbar. Ciao, ciao. Bist du stolz auf dich? Warum denn? Ich hab doch eben verloren. R für den Revolver in meinem Mund Buchstabiert ergibt es das Wort Mutter Ein Wort, das mich mit Angst und Furcht erfüllt Nein. Hallo. Ich bin Alain Cousteau. Ich habe die Kalypso genau um 17 Uhr verlassen. Ich bin jetzt auf einer Tiefe von 60 Pfaden. Ohne doch, läuft mein Rolex immer noch wie ein Uhrwerk. Oh, da. Eine riesen Tintenfisch. Alan? Ja? Was machst du denn da? Ähm, ich kann's dir nicht sagen. Es ist Samstag und ich bin allein. Weißt du, wo Charlie ist? Wir sollen um sieben bei eurer Mutter sein. Oh, das wird eng werden. Hast du ihn gesehen? Äh, nein. Hast du's mal auf seinem Handy versucht? Ja, er geht aber nicht ran. Ich mach mir Sorgen. Kelsey, ich bin wieder da. Gott sei Dank. Und ich staure wieder ab. Wo warst du denn? Ich hab ne kleine Überraschung für dich besorgt. Kommen Sie rein. Mom? Oh, du Süße. Oh. Du warst aber schon mal dünner, was? Was machst du hier? Tja, ich hab sie aus Illinois eingeflogen. Erster Klasse. Das war vielleicht protzig, obwohl mir ein reicher jüdischer Anwalt fast das Ohr abgeplappert hätte. Erzählen Sie ihr doch mal vom Essen. Oh, das Essen war wunderbar. Aber der Stuart war ein schwarzer Homo. Ich bin wirklich froh, dass Sie die Brötchen mit Zangen anfassen. Ich will mir ja kein Aids einhandeln. Wir gehen zu meiner Mutter essen. Ich hoffe, Sie sind nicht satt. Das ist ja wirklich reizend. Jetzt müssen Sie mir mal ehrlich sagen, Charlie, Sie mit Ihren dunklen Haaren haben doch sicher Spaghetti-Fresse unter Ihren Vorfahren, nicht? Gott, ich liebe deine Mom. Das war das schlimmste Dinner meines Lebens. Ach ja? Unsere Mütter haben sich doch gut verstanden. So wie die Stadtmaus und die Feldmaus. Ich hab's besonders schön gefunden, als die Feldmaus ihre Schuhe weggekickt hat, ihre fetten, entzündeten Fußballen auf den Margoni-Tisch der Stadtmaus legte und fragte, wie sie es findet, dass ein kommunistischer Araber unser Präsident ist. Ich hab' verstanden, Charlie. Verstanden? Was hast du denn verstanden? Du lässt meine Mutter in Ruhe und ich lass' deine in Ruhe. Tja, also ich weiß nicht genau. Ich bin echt angetan von deiner Mom. Weißt du? Sie will mir beibringen, wie man Tabak haut, während man ein Kreuz anzündet. Wollen wir uns jetzt einigen oder nicht? Doch. Komm her. Ich bin nicht in Stimmung. Na schön. Aber rubbeln nicht mitten in der Nacht an mir rum. Keine Sorge, das tue ich nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gut, ich hab' geblufft. Du darfst an mir rubbeln. Rubbel dich selbst. Chelsea? Was ist? Guckst du mir zu, dann ist es nicht so pervers. Guckst du mir zu, dann ist es nicht so pervers. роль von tiefen, berzinho und tiefen haben. In meinem kleinen Auto, da fühl ich mich zu Haus Es hat vier runde Räder und sieht so niedlich aus Es sind darin vier Sitze Was machst du da? Ich baue einen Original 78er Firebird Ist von Ebay Aha, warum? Ich habe das Modell als Kind gehabt, weißt du noch? Ich habe einen Monat gebraucht, bis ich es gebaut und die Abziehbildchen drauf hatte War das der Wagen, aus dem ich einen Bong machen wollte? Nein, das war mein Monstermobil Und meine Bauregnerpuppe Und mein Rock'em Sack'em Roboter Meinen Firebird hast du mit Mums Horspray und einem Feuerzeug abgefackelt Oh ja, der Firebird Jedenfalls hatte ich das Modell gern und jetzt habe ich es wieder Daran wird sich doch nichts ändern, oder? Ganz ruhig Wenn ich ein Auto von dir abfackeln will Dann mache ich es mit dem Schrotthaufen, den du in meiner Garage abgestellt hast In meinem Auto wohnen Vier Sitze, klein und fein Ich fahre darin und träume vom lieben Sonnenschein Mein Bruder macht mir Sorgen Wieso? Weil er entweder so einsam ist, dass er seine Kindheit wiederholen muss Was ich nicht begrüßen würde Oder er hat einen trickreichen Plan entwickelt, um zu verbergen, dass seine Blödheit vom Klebstoff-Schnüffeln kommt Das mit dem Kleber wäre mir lieber Ich wollte sowieso mit dir über ihn reden Soll ich ihn rauswerfen? Danke, das liebe ich so an dir Nein, nein, ich mag ihn echt gern Ich wollte dir schon sagen, dass ich eine Freundin habe, die vielleicht zu ihm passt Oh nein, die hast du nicht Ach komm schon, Charlie Hör dir das an Ich fahre mit meinem Auto, das ist für mich ein Traum Ich fahre in und traue Das tust du doch deiner Freundin nicht an Er hat noch nicht die richtige Frau gefunden, er ist noch etwas verspielt Er hat schon die richtige Frau gefunden, er muss sie nur jedes Mal aufpusten Lass es mich versuchen Es wird bestimmt sehr nett, wenn wir zu viert essen gehen Für wen? Schlimm genug, dass du deine Freundin bestrafen willst, warum auch mich bestrafen? Kannst du nicht mal einen Abend deines Lebens opfern, um zwei Menschen zusammenzubringen? Das ist unfair, ich trete immer ins Fettnäpfchen, wenn ich so eine Frage ehrlich beantworte Tu es doch für mich Hieß das ja? Vergiss deine Worte nicht, wenn wir heute ins Bett gehen Welche Worte? Tu es doch für mich Also jedenfalls, ist er Charlies Bruder und wirklich attraktiv und nett Er wird dir sicher gefallen Oh Mann, ich weiß nicht Blind Dates? Da weißt du doch nie, auf was für einen schrägen Freak du reinfällst Du weißt gar nicht, wie sie heißt Nein Und du weißt nicht, was sie macht Nein Und du weißt nicht, wie sie aussieht Was interessiert dich das? Du hättest heute Abend sonst ein Modell von einem toller Käfer zusammengeklebt Mit Herbie bin ich gerade fertig geworden Jetzt klebe ich den Trans Am von Burt Reynolds zusammen Okay, okay Versprich mir bitte, dass du heute Abend nichts davon erwähnst Warum? Warum? Du fragst mich, warum ein 40-Jähriger bei seinem ersten Date nicht seine Modellautos erwähnen soll? Ich weiß, was du meinst Man will sich ja noch steigern Ja, genau das habe ich gemeint Komm Oh, da wir gerade von steigern reden Ich bin im Augenblick der Höchstbietende für eine Scooby-Doo Mystery Machine im Originalkarton Wie sehe ich aus? Ich will dich nicht gern verletzen Du bist, wie du bist Da ist Chelsea Wir kommen zu spät Nein, nein, wir waren zu früh hier Ach, gut Charlie, Alan, meine Freundin Rose Rose, das sind Charlie und Alan Sehr erfreut, Alan Nein, das ist Charlie Oh, ist ja noch besser Hi, Alan Hi Warum setzen wir uns nicht? Da wüsste ich viele Gründe Chelsea hat mir schon wahnsinnig viel über sie erzählt Endlich lerne ich sie mal kennen Alan, wie ich hörte, sind Sie Chiropraktiker? Ja Ich bin Chiropraktiker Charlie? Ja Er ist Chiropraktiker Oh, das ist ja echt fantastisch Und was machen Sie, Charlie? Ähm, ich schreibe Kinderlieder und Jingles Alan? Ja Er schreibt Kinderlieder und Jingles Und ich bin Chiropraktiker Ja Er ist Chiropraktiker Sie lassen nicht viel von sich raus, oder? Offenbar nicht, nein Und? Chelsea? Woher kennst du... Rose Genau Rose Aus dem Yoga-Kurs Ach, wirklich? Ja Und dann haben wir uns zufällig beim Pilates getroffen Und bei der Maniküre Und beim Joggen Und in der Reinigung Verrückt, hm? Allerdings, verrückt So, als wäre sie jedes Mal da gewesen, wenn ich mich umdrehte Nein, es kam mir so vor, als wärst du immer da gewesen Ich dachte schon fast, du stalkst mich Sehr witzig Der war gut Ja Wünschen Sie ein Aperitif? Ich würde sagen, ich bleibe heute lieber nüchtern Aber trinkt ihr nur was Ich trinke ein Chardonnay, bin gleich wieder da Ich komme mit dir Ich nehme einen doppelten Vodka-Rocks Ich glaube, ich werde mich heute gehen lassen Süße Persönlichkeit, hm? Ja Leider hat sie davon nicht nur eine, sondern 15 Und für sie, Sir? Whisky ohne alles Seit wann trinkst du harte Sachen? Seit gerade eben Wenn ein Glas Crack auf der Karte wäre, würde ich es auch nehmen Ein wahres Wort Wieso hast du dir nichts gesagt? Wieso hast du dir nichts gesagt? Ich bin deinem Beispiel gefolgt Welchem Beispiel? Ich habe sie gesehen und habe mir fast in die Hose gemacht Also bin ich deinem Beispiel gefolgt Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung Wir spielen mit, würde ich sagen Bist du verrückt geworden? Wieso denn das? Soll ich etwa mit der Wahrheit rausrücken, Alan? Oh, Chelsea, fast hätte ich es vergessen Ich hatte mit deiner besten Freundin einen One-Night-Stand Zum Dank dafür hat sie meinen Sack an die Schenkel geklebt Und ist meine Stalkerin geworden Ach, und dann habe ich mich in sie verliebt Und bin ihr nach England gefolgt Und als sie von dort zurückkam, dachte ich, ich muss sterben Und habe sie fast gefragt, ob sie mich heiratet Ja, es hört sich wirklich nicht gut an, wenn man so erzählt, Bruderherz Deshalb spielen wir lieber mit Bis ich herausgefunden habe, worauf Rose aus ist Soll ich etwa was mit dir anfangen? Ach, will dir keine Schwachheiten ein? Es geht nicht um dich Sie ist an mir interessiert Bin ich etwa nicht gut genug für sie? Was soll die Frage? Willst du die Irre etwa zur Freundin? Nein Aber andererseits habe ich gerade keine Jetzt hören wir mal zu Das hier ist ein Blind Date, das keine Folgen hat Hast du verstanden? Ja Er gefällt dir Na toll Ich glaube, zwischen den beiden stimmt die Chemie Wahrscheinlich, weil sie beide dieselben Pillen nehmen Aber mach dir mal keine Hoffnungen Warum denn nicht? Sie ist nicht sein Typ Wie kommst du darauf? Sie ist klug, hübsch, reich Okay, dann ist er nicht ihr Typ Das ist doch verrückt Ich weiß Wir haben uns doch eben erst kennengelernt Oh, nein, 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 nicht doch, du Idiot Morgen, Charlie Ich hätte ihn in der Wiege ersticken sollen, als es noch ging Dann nimmt man sich einen Tag für ein Poker-Turnier frei und schon verpasst man hier die tollsten Sachen Sie sagten, sie sagten, sie werden krank Sie sagten doch, sie werden krank Ich wurde geheilt, es war ein Wunder Darf ich wissen, was läuft? Chelsea hat für Alan ein Blind Date mit einer Freundin aus ihrem Yoga-Kurs arrangiert Und was hat Rose damit zu tun? Sie ist die Freundin Oh, wie diabolisch Weiß Chelsea was davon? Chelsea hat keine Ahnung und ich will, dass es auch so bleibt Okay Und warum spielt Alan damit? Weil Alan ein geiler Idiot ist Und geile Idioten wollen unbedingt Sex mit verrückten Frauen haben Ja, ich weiß, aber ich hab gelernt Hast du das gesehen? Ja, allerdings Ich sagte doch, dass es zwischen ihnen funkt, habe ich's nicht gesagt? Doch, hast du Ich mach mir nur Sorgen, weil's so schnell geht Ja, das ist doch meine größte Sorge Haben Sie Rose schon kennengelernt, Börter? Ach, was soll's, ich fahr nach Hause Gute Besserung Lass das, hör auf Willst du wohl aufhören? Hallo Setz dich Ähm, du weißt, dass ich Besuch hab? Ja, ich weiß, dass du Besuch hast Setz dich Okay Was ist? Erklär's mir bitte, Alan Hilf mir, das zu verstehen Du meinst Rose Nein, ich meine den Verbrennungsmotor Ja, Rose Wir haben uns auf der Heimfahrt gestern Abend unterhalten und sind voll aufeinander abgefahren Sie hat sich geändert, Charlie Äh, äh, geändert? Sie hat meine Verlobte gestalkte Spinner Das hat sie mir erklärt Das war ganz anders Ach ja? Mhm Und was hat sie gesagt? Ähm, also Ich weiß es nicht mehr, weil sie mir ständig in die Brustwarzen gekniffen hat Oh Hi, Charlie Also, Rose Was hast du vor? Wie meinst du das? Merk dir das jetzt gut, Rose Ich liebe Chelsea Und wenn du uns dazwischen fungst, werde ich dir das niemals verzeihen Wow Was hab ich getan, dass du mich so verletzt? Das soll wohl ein Witz sein Ja Also, nochmal Was hast du vor? Okay Zu Anfang hab ich nur eine winzige, oberflächliche Recherche gemacht, ob du's vielleicht mit ner Irren treibst Du dachtest, Chelsea wär vielleicht... Weiter Ich hab gute Neuigkeiten, sie ist nicht irre Sie hat ne Cousine, die ist Fernfahrernutte Und ihre Mom ist Kliegel ehrenhalber im Ku Klux Klan, aber Chalzys Weste ist weiß Kliegel? Also laut Wikipedia steht es im Rang unter Kluge, aber über Kretan, soviel ich weiß Und wenn schon, aber was hast du mit der Küchenhilfe hier vor? Mit Alan? Naja, das war Chalzys Idee, nicht meine Ich wollte es eigentlich gar nicht Ehrlich? Tut mir leid, Liebling, aber ich dachte, ein Doppeldate mit Charlie und seiner Verlobten könnte peinlich werden Könnte peinlich werden? Als ich dich da sitzen sah, hat sich mein Hintern so schnell zusammengekniffen, ich hätte ihn als Zigarrenschneider nehmen können Ja, du hättest dein Gesicht sehen sollen Jedenfalls hat sich alles zum Besten entwickelt Letzte Nacht hab ich an deinem Bruder eine Seite entdeckt, die mir unbekannt war Welche Seite? Er hat doch nur zwei Oh nein, da kommt er und oh gut, er geht wieder Weißt du, Charlie, das hat doch nichts mit dir und Chelsea zu tun Und auch nichts mit dir und Rose Was zählt ist, wir mögen uns sehr und wollen uns weitertreffen Und wir möchten dich um deinen Segen bitten Dann willst du also wirklich mit ihm zusammen sein? Ja, ich will Und du glaubst an ihre ehrlichen Absichten in guten wie in schlechten Zeiten? Ja, ich will Gut Und hiermit erkläre ich euch zu Spinner und Durchgeknallte Möge Gott euren Seelen gnädig sein Yay Ähm, ich glaube, das war nicht unbedingt ein Segen Ist doch unwichtig Was machen wir heute Nachmittag? Oh, also ich muss Jake abholen Ich hab ihm versprochen, dass ich mal mit ihm ins Kino gehe als Vater-Sohn-Verbrüderung Oh, wie süß von dir Na dann, ruf mich doch an, wenn wir uns wieder treffen sollen Gern, du kannst mich auch anrufen Okay Hallo? Oh, Jake, Gott sei Dank Ach, äh, nichts Warte, da ruft noch jemand an Hallo? Ja, Rose, das ist meine Nummer Wie hat dir der Film gefallen? Er war eine Beleidigung meiner Intelligenz Ach, echt? Man weiß doch, dass Zombies nicht Motorrad fahren können Ja, das hat mich auch gestört Und warum tragen die Helme? Die sind tot Gutes Argument Ich kapier nicht, wozu die heute noch Filme drehen Nächstes Mal wählst du Jedenfalls wollte ich gern was mit dir besprechen Ach komm schon, es war nur ein Furz während der Vorschau Und alle haben lachen müssen Nein, 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 das ist es nicht Ähm, ich wollte dir nur sagen, ich habe eine neue Freundin und du wirst sie vielleicht bald kennenlernen Ah, okay, gut Du hast kein Problem damit? Nein, gar nicht, du brauchst doch eine Freundin Findest du? Ja, das mit den Modellautos macht mich langsam fertig Also, mal im Ernst, du bist erwachsen Was ist denn? Wieso hast du nicht angerufen? Hi, Rose Hey, Jake Und wer ist deine neue Freundin? Vielen Dank, dass du mir meinen kleinen Ausbruch im Auto verziehen hast, Alan Deine Entschuldigung war aber auch mehr als überzeugend Aber, aber wir müssen uns mal über Grenzen unterhalten Das war doch nur mein kleiner Finger, Alan Nein, 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 das war schön Ist es vielleicht, weil ich dir und Jake ins Kino gefolgt bin? Du bist uns gefolgt? Nein Hör zu, Rose Ich habe dich sehr gern, aber jeder braucht gewisse Freiräume und die musst du respektieren In Ordnung Dann verstehen wir uns? Ja Ja, tut mir leid Kommt nicht wieder vor Gut Gute Nacht Gute Nacht Mann, dieser Alan Harper war mir ja völlig unbekannt Aha Energisch Selbstsicher Danke Ich mag ihn allerdings nicht besonders Ich mag ihn allerdings nicht besonders Oh, ich habe kein gutes Gefühl Ich habe kein gutes Gefühl Alan? Ja? Alles in Ordnung? Könnte besser sein Ich komme jetzt rein Ich komme jetzt rein Hi 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 Beeindruckend Ist nicht von mir Was du nicht sagst Was ist es? Was ist es? Oh Das ist ja der Trans Am von Burt Reynolds Ja Kannst du mir sagen, warum er auf deinem Behindertenparkplatz parkt? Er parkt nicht Er klebt Ah Rose? Rose Hab dich gewarnt Hast du Hast du drauf gehört? Nein Okay Gute Fahrt In meinem kleinen Ort Da sieht es klebrig aus Scooby-Doo-Bee-Doo Wo bist du? Wir haben jetzt Arbeit für dich Scooby-Scooby-Doo Wo bist du? Ich brauche Hilfe für mich Dass es zwischen Alan und Rose nicht geklappt hat, tut mir leid Mir auch Furchtbar Das Problem ist, sie waren viel zu früh zusammen in den Federn Das Problem ist, dass er im Nachttisch keinen Klebstoffverdünner hat Was meinst du damit? Dasselbe, was du meinst Au Was ist denn mit ihm? Kleinwagenunfall Men 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 Man Man Men 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 Man, 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 man Oh, komm schon, Chelsea Geht's dir ums Geld? Ich übernehme gern die Miete für dein Apartment Es geht mir nicht ums Geld, du Idiot. Ich finde es nur total lächerlich, dass wir verlobt sind und ich zusammenziehe. Entschuldige bitte, wenn ich vielleicht altmodisch bin, aber ich fühle mich einfach nicht wohl bei dem Gedanken, dass wir in Sünde leben. Schlafen wir jetzt nicht mehr miteinander? Doch, doch, es ist nicht die Sünde, gegen die ich was habe, sondern dass wir darin leben. Charlie, warum sollte ich meinen Mietvertrag verlängern, wenn ich sowieso jede Nacht hier bin? Kriege ich deine Gurke? Nein, ich will sie selber essen. Aber du hast fast aufgegessen und deine Gurke liegt noch da. Ich will sie als letztes essen. Du hältst dich wohl für vornehm. Hier hast du noch, Gurke, halt die Klappe. Total verbohrt. Nimm mir einen guten Grund, warum ich nicht hier wohnen soll. Ich kann dir mehrere nennen. Oh, das wird gut. Du meinst sofort? Tanz, Äffchen, Tanz. Okay, da wäre das Sicherheitsproblem. Du solltest ein Apartment aus demselben Grund behalten, aus dem ein Flugzeug Sauerstoffmasken hat und ein Kreuzfahrtschiff Rettungsboote. Wenn nämlich die Titanic Rettungsboote gehabt hätte, wären Leonardo und Kate heute noch im Altersheim zusammen. Hoppla. Du vergleichst unsere Beziehung mit der Titanic? Eine Falle, eine Falle. Nein, nein, natürlich nicht. Ich fand den Film übrigens sehr romantisch. Danke, dass du mich gezwungen hast, ihn nochmal anzusehen. Zu hochgepokert, das schafft er nicht. Es ist reine Zeitverschwendung, mit dir zu reden. Wo willst du denn hin? Nach Hause. Siehst du? Da haben wir den Beweis. Wo solltest du jetzt hingehen, wenn du nicht dein eigenes Apartment hättest? Na, hat es euch Spaß gemacht, das mit anzuhören? Wie bitte? Ich fand's gut. Mann, 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 Mann Kannst du nicht schlafen? Nein, dass Chelsea bei mir einziehen will, macht mir ziemlich zu schaffen. Wieso bist du auf? Mir war klar, dass du hier draußen sitzt und dich wegen dieser Umzugsnummer ins Koma saufen willst und ich wollte dabei sein. Danke. Ich sag's ja nicht gern, aber Chelsea hat recht für dich. Das darfst du ruhig sagen. Oh, sagte ich, ich sag's ja nicht gern. Ich meinte, es freut mich, das zu sagen. Aber bewundernswert fand ich's schon, wie tapfer du deine aussichtslose Lage verteidigen wolltest, indem du eure Beziehung mit der Titanic verglichen hast. Heldenhaft. Ach, komm schon. Wer weiß schon noch die Namen von Schiffen, die nicht gesunken sind. Klar, was Zeppeline betrifft, kenne ich auch nur die Hindenburg. Du warst aber schon mal besser. Früher hat sowas noch funktioniert. Ja, damals bei deinen Silikonsimpelchen. Leider ist Chelsea zu klug für diese Tour. Ja, und sie hat kein Gramm Silikon in ihren Babys. Pech. Dann schulde ich Butter fünf Mäuse. Aber nochmal zum Thema. Warum hast du so eine Angst davor, dass sie hier einzieht? Ich hab keine Angst, dass sie hier einzieht, dass sie nicht wieder auszieht. Davor hab ich Angst. Das heißt, du rechnest schon damit, dass sie Schluss macht. Ach komm schon. Warum sollte ich denn davon ausgehen, dass das anders enden wird? Na ja, weil sie vielleicht zu einer langfristigen Beziehung fähig ist und du könntest dich ändern. Das glaubst du doch selbst nicht. Nein, ich wollte dir noch beistehen. Davon merke ich aber nicht viel. Ich geb mir auch keine große Mühe. Ich will dich mal was fragen. Was hast du dir denn vorgestellt, wie es wird, wenn ihr heiratet? Ehrlich gesagt, hab ich so weit nie vorausgedacht. Ich hab gedacht, wir könnten die Verlobung ein paar Jahre ausdehnen und was dann kommt, wer weiß das schon. Vielleicht sterb ich ja bis dahin oder sie wird dick. Hut ab, dass du ihr damit nicht während eures Streits gekommen bist. Es war nicht leicht. Du weißt, was du tun musst. Müssen tue ich schon mal gar nichts, Alan. Wenn es schon ein Vertrauensbruch darstellt, dass ich nicht mit ihr zusammenwohnen will, kann sie ja die Verlobung lösen und mich von mir aus verlassen. Was ihr bestimmt tut. Du weißt, was du tun musst. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Hast du mich fertig bequält? Ja, fast. Ich bin der König der Welt! Jetzt bin ich fertig. Hier. Was ist das? Allens Hausschlüssel. Und warum? Weil ich will, dass du zu mir ziehst und ich keine Zeit für den Schlüsseldienst hatte. Und ich hab mich gestern über ihn aufgeregt. Du bist fest entschlossen. Ja. Ich hab's mir überlegt und du hattest recht. Aha. Was nicht heißen sollte, dass ich Unrecht hatte. Aber, ähm... Gut, ich hatte Unrecht. Und du weißt genau, dass du mich bei dir haben willst. Ich bin mir da ganz unsicher. Ich... hab mir gedacht, was soll's. Früher oder später passiert's ja sowieso, oder? Ach, halt die Klappe. Komm rein, ich mach uns einen Kaffee. Was soll das hier? Sagen wir, ich hab dir vertraut. Oh. 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 Das kommt nach oben ins Schlafzimmer. Vorsicht, zerbrechlich. Okay, ich hab mit Ihnen zu reden. Ich weiß. Ich weiß, das steht nicht in Ihrem Vertrag. Sie arbeiten für mich und nicht für Sie. Und schlimm genug, dass Sie's mit Sinti und dem Affen zu tun haben. Nein, Chelsea ist mehr lieber als Sie. Deshalb arbeite ich ab jetzt für Sie. Was? Wenn Sie Wünsche haben, sagen Sie's ihr, sie sagt's mir und wir entscheiden dann. Und ich hab nichts zu sagen? Doch, Sie haben was zu sagen. Sie haben drei Wünsche frei. Na, dann viel Glück. Oh, Mann. Gefällt's dir? Oh, Mann. Es wirkt viel freundlicher mit diesen Farben, stimmt's? Na ja. Oh, Mann. Komm, ich zeig dir mal das Badezimmer. Oh, Mann. Wie findest du's? Ich weiß nicht. Ich hab den plötzlichen Drang, mich beim Pinkeln hinzusetzen. Gefallen dir die neuen Handtücher? Na ja, geht so. Was war mit den Alten? Die passten nicht zu meinem Duschvorhang. Was war denn mit meinem Duschvorhang? Hat nicht zu seinen Handtüchern gepasst. So hab ich sie vielleicht besser auseinanderhalten können. Bitte, sag mir, dass das einer von diesen Zen-Sandgärten ist. Das ist das Katzenklo von Sir Lancelot. Das weißt du sehr gut. Sag bloß, der Kater ist hier. Klar hab ich ihn mitgebracht. Was hätt ich denn sonst mit ihm machen sollen? Keine Ahnung. Ihn wieder auswildern? Du machst dich lächerlich. Hältst du's etwa für lächerlich, wenn ich möchte, dass in meinem Klo nur Menschen kacken? Gut, dann stellen wir's in der Waschküche auf. Bei meinen gewaschenen Klamotten? Vergiss es. Wo soll ich's deiner Meinung nach hinstellen? Oh nein, ich glaube nicht, dass du von mir hören willst, wo ich Sinn haben möchte. Ich sag nur, es ist zu viel. Kissen, Handtücher, Duschvorhänge, Katzen, Klos. Ich mag's nicht und ich brauch's nicht und ich will's nicht. Was soll ich denn machen, Charlie? Soll ich ausziehen? Nein, du bist doch gerade erst eingezogen. Ich hau ab, dann ist hier mehr Platz für dich und Sir Scheißelot. Charlie! Na, alles mitgekriegt? Nein, ich schon und ich find's überhaupt nicht gut, dass du mich Sir Scheißelot nennst. Oh gut, aus irgendeinem Grund find ich meinen Hausschlüssel nicht. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dir. Wozu damit noch anfangen? Hey. Wie hast du mich gefunden? War nicht schwer. Wenn du nicht gerade Senioren was vorliest oder die Armen speist, bist du hier. Bay Breeze mit viel Ananas, bitte. Ich bin nicht dafür geschaffen, mit einer Frau zusammenzuleben. Ich hab's versucht, ich hab's wirklich versucht. Das ist wahr. Und zwar eine volle Stunde und 20 Minuten. Hey, Leute, das schuldet mir jetzt fünf Mäuse. Charlie, so schwierig ist es auch wieder nicht, mit einer Frau zu leben. Sagte der Mann, der zweimal rausgeschmissen wurde. Für die Frauen war's schwierig. Hast du die Salz- und Pfefferstreuer von Chelsea auf dem Küchentisch gesehen? Nein. Die sehen aus wie Hähnchen, sind aus Keramik und haben S- und P-Löcher in den Schnäbeln. Wie süß. Die wollte ich eigentlich auch schon mal bestellen. Worüber reg ich mich auf? Ich hab schon seit sechs Jahren eine Frau an meiner Seite. Das war billig. Ja, Drosenananas, wunderbar. Es sind doch nicht nur die Salzstreuer. Es sind die Schmuckkissen auf dem Bett. Es sind die pastellfarbenen Handtücher im Badezimmer. Und die ganzen Kleider und die Schuhe. Oh mein Gott, die Schuhe müsstest du sehen. Sie hat fast noch mehr Schuhe als ich. Und nicht zu vergessen, sie hat doch noch ihren fetten, furzenden, verschissenen Kater mitgebracht. Was wäre die Alternative gewesen? Ihn einschläfern lassen? Wieso ist mir das nicht eingefallen? Ich wollte ihn aussetzen. Von dem Kater mal abgesehen, du weißt schon, dass es falsch war, einfach so wegzurennen. Klar weiß ich es. Ich bin ein Arschloch, kein Idiot. Man kann allerdings auch beides sein. Und du weißt schon, dass es nicht um den Kater und die Kissen und um die Handtücher geht. Weißt du was? Hier sind 20 Mäuse. Erzähl mir bloß nicht, worum es geht. Oh Mann, da bringst du mich in Gewissensnöte, Charlie. Herzlich. Nacht. Nein, ihr beide seid mir zu sehr ans Herz gewachsen. Hier, der Grund für deine Panik ist, dass du einfach... Das sind 20. Ach ja? Oh, wann versehen. Der Grund für deine Panik, aus der du weggerannt bist, war, dass du erkannt hast, dass der alte Charlie den Löffel weglegt. Aber er muss in die Gruft fahren. Es geht gar nicht anders, damit ein neuer Charlie geboren werden kann. Kommt mir logisch vor. Darf ich was fragen? Na klar. Hat der neue Charlie dann noch den alten Bruder? Aber natürlich. Und der ist für dich da. Mann, ich komm nie zur Ruhe. Wie angepisst war Chelsea denn, als ich weggerannt bin? Zu Anfang ziemlich heftig. Hast du ihr wirklich vorgeschlagen, etwas anatomisch Unmögliches mit dem Katzenklo zu machen? Ich hab ihr gar nichts vorgeschlagen. Vielleicht angedeutet. Jedenfalls hab ich's, glaub ich, für dich ein bisschen abgemildert. Ach echt? Was hast du gesagt? Ich sagte, du wärst emotional nicht reifer als neun Jahre und dass sie Rücksicht nehmen muss. Das ist gut. Dann ist sie nämlich selber schuld. Und deshalb musst du jetzt nur noch nach Hause gehen, zugeben, dass du ein verängstigter Junge bist, der ihre Liebe nicht verdient und sie um Verzeihung bitten. Im Kriechen warst du schon immer gut, was? Nicht sofort, aber meine zweite Ehe hat mich weitergebracht. Ach, hast du übrigens meinen Hausschlüssel irgendwo gesehen? Nein. Oh Chelsea, was war ich für ein Idiot. Mein Bruder hat mich Gott sei Dank zur Vernunft gebracht. Oh Charlie, ich liebe deinen Bruder. Er ist so klug und maskulin und doch hat er so eine gute Intuition und feminine Klugheit. Du hast recht, ich bin neidisch und deshalb wütend auf ihn. Und verkappt schwul. Oh, hallo. Keine Sorge, es gibt doch viel peinlichere Dinge, bei denen ich sie erwischt hab. Oh ja, sie haben keine große Sache draus gemacht, danke. Ich hab ihnen dafür zu danken. Weißt du, ich sollte wirklich aufhören, mit mir zu reden. Da hast du recht, das ist ein bisschen seltsam. Das darf doch nicht wahr sein. Soll ich mich nochmal entschuldigen oder kannst du es nicht mehr hören? Hm, sag's nochmal. Bitte entschuldige. Nein, es macht immer noch Spaß. Und? Und, ich bin ein Dummkopf und Idiot. Und? Und, ich würde jetzt wirklich gerne mit dir nach oben gehen und meine Entschuldigung mit dem Mund beenden. Charlie, einen Moment. Jetzt nicht, Alan. Es gibt hier gewisse Probleme und ich fürchte, dass ich darauf bestehen muss. Ich rede lieber mit ihm. Er kriegt allmählich eine weiche Waffel. Was hast du denn für ein Problem? Da sind ein Haufen Sachen in meinem Zimmer und ich frage mich, wie lange die da noch drin bleiben. Und dasselbe frage ich mich bei dir, hörst du? Ach, komm schon, Charlie, wie soll ich denn in dem Zimmer wohnen, wenn du es mit Chelsea als Wandschrank verwendest? Weißt du was? Ich geb dir einen Mietnachlass. Ich bezahl doch keine. Da hast du's. Dann muss ich es irgendwie hinkriegen. Alan, warte. Was ist? Ach, fahr doch bitte deinen Wagen aus der Garage. Warum? Du willst doch wohl nicht, dass Chelsea auf der Straße parkt, oder? Also muss ich da parken? Nein, musst du nicht. Park doch bei dir vorm Haus. Ich hab kein Haus. Da hast du's. Leg dein Handsender auf den Couchtisch. Warte, warte, Charlie. Ich weiß nicht, wie ich ohne Schlüssel und Handsender ins Haus kommen soll. Da hast du's. Ich muss nicht aufs Klo. Ich muss nicht aufs Klo. Verdammt, ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Ich sache die... Ow. Na toll. Voll im Katzenklo. Das ist ja köstlich. Ja, wirklich. Wie schön, dass es Ihnen schmeckt. Es gibt noch mehr. Jake, gibst du mir mal das Hähnchen? Das ist Fisch, Dad. Du bist doch wohl nicht allergisch gegen Sir Lancelot. Das wird schon, wenn er nicht wieder auf meinem Gesicht schläft. Er ist ein Kuscheltier, was? Ja. Weißt du übrigens, ob schon jemand sein altes Apartment gemietet hat? Ja, da ist vor kurzem jemand eingezogen. Oh. Warum willst du etwa ausziehen? Tja, hier ist ja wohl nicht mehr viel Platz für mich. Was zahlt man denn für sowas? 1800 im Monat. Andererseits ist es auch schön im Schoß der Familie. Mann, Sie haben wohl echt kein Charmegefühl, ne? Das war wohl eine rhetorische Frage. Wo ist denn Onkel Charlie? Er hat irgendwo eine Konferenz. Das bedeutet Poker oder Stripclub. Poker, da bin ich sicher. Uh, Pizza. Hey, Gordon, wie klein doch die Welt ist. Hey, Mr. Harper, was machen Sie denn hier? Ah, ich habe das Apartment gerade gemietet. Was zur Erholung fürs Wochenende. Von Malibu? Wenn du wüsstest, was da für ein Menschenauflauf ist. Okay. Was ist mit der hübschen Frau, die hier gewohnt hat? Die wohnt bei mir in Malibu. Denn wir sind verlobt. Und Sie sind hier jetzt ganz allein? Ja. Wissen Sie, was Sie sind, Mr. Harper? Was? Ein Genie. Danke, Gordon. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie schön, wenn jemand dich versteht. Wie schön, wenn jemand dich versteht. Und wie geht's dir heute Morgen, Danny? Tja, heute Nacht habe ich nicht sehr gut geschlafen, Alan. Ich hatte Oigträune. 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 Ich habe geträumt, ich hätte einen Fünf-Internash-Nello gegessen. Ein Fünf-Pfünder-Marshmallow? Ja, und als ich aufwachte, waren neun Kissen verschwunden. Nein, Kissen verschwunden. Mein Kissen. Nein, nein, Kissen. Nein, nein, Kissen. Nein, Kissen. Ja? Alan, du fängst an, mir furchtbar Angst zu machen. Ach, das ist nur ein neues Hobby, Charlie. Danny O'Day würde dich gerne begrüßen. Guten Tag, Charlie. Das ist kein Hobby. Das ist ein Hilfeschrei, mein Lieber. Ach komm, mach mit, Charlie. Und, Charlie, wie hast du letzte Nacht geschlafen? Mit ner Frau, Alan. Bevor die Sache aus dem Ruder läuft, solltest du das auch tun. Ah, wo ich deine Hand habe, hat er einen Stoff. Hast du ihn gefragt, ob er mit uns ins Kino geht? Nein. Warum nicht? Weil er ne tickende Zeitbombe ist und ich will nicht mit ihm im Auto sitzen, wenn er hoch geht. Komm schon, er bricht mir das Herz. Soll er den ganzen Freitagabend alleine hier sitzen? Keine Sorge. Du weißt doch, es heißt, man kann allein sein, aber nicht einsam. Ja. Also, bei Alan ist das andersrum. Er ist immer einsam, aber er ist nie allein. Es geht ihm im Moment nicht gut. Er müsste von seiner Familie und seinen Freunden umgeben sein. Mir wäre lieber, er wäre von ner Spezialeinheit umgeben. Bitte. Für mich? Chelsea, wir waren uns doch einig, dass ich nur einmal im Monat für dich nachgebe. Willst du das wirklich für Alan verschwenden? Danke, dass ich bei euch sein darf. Ich finde es wirklich rührend. Wir haben dich doch sehr gern bei uns. Nicht wahr, Charlie? Yippie, Skippy. In welchen Film wollen wir denn gehen? Kommt drauf an. Wie wäre es denn für dich mit La Poubelle et Le Fromage im Nuat? Das wäre ja wahnsinnig. Wer sagt dir, ich wäre wahnsinnig? Du Blindgänger. Also, Danny, pass auf, was du sagst. Wieso? Du bewegst doch die Lippen. Yippie, Skippy. Du bewegst doch oft. Wenn sie zu diesem elenden Verbrecher zurückgeht, werde ich ihr das nie verzeihen Sie liebt ihn, was sagt sie denn für eine Alternative? Sie kann zu ihrem Mann zurückgehen, zum Käsemacher Ich geh mal für Königstiger, ruf mich, wenn sowas wie eine Handlung anfängt Er kommt nicht wieder, oder? Verkaufen Sie Bier im Foyer? Ja Nein Für einen Samstagmorgen scheinst du ja recht wach zu sein Der Gockelhahn hat mich geweckt Ferzi, es ist halb acht, wir müssen los Stimmt, das hab ich ja ganz vergessen, ich zieh mich nur schnell an, ich komme gleich Kein Problem, ich warte unten auf dich Was ist denn los? Ich geh mit deinem Bruder auf den Bauernmarkt Seit wann denn? Wir haben's gestern Abend ausgemacht Gestern Abend wann? Im Kino, als du im Foyer gesessen und was getrunken hast Ich wollte mich nicht ins Auto setzen, weil ich Angst vor dieser Puppe hatte Ich esse gern Melone und Bohnen und Ketchup und Nayonese Nayonese, Nayonese Wir müssen uns unterhalten Na, wie geht's, Charlie? Tu das hässliche Ding vor meinem Gesicht weg Sagte sie zu ihm Oh, Danny, Danny, du bist grauenhaft Bei Gott, Alan, ich schwör dir, ich wickel die Puppe mit Fleisch ein und werf sie im Meer den Haien vor Vergiss aber nicht die Nayonese Oh Nichts passiert Warum nimmst du Chelsea mit zu diesem Bauernmarkt? Ist das ein Problem? Das ist ein Problem, du machst mir meinen Samstag kaputt Auf Verzeihung hattest du heute was vor? Ich hatte eine Menge vor Zuerst wollte ich mit Chelsea schlafen und dann wollte ich Wollte ich allein weiterschlafen Du kannst doch so allein schlafen Ja, aber ohne Sex ist das ein unruhiger Schlaf Gut, gut, dann geh ich eben allein Nein, nein, wenn du jetzt ohne sie gehst, dann hab ich die Schuld Was schlägst du sonst vor? Ich will, dass du in Zukunft sensibler und rücksichtsvoller auf die Bedürfnisse deiner Mitmenschen eingehst Okay Danke Und jetzt will ich mal nachsehen, ob ich Chelsea noch für ein Quickie unter der Dusche erwische Manchmal ist mein Bruder ein ganz schönes Schwein Tja, und du weißt, was mit Schweinen passiert? Die werden geschlacht Denk Sag sowas nicht Nicht mal denken darfst du das Ah Nein Nein Wir sind ja wieder zum Beginn der zweiten Runde Wie schon an der ersten scheint mir alles nur ein taktisches Geflänkel zu sein Beide Die Initiative des Anderen Schau, ich darf mich jetzt nicht Was starrst du denn so? Ich starr doch gar nicht. Hey, hey. Was willst du denn hier? Ich dachte, du bist übers Wochenende bei deiner Mutter und Herb. Ja, hab ich auch gedacht, aber Mama hat diese Schwangerschaftshormonsache. Was hast du angestellt? Nur einen kleinen Witz über Dicke erzählt. Und sie war sauer. Naja, du siehst ja, ich bin hier. Wo ist Dad? Der ist mit Chelsea weg. Was? Haben die ein Date? Nein, nein, kein Date. Gut, das wäre nämlich krank. Ja. Sowas gab es schon mal in der Nachmittags-Talkshow. Zwei Brüder, ein Mädchenschlägerei. Kann ich mir vorstellen. Was macht denn der jetzt Holzkopf hier? Der hat seine Mutter verrückt gemacht. Ah. Hey, genau wie ich. Nimm bitte das Popcorn aus meiner Reichweite. Das geht ohne Umwege direkt auf meinen Hintern. Hör schon auf. Ich wünschte, ich hätte so ein kleines Brötchen wie du. Also, erstens mal ist dein Hintern perfekt. Und zweitens liegt das Geheimnis in isometrischen Übungen, wenn du ihn straffen willst. Wirklich? Ja, kann man immer und überall machen. Ich mache es sogar im Moment. Hier. Briefkasten offen, Briefkasten zu. Briefkasten offen, Briefkasten zu. Komm, mach mit. Briefkasten offen, Briefkasten zu. Briefkasten offen, Briefkasten zu. Briefkasten offen, Briefkasten zu. Ich würde diesen Raum gern einmal betreten und nicht glauben, ich wäre im Irrenhaus. Alan hat mir gerade beigebracht, wie man seinen Hintern straft. Lass dir mal zeigen, wie er da reinkriecht. Die Nummer hat er nämlich perfekt drauf. Wurr jetzt auf, raus hier. Wir machen das Abendessen. Das ist so wie eine Beckenbodenübung. Ja, nur eben mit dem Hintern und nicht mit der Huha. Was läuft, Kumpel? Was machen Sie denn hier? Ich genieße den Sonnenuntergang. Wart aufs Essen. Sie bleiben zum Essen? Erst wollte ich nicht. Aber Ihre Verlobte und deren neue Freundin haben drauf bestanden. Ja. Dem muss ich bald ein Riegel vorschieben. Sind Sie verrückt geworden? Was Besseres gibt's doch gar nicht für Sie. Wie kommen Sie darauf? Gehen Sie denn gern shoppen? Nein. Sippie schon. Sehen Sie gern Frauenfilme? Nein. Sippie schon. Reden Sie gern stundenlang über Ihre Gefühle? Nein. Sippie schon. Oh, genau. Sie verlegen das Rohr, er hebt den Graben aus. Wie könnte ich nur so blind sein? Alan ist gar nicht mein Konkurrent, er ist Ihr schwuler Freund. Da sehen Sie's. Ihr Leben ist perfekt. Ja, allerdings. Ja. Holen Sie mir noch ein Bier, wenn ich bitten darf. Aber gern. Ich glaub, ich hab einen Sitzen. Oh, ich tu dir das ja nicht gerne an. Aber wenn ich das S, das du da hingelegt hast, nehme und RE da vorlege und TZAHL anfüge, hab ich zwei dreifache Wortwerte und noch die Siebensteine-Prämie. Restzahl, 185 Punkte. Oh mein Gott, du spielst ja um dein Leben, oder? Ich verrate dir was, Chelsea, wenn's um Scrabble geht, enden nette Menschen mit einem Bänkchen voller Steine. Das heißt, das ist kein Wort? Das Wort gibt's nicht, versuch's nochmal. Hm, Charlie Geil. Noch ein Glas Wein? Ähm, ja, bitte. Jetzt? Aber ich spiel doch gerade mit Alan Scrabble. Naja, ich spiele Scrabble. Was sie macht, weiß ich nicht. Ich weiß, was ich mache. Ich werd besser. Ich will ne Revanche. Gute Nacht, Alan. Aber ich hab gerade Wein eingeschenkt. Oh, danke. Danke. Und danke, dass du Chelsea so ein guter Freund bist. Nicht nötig. Ich mag sie. Und wir haben viel gemeinsam. Ja, ja, die Hauptsache ist, dass wir beide so weitermachen. Wie haben wir den ganzen Abend ruiniert? Er benutzt dich. Ich weiß. Was soll ich machen? Du könntest ihn töten. Also, Danny, das könnte ich doch nie tun. Keine Sorge, Alan. Das kann ich für dich erledigen. Morgen. Morgen. Na, hast du Hunger? Es gibt Pfannkuchen. Ich hab'n Bärenhunger. Kann ich was helfen? Äh, gern. Schneid ein paar Bananen und mach den Sirup warm. Ja, mach ich. Gut geschlafen? Ja, nachdem dein Bruder mich endlich einschlafen ließ schon. Darf ich dir was verraten? Klar. So einen Lover wie ihn hatte ich noch nie. Das ist ja schön. Ja, das ist schon toll. Aber manchmal weiß er nicht, wann Schluss ist. Hast du's mal mit Pfefferspray versucht? Hab' ich noch nicht. Aber ich muss ihm wirklich manchmal einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf geben. Ja, das Problem hab' ich auch mit Jake, wenn er Spaghetti isst. Naja, nicht genau dasselbe Problem. Jacks Kopf ist in der Regel hier. Ich will mich ja nicht beschweren, aber manchmal ist es lästig. Kann ich mir vorstellen. Hast du Charlie genug gelobt? Gelobt? Wie wenn man einen Hund trainiert. Wenn man ihn nicht oft genug belohnt, dann zerkaut er einem den Teppich. Ich meine nicht deinen Teppich. Hey, was machen die Bananen? Morgen. Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja. Als du mich endlich gelassen hast, Baby. Alan macht Pfannkuchen. Willst du einen Kaffee? Ach, und wie gerne. Guten Morgen, Mrs. Butterworth. Oh, die Spurs spielen heute gegen die Lakers. Du hast mir versprochen, dass wir in die Van Gogh-Ausstellung gehen. Ach ja? Ja. Ach, das hab ich doch glatt vergessen. Weil du mir immer auf den Hinterkopf haust. Oh ja. Ich hab gehört, die Ausstellung soll umwerfend sein. Ich würde da liebend gern reingehen. Ach ja? Warum gehen wir da nicht zusammen? Kann ich nicht. Ich hab Jake versprochen, wir unternehmen was. Was? Nimm ihn doch mit. Welcher 14-Jährige würde sich nicht für einen Museumsbesuch umbringen? Das ist doch eine gute Idee, Alan. Du nimmst Jake einfach mit dorthin. Ich will mich nicht zwischen euch drehen. Nein, nein. Tust du nicht. Okay, gut. Ess mir nicht alle Pfannkuchen weg. Ich spring schnell unter die Dusche. Bis gleich. Beeil dich. Ich will ins Museum, bevor es da zu voll ist. Ich sag dir, was läuft. Ihr müsst nämlich ohne mich ins Museum gehen. Warum? Weil ich, glaube ich, ganz schön heftige Verdauungsstörungen kriegen werde. Was? Du weißt schon. Den Pfannkuchen-Flattermann. Aber meine Pfannkuchen sind in Ordnung. Ja, sie sind köstlich. Aber ich will das Lakers-Spurs-Spiel nicht verpassen. Was soll das heißen? Du willst mich dafür missbrauchen, dass ich deine Freundin bespaße, während du hier ein Basketballspiel sehen willst? Gut, wir verstehen uns. Hast du eigentlich schon mal bedacht, dass ich vielleicht ein Privatleben habe und dass ich mir was vornehmen könnte und die nicht immer zur Verfügung stehe? Nein. Wissen Sie, Börter, als Alan hier bei mir eingezogen ist, habe ich das für eine Strafe gehalten. Das haben wir beide. Aber ich habe gemerkt, was er für eine Wohltat ist. Mit ihm um mich rum kann ich es schaffen, dass meine Verlobung mit Chelsea wirklich funktioniert. Sie wollen sie also wirklich irgendwann heiraten? Aber ja, ich bin fest zu allem entschlossen. Auch zu Kindern? Na, ich will es nicht ausschließen. Natürlich müsste ich es vorher mit Chelsea und Alan besprechen. Wow, sie wollen heiraten und Kinder, das macht mich fertig. Was soll ich sagen, Börter? Mein Bruder ergänzt mich. Warte kurz. Er ist köstlich. Wer? Dein Bruder. L-O-L. Ich sag ihm nur kurz, dass wir morgen weiter simsen. Er ist ja völlig außer Kontrolle. Was ist denn? Warte. Lass ihn bloß nicht den Teppich auffressen. Was meint er damit? Nichts. Warum sollte ich einen Teppich fressen? Nicht einen Teppich meinen, vergessen wir es. Okay, wo waren wir? Wir waren gerade dabei. Er will mir ganz bestimmt eine Gute Nacht sagen. Ich will nur mal sehen, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Und ist alles in Ordnung? Ja. Gut, gut. Ich hab Durst. Hast du auch Durst? Nein. Bin gleich wieder da. Beeil dich. Keine Sorge. Ich brauch nur eine Minute. Oh, Charlie. Dein Penis kommt nicht gegen meine Technik an. Okay. Ich weiß, was du treibst. Lass es sein. Was treib ich denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Du simmst mir meine Frau weg. Hm. Was kann ich dafür, wenn Chelsea mich witzig und kultiviert findet? Mach so weiter und sie findet dich blutig unter einer Brücke wieder. Du machst mir keine Angst. Du brauchst mich für Chelsea als Prellbock. Ja, mag sein. Aber ihn brauch ich nicht. Charlie, tu ihm nichts. Das geht nur dich und mich was an. Jetzt nicht mehr. Wehe, du verletzt ihn. Tja, also, das hängt jetzt ganz von dir ab. Sein Holzkopf liegt ganz in deiner Hand. Charlie? Lass ihn sofort los. Charlie? Was soll das denn werden? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Du solltest dich was schälen. So will man sich nicht als Erwachsener machen. Er hat doch angefangen. Nee, ist egal, wer angefangen hat. Du bist dein älterer Bruder und musst ihm ein Beispiel sein. Ach ja? Am besten ziehe ich aus. Dann hast du, was du willst. Mann, die gehen ja voll zur Sache. Ja, ich bin froh, dass wir uns nicht streiten. Bin ich auch, Danny. Weil du mich ja hoffentlich nie wütend machen willst. Ich weiß, Danny. Das will ich dir auch raten. Ich bin drauf dran. Bist du dich so姓. ossa? Ich bin froh. Ich bin froh. Das war. Ich bin froh. Ich bin froh. Sie sind froh. aufblende außen nacht tief in der trostlosen prairie ein einsamer cowboy sitzt auf seinem stämmigen pferd und starrt zum mond hinauf plötzlich ein greller blitz am himmel ein flammender Meteor stürzt zur Erde. Aufblende. Außen, Nacht. New York City. Vorhof zur Hölle. Ein einsamer Kopf sitzt in seinem Streifenwagen und starrt zum Mond hinauf. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel, ein flammender Meteor stürzt zur Erde. So, jetzt läuft's. Ellen? Mia? Dachte ich's doch gleich erkannt. Was für eine nette Überraschung. Bist du nicht mit deinem Mann nach New York gezogen? Schon, aber wir haben uns getrennt und jetzt bin ich wieder hier. Oh, wie traurig. Nicht, dass du wieder hier bist. Ich meine, weil's nicht geklappt hat. Und wie geht's Charlie denn so? Dem geht's gut, um nicht zu fassen. Er hat sich sogar ganz unerwartet verlobt. Machst du Witze? Nein, nein, sie ist bei ihm eingezogen und so. Wie schön für ihn. Und wo wohnst du jetzt? Warum fragst du? Na ja, jetzt wo Charlies Verlobte bei ihm wohnt, hab ich gedacht... Gut siehst du aus, Ellen. Oh, danke, du auch. Sagt Charlie alles Liebe von mir. Mach ich. Mach's gut. Du auch. Aufblende. Innen. Coffeeshop. Nacht. Ein ungewöhnlich attraktiver Mann haut in die Tasten seines einsamen Laptops. Er schreibt dem Blockbuster, der ihn aus der Armut in sein eigenes Haus katapultieren wird. Eine schöne Frau kreuzt seinen Weg. Ihre Blicke treffen sich. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel. Ein flammender Meteor stürzt zur Erde. Män, 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 män. Män. Und wann kommst du nach Hause? Aber ich wollte so gerne mit dir Abend essen. Na gut, bis nachher. Ja? Ich dich auch. Ich dich auch. Alan? Ja? Hau bitte dein Kind für mich. Sollen wir ihm das letzte bisschen Hirn kaputt machen? Danke, dass du zu mir hältst. Oh hey, du rätst nie, wen ich getroffen hab. Kobe Bryant? Nein. Lauren Conrad? Nein. Jean-Piedi Combs? Was stimmt denn nicht mit dir? Nein, ich hab Mia im Coffeeshop getroffen. Was? Soll das ein Witz sein? Nein, offenbar ist sie wieder Single und sie wohnt jetzt in L.A. Was stimmt denn nicht mit dir? Also, Mia. Wie sieht sie aus? Viel besser denn je. Verflucht. Was hat sie gesagt? Sie sagt, alles Liebe. Das war alles, so ziemlich. Wie hat sie es gesagt? Was heißt wie? Ich meine, war es mehr phlegmatisch oder mit Subtext? Phlegmatisch. Das wird mein Rap-Name. MC Phlegmatisch. Weiß ich nicht, ähm, aber ich hab deine Verlobung erwähnt und sie schien sich für dich zu freuen. Du hast dir verraten, dass ich verlobt bin, warum hast du das getan? Weil du verlobt bist, so wie ich das sehe. Sie hat sich darüber gefreut? Ja, sie sagte schön für ihn. Wie hat sie's gesagt? Vielleicht phlegmatisch. Vielleicht phlegmatisch. Oder mit Suppentext. Ich bin weg. Doch in der Luft schwebt weiter die Erinnerung an ihn. Hey, Uncle Charlie. Ja? Hab dich lieb. Und ich habe um das gemeinsame Sorgerecht gefochten. Ja, ja, also nochmal zu Mia. Oh, sag mir nicht, dass du noch nach ihr schmachtest. Nein, ich schmachte doch nicht nach ihr. Wieso denkst du, sie schmachtet nach Mia? Charlie, du bist mit einer wundervollen Frau verlobt. Schlag dir Mia aus dem Kopf. Ich hab ja gar nicht mehr an sie gedacht. Ich hab nicht mehr an ihr Gesicht gedacht. An ihre Augen. Ihre Lippen. Ihre Schenkel. Oh Gott, diese Schenkel. Du hast doch von ihr angefangen. Entschuldigung, ich bin der Letzte, der behauptet, dass man für eine alte Freundin keine Gefühle haben darf. Ich zum Beispiel fühle mich immer noch sehr zu Melissa hingezogen. Wer ist Melissa? Meine Empfangsdame. Oh, genau. Die hat dich doch mit ihrer Mutter im Bett erwischt. Da lässt du zwar einen Haufen mildernder Umstände außer Acht, aber ja, ich habe mit ihrer Mutter geschmust. Und du willst diese Freakshow mit dem vergleichen, was Mia und ich hatten? Ich hab sie fast geheiratet. Was ich sagen will ist, du kannst dir durchaus Gefühle für Mia leisten, während deine Beziehung zu Chelsea immer weiter wächst. Genau das will ich auch tun. Gut. Ja, das ist gut. Du denkst über Sex mit Mia nach. Du denkst über Sex mit Melissa nach. Ich versuch's, aber ihre Mom kommt immer dazwischen. Okay, okay, ich muss es einfach loswerden. Baseball war mit Anabolika viel schöner. Mhm. Ich meine, der Junge da führt die Liga mit müden elf Home Runs an. Damals zu Sammy Sosa's Zeiten war das ein lahmes Wochenende. Mhm. Halt mich nur für verrückt. Aber ich glaube, die Leute würden viel dafür bezahlen, wenn ein fleischbepackter Roboter den Ball 300 Meter weit schlägt. Mhm. Tja, das war's. Der Sport ist zu Ende. Zeit für Sex. Charlie, bitte. Der Bericht muss morgen fertig sein. Hm. Na schön. Dann ist unsere Beziehung jetzt wohl im Stadium der Reife, von dem man immer hört. Sieht so aus. Wie schön. Hoffentlich sterbe ich bald. Was? Liebe dich. Liebe dich. Es gab Zeiten, da hast du noch versucht, im Sitzen zu pinkeln und vorher die Tür zuzumachen. Ja, das war damals, als wir nach einer Sportsendung noch Sex hatten. Hallo? Ähm, warten Sie. Charlie, da ist eine Frau namens Mia am Telefon. Au. Nein. Soll ich hier was ausrichten? Nein, nein. Nein. Bitte. Hallo? Oh, hey, Mia. Was für eine Überraschung. Alan hat erwähnt, dass er dich getroffen hat, ja? Na, alte Freund. Ja? Ja? Du hast richtig gehört. Ich bin verlobt. Danke. Ja, das war sie eben. Oh, sie ist wundervoll. Und wie geht's dir? Oh, tut mir leid, das zu hören. Du weißt doch, es schwimmen viele Fische im See. Ich bin sicher, dass du in den alten Dating-Tümpel springst und dir was einfängst. Nein, ich meine, ich meine einen Fisch, keine Infektion. Jedenfalls, danke für deine guten Wünsche, bis dann. Also, dann schlaf gut. Also, eine alte Freundin? Ja. Sie hatte von meiner Verlobung gehört und mir gratulieren wollen. Süßes Kind. Hast du die nicht vor ein paar Jahren in Vegas fast geheiratet? Charlie? Ich muss nachdenken. Charlie. Wer hat dir davon erzählt? Dein Bruder. Ach, wirklich? Hat er dir auch erzählt, dass seine Freundin ihn mit ihrer Mutter im Bett erwischt hat? Ja, hat er. So ein kleiner Schmutzfink, hm? Hast du mir etwa Mia verschweigen wollen? Worauf willst du hinaus? Hast du mir von jedem Mann erzählt, mit dem du je zusammen warst? Eigentlich schon. Von meinem Freund in der Highschool, zwei College-Freunden und meinem Ehemann. Das war's? Vier? Das war zu deinen Zeiten ein lahmes Wochenende, was? Das ist kein Wettkampf zwischen uns, Chelsea. Und warum ruft dich Mia mitten in der Nacht an? Was glaubst du? Schatz, da hat überhaupt nichts dahinter gesteckt. Sie hat mir nur zu meiner Verlobung gratulieren wollen. Das war nicht der Grund. Sie will wissen, ob du glücklich bist. Sie will wissen, ob du noch zu haben bist. Echt, glaubst du? Ich meine, echt, glaubst du? Ja, das tue ich allerdings. Die Frage ist doch, ob du glücklich oder noch zu haben bist. Ach komm schon, Chelsea, was ist denn das für eine Frage? Nein, ich bin nicht zu haben und nein, glücklich bin ich auch nicht. Du weißt, was ich meine. Das will ich hoffen. Ja. Ich bin glücklich und zufrieden. Zufrieden, zufrieden, zufrieden. Glücklich, glücklich, glücklich. Und nass. Irgendwie bin ich nass. Trin. Was schreibst du? Ein Spielfilm. Cool. Ich hab ne super Idee für einen Film, wenn du willst. Ah, danke, lieb von dir. Ich höre. Okay, also, da hat einer auf dem Highway einen Unfall. Erstmal prallt er mit einem Büffel zusammen. Er verliert die Gewalt über seinen Wagen und rast in ein Laster voll Giftmüll. Und als er im Krankenwagen wieder aufwacht, ist er halb Auto, halb Büffel. Allrad-Büffel. Danke, ich bleib lieber bei meiner Idee. Gut, lass mal hören. Du willst sie hören? Klar. Weißt du, es geht um einen Mann, dessen Leben am Scheideweg steht. Er beschäftigt sich mit Dingen wie Verlust und Sterblichkeit. Ah. Mhm. Weißt du, wie ich's nennen würde? Wie denn? Mega langweilig. Danke. Freigegeben, ab schwul. Hey, Charlie. Hey, Herb. Ich möchte Jake abholen. Oh, komm rein. Jake, wird Zeit, dass du endlich verschwindest. Und, wie geht's? Ziemlich gut. Das Bini kann jeden Tag kommen. Judith strahlt schon vor Mutterglück. Weck, ich muss schon wieder aufs Klo. Ja, sie strahlt. Oh, hey, Herb. Jake ist noch beim Frühstück. Oder er ist schon beim Mittagessen. Die Grenzen sind fließend. Er ist eben noch nicht ausgewachsen. Er ist eine ausgewachsene Nervensäge. Er sagt das aus Liebe. Nein, ich sag das mit dem dumpfen Ziehen meiner abgesägten Nervenenden. Oh, oh. Meine Fruchtblase ist geplatzt. Bist du dir sicher? Oh. Klar bin ich mir sicher. Ich wisch das nicht auf. Man, da werden Erinnerungen wach. Halt die Klappe. Von Judith Fruchtwasser zu Fall gebracht. Das wird irgendwann mal der Brüller. So ein Brüllen finde ich das jetzt schon, Herb. Hallo, wir brauchen Hilfe. Ding, ding, ding. Immer mit der Ruhe. Ich bin... Dr. Harper. Melissa, was machst du denn hier? Ich arbeite hier. Ich hab mir ja eine neue Stelle suchen müssen, weil... Du weißt schon. Zum allerletzten Mal. Ich hatte keinen Sex mit deiner Mutter. Entschuldigung, ich bekomme ein Baby, Harald. Oh, ich hab den Knöschel gebrochen. Hör auf zu jammern, Herb. Ihr Frauenarzt ist auf dem Weg. Die Wehen kommen schon alle acht Minuten. Gut, Sie müssen in den Kreißsaal. Ich nehme Sie auf und lass Sie von der Schwester nach oben fahren. Nein, nein, nein. Ich bin der Vater. Ich mach das. Keine gute Idee, Herr. Ich bin bei dir, Judith. Alles in Ordnung. Oh Gott. Mein Arm. Ich bin bei dir, Judith. Ruhe dich aus, Champion. Heute ist nicht dein Tag. Oh, verdammte Scheiße. Nein, Judith, du atmest nicht. Du musst schön pusten. Gut, gut. Sehr schön. Jetzt kommen Sie schon alle zwei Minuten. Wir sind auf der Zielgeraden. Na toll. Mann, kommt mir vor wie gestern, als wir auch hier im Krankenhaus waren und Jake erwartet haben. Nach seinem Riesenschädel wird das für dich sein, als würdest du einen Melonenkern ausspucken. Also, jedenfalls liebe ich meine Verlobte von ganzem Herzen. Aber mir geht die andere Frau einfach nicht aus dem Kopf. Ich meine, mein Bruder sollte mir von ihr alles Liebe ausrichten. Und wenn Sie Liebe macht, kriegen Sie Rasterlocken und Arschpfeifen. Deshalb sind Sie hergekommen? Wegen Arschpfeifen? Nein, nein. Nur wegen eines Babys und ein paar Knochenbrüchen. Nichts Weltbewegendes. Die Sache ist die. Ich sehe ja ein, dass man die Leidenschaft einer frischen Beziehung nicht auf ewig ausdehnen kann. Aber sie fehlt mir irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Sehen Sie die Kühlbox hier? Ja. Da sind zwei Flaschen Bier drin, ein halber Hamburger und mein Daumen. Sie entschuldigen deshalb sicher, wenn ich ein gewisses Desinteresse an Ihrem romantischen Dilemma zeige. Sie haben Bier? Oh Gott! Konzentrier dich auf mich. Immer schön pusten. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Melissa! Du fehlst mir so. Oh, du fehlst mir auch. Kann ich mit dir reden? Natürlich. Alan! Du schaffst das. Schön weiteratmen. Hey, Charlie! Sieh mich an! Ich bin halb Mensch, halb Maschine. Fast wie in Jakes Filmidee. Allrad-Büffel. Alles klar, Kumpel. Ich schaff's alleine. Ich liebe ihn! Zum Teufel, was haben die dir gegeben? Oh, lauter gute Sachen. Und wenn du mir alle Zähne ziehen würdest, ich würd's nicht merken. Sie sind doch noch da, hä? Noch alles drin. Also dann? Ab nach Hause. Du fährst. Mir ist etwas schwummrig. Was ist mit Judith? Ach, die vermisst uns doch nur die Laune. Da hast du recht, aber immerhin kriegt sie ein Baby. Oh mein Gott. Das Baby. Judith braucht mich. Ich muss zu ihr fahren. Ich komme, Judith! Ich bin bei dir! Hey, Charlie, wo kommst du denn so schnell her? Ich wollte dich ja vergessen. Ich hab versucht, dich zu hassen, aber ich konnte es nicht. Wirklich? Sonst hat niemand das Problem mit mir. Bier und Chips. Das kann ja noch gut werden. Wissen Sie, wo mein Freund hin ist? Er ist den Gang runtergerumpelt und hat was von der Judith gemurmelt. Ich muss die Dorfbewohner warnen. Und Ihnen viel Glück. Danke. Ab und he. Ihnen auch viel Glück. Oh, hier steckst du. Hast du Herb gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ah. Chips? Nein, ich will jetzt keinen Chips. Okay. Dann willst du wohl auch kein Bier. Verschwinde hier. Kein Problem. Warte, geh nicht weg. Ich brauche jemanden, der mich durch meine Wehen begleitet. Na schön. Ähm. Weiter so. Judith! Ich bin bei dir! Weißt du, ich liebe Chelsea. Nur früher, da habe ich Mia geliebt. Ah. Atmen. Also dann, der Muttermund ist offen. Dann lassen wir das Baby mal kommen. Also dann, viel Glück. Ich habe mich hier weg. Ah. Judith, Judith. Ich habe ihn in die Nase gebrochen. Ein Hoch auf dem Erhol. Hipp, hipp. Hurra. Nein. Innen. Kreißsaal. Tag. Ein außergewöhnlich gutaussehender Mann blickt auf das Baby hinunter, das von ihm sein könnte, was er aber nie verraten darf. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel. Ein flammender Meteor stürzt zur Erde. Siehst du? Das bin ich, da halte ich das Baby. Das bin ich und der Arzt. Und das bin ich, Judith und das Baby. Und wer ist das? Ach, nur der, dem sie den Daumen wieder angenäht haben. Ich finde es ja irre, wie du auf das Baby abfährst. Es war echt umwerfend. Das Wunder der Geburt. Wäre Judith nicht dabei gewesen, wäre es nicht mehr zu toppen. Dann hättest du nichts dagegen, vielleicht irgendwann ein eigenes Baby zu kriegen? Ich weiß keinen Hinderungsgrund. Ich stehe offensichtlich auf Babys. Und Geschlechtsverkehr mochte ich schon immer, das weißt du ja. Ja, weiß ich. Ich muss wieder zur Arbeit. Okay, bis heute Abend. Liebe dich. Lieb dich auch. Mach's gut, Alan. Mach's gut. Was macht ein Spielfilm? Wird gut. Noch auf Seite 1? Ja, aber jetzt läuft's. Hey, Charlie. Mia. Fortsetzung folgt. Mann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020